Die Seine fließt durch Paris. Der Turm von Schengi hat den schnellsten Aufzug der Welt. Der Shinano ist der längste Fluss Japans. Die Sixtinis C.H.E. Kapelle ist eine riesige Kapelle, die 1473 innerhalb des Vatikanischen Palasts erbaut wurde. Die Sozialistische Partei baute ihn als Präsidentschaftskandidaten auf. Die Sozialistische Partei hat nur 18% der Stimmen bekommen. Der Südpol ist viel kälter als der Nordpol. Die Sowjetunion und ihre Verbündeten verweigerten Hilfe. Die Sowjetunion startete Sputnik im Jahre 1957. Die sowjetischen Truppen begannen sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Die spanischen Soldaten benutzten rauchloses Schießpulver. Die Freiheitsstatue ist ein Symbol Amerikas. Die Straße von Gibraltar trennt Spanien von Marokko. Die Schwalben führen mit 4 zu 1. Die Schweizer konsumieren viel Bier. Der Schweizer Franken ist an den Euro gekoppelt. Der Fernseher scheint kaputt zu sein. Der Fernseher funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Der Fernseher ist sehr schwer. Das Fernsehprogramm schien wirklich interessant zu sein. Die Fernbedienung liegt unter dem Sofa. Der Fernseher lief die ganze Nacht. Der Fernseher ist an. Das Taj Mahal ist schön. Der Taj Mahal ist eines der sieben Weltwunder. Der Taj Mahal ist vermutlich das berühmteste Gebäude Indiens. Beim Projekt Tattoo Bar, das im Netz unter tattoobar.org gefunden werden kann, arbeitet man an einer umfangsreichen Datenbank in zahlreiche Sprachen übersetzter Beispielsätze. Die Texaner machten sich daran, ein eigenes Heer auszuheben. Die Titanic ist mit einem Eisberg zusammengestoßen. Die Titanic sank auf ihrer Jungfernfahrt. Sie war ein großes Schiff. Die Titanic ist auf ihrer Jungfernfahrt gesunken. Die Jungfernfahrt der Titanic verlief nicht sonderlich gut. Die Tokaido-Linie wurde von einem Taifun beschädigt. Der TK Uther Himmelsbaum, Tokio Sky T, ist nach dem Kalifaturm, Burj Kalifa, das zweithöchste Bauwerk der Welt. Die Tomei Autobahn verbindet Tokio mit Nagoya. Das UN-Gebäude ist sehr imposant. Das US-Department für Gesundheit sagt, dass Menschen mindestens zweieinhalb Stunden in der Woche trainieren sollten. Die USA exportieren Passagierflugzeuge im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Die Rate der Waffenbesitzer in den USA ist die höchste der Welt. Die Vereinigten Staaten und Kuba wollen nach einem halben Jahrhundert der Feindseligkeiten wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein guter Absatzmarkt für japanische Produkte. Die Soldaten der Union kämpften leidenschaftlich. Das Gebäude der Vereinten Nationen wurde 1952 gebaut. Die Charta der Vereinten Nationen wurde im Jahre 1945 unterzeichnet. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete die Waffenstillstandsresolution. Die Vereinten Nationen sind eine internationale Organisation. Die Vereinten Nationen schickten Truppen, um in den Konflikt einzugreifen. Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Syrien verließ das Land aus Gründen der Sicherheit. Die Vereinigten Staaten annektierten Texas im Jahre 1845. Die Vereinigten Staaten wurden 1776 eine Nation. Die Vereinigten Staaten grenzen an Kanada. Die Vereinigten Staaten exportieren Weizen in die ganze Welt. Die Vereinigten Staaten waren am Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer Beulenpest-Epidemie konfrontiert. Es bestand ein Freundschaftsvertrag zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko. Die Vereinigten Staaten pflegen enge Verbindungen zu Mexiko. Die Vereinigten Staaten sind ein Einwandererland. Die Vereinigten Staaten sind ein großes Land. Die Vereinigten Staaten sind reich an natürlichen Ressourcen. Die Vereinigten Staaten liegen auf der Nordhalbkugel. Amerika besteht aus 50 Staaten. Die Vereinigten Staaten sind der größte Käseproduzent der Welt. Die Vereinigten Staaten sind Weltführer im Baumwollexport. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein demokratisches Land. Die Vereinigten Staaten heißen Einwanderer aus vielen Ländern willkommen. Der amerikanische Bürgerkrieg dauerte vier Jahre. Die Universitätsverwaltung beschloss, eine Zweigstelle in New York einzurichten. Das Vietnam-Wetterns-Memorial ehrt die Mitglieder der US-Streitkräfte, die im Vietnamkrieg kämpften. Die Jungfrau Maria ist die Mutter Jesu. Der britisch-amerikanische Krieg hatte begonnen. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist Alkoholmissbrauch die dritthäufigste Ursache von Tod und Behinderung auf der Welt. Die X-Achse verläuft horizontal, die Y-Achse vertikal. Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. Die Fähigkeit, hart zu arbeiten, ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber die Fähigkeit, sich zu entspannen, ist genauso wichtig. Die Betonung von Gitar fällt auf die zweite Silbe. Der Zufahrtsweg ist durch einen umgestürzten Baum versperrt. Der Unfall hätte ihn fast sein Leben gekostet. Der Unfall verursachte einen Stau. Bei dem Unfall wurden die Vorderräder ihres Autos beschädigt. Der Unfall machte alle seine Hoffnungen auf Erfolg zunichte. Der Unfall ereignete sich heute vor einem Jahr. Der Unfall geschah plötzlich. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung. Es kam aufgrund der Fahrlässigkeit des Fahrers zu dem Unfall. Der Unfall passierte direkt vor meinen Augen. Der Unfall geschah durch Fahrlässigkeit. Der Unfall ereignete sich in dieser Weise. Der Unfall ereignete sich am Sonntag um circa 3 Uhr. Der Unfall ereignete sich vor meiner Ankunft. Der Unfall ist vorgestern passiert. Der Unfall geschah vor zwei Stunden. Der Unfall ist ihm noch lebhaft in Erinnerung. Nach dem Unfall war er dauerhaft gelähmt. Der Unfall wurde durch seine Fahrlässigkeit verursacht. Der Unfall schien etwas mit dem tiefen Schnee zu tun zu haben. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Kreuzung. Der Unfall geschah auf der Autobahn. Der einzige Überlebende des Unfalls war ein Baby. Die Fertigstellung dieser Aufgabe beanspruchte viele Jahre. Der mutmaßliche Dieb steht jetzt vor Gericht. Der Angeklagte erklärte dem Richter, unschuldig zu sein. Der Angeklagte wurde zum Tod verurteilt. Die Akustik in diesem Raum ist ausgezeichnet. Der Schauspieler kam hinter dem Vorhang vor. Der Schauspieler starb auf der Höhe seiner Popularität. Die Karriere des Schauspielers umfasste 30 Jahre. Die Schauspieler traten in historischen Gewändern auf. Die Schauspielerin trägt immer teure Juwelen. Die Schauspielerin lernt ihren Text. Die Schauspielerin studiert ihre Rolle ein. Die Schauspielerin sieht jünger aus, als sie ist. Die Schauspielerin gab ihr Debüt, als sie 8 war. Die Schauspielerin zerriss wütend ihren Vertrag. Die tatsächlichen Kosten überstiegen die Schätzungen. Die tatsächliche Anzahl liegt ungefähr beim Doppelten davon. Der Drogenabhängige starb durch eine Überdosis. Die Adresse auf diesem Paket ist falsch. Das Nebenzimmer war eine Bibliothek. Der Admiral ist nie zufrieden. Das adoptierte Kind führte in seiner neuen Familie ein glückliches Leben. Der Vorteil des Alters liegt darin, dass man die Dinge nicht mehr begehrt, die man sich früher aus Geldmangel nicht leisten konnte. Das Abenteuer beginnt. Die Nachmittagssonne scheint direkt in mein Zimmer. Das Zeitalter der Kernenergie ist noch nicht vorbei. Die Tagesordnung der Sitzung wurde verteilt. Die Übereinkunft war eine Kompromisslösung der beiden Regierungen. Das Ziel dieses Spiels ist, alle Bomben auf dem Bildschirm explodieren zu lassen. Die Luft erwärmte sich. Die Klimaanlage scheint nicht zu funktionieren. Die Klimaanlage funktioniert nicht. Die Klimaanlage ist kaputt. Die Klimaanlage ist außer Betrieb. Die Klimaanlage ist zu laut. Die Klimaanlage in dem Bus funktionierte nicht richtig. Es ist ganz schön frisch heute Morgen. Die Luft fühlte sich ein bisschen kalt an. Die Luft in diesem Raum ist sehr stickig. Die Luft hier ist schlecht. Kannst du das Fenster aufmachen? Die Luft ist feucht. Die Luft ist sehr trocken. Die Luft, die wir atmen, besteht aus Sauerstoff und Stickstoff. Der Airbag hat mein Leben gerettet. Die Luftkissen funktionierten nicht. Die Fluggesellschaft lässt ihre Flotte am Boden. Die Fluggesellschaft schickte meinen Koffer versehentlich nach Boston. Das Flugzeug hob in die Wolken ab. Das Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit von 500 Kilometern pro Stunde. Das Flugzeug steht bereit. Das Flugzeug war bald außer Sicht. Das Flugzeug startete, sobald ich am Flughafen ankam. Das Flugzeug hat vor zehn Minuten abgehoben. Das Flugzeug flog über den Wolken. Der Flughafen liegt in der Nähe. Der Flughafen ist geschlossen. Der Flughafen liegt weit außerhalb der Stadt. Der Flughafen wurde wegen des Nebels gesperrt. Der Wecker klingelt. Der Wecker geht zehn Minuten vor. Der Wecker hat Tom nicht aufgeweckt. Der Alarm ging los und ein rotes Licht blinkte auf. Der Alarm wurde um 5 Uhr und 30 Minuten ausgelöst. Der Wecker hat geklingelt. Ihre Anschuldigungen waren unbegründet. Der Alligator hat den Hund gefressen. Die Mandelbäume stehen in Blüte. Der Botschafter starb plötzlich. Der Botschafter ist zurückgekehrt. Der Botschafter verlässt heute Abend Japan. Der Botschafter ist zurückgekehrt. Der Rettungswagen kam sofort. Der Rettungswagen kam, gleich nachdem wir angerufen hatten. Der Krankenwagen geriet außer Kontrolle, und es fehlte nicht viel und er hätte einen Fußgänger überfahren. Die Novelle wurde das erste Mal 1789 vorgelegt. Die Menge an Papier, die in einem Lande produziert wird, steht in einem engen Verhältnis zu seinem Kulturniveau. Die wütende Menschenmenge griff das Gebäude an. Das Tier verhungerte. Das Tier gab ein Quieken von sich. Das Tier mühte sich ab, aus dem Käfig zu entkommen. Das Tier war verängstigt und verwirrt. Die Tiere sind gut versorgt. Die Tiere starben eines nach dem anderen. Die Tiere in dem Wald starben aus. Emsig lasen die Tiere Nüsse auf. Die Tiere fürchteten sich vor dem Donner. Der Nachrichtensprecher sprach Englisch. Die Antwort lautet 42. Die Antwort lautet Nein und nochmals Nein. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Antwort ist alles andere als einfach. Die Antwort ist völlig falsch. Die Antwort lautet Nein. Die Antwort ist ziemlich einfach. Die Antwort ist richtig. Die Antwort ist einfach. Die Antwort geht an der Sache vorbei. Die Antwort auf beide Fragen lautet Nein. Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Die Antwort auf diese Frage ist einfach. Die Antwort war leicht. Die Antwort war Ja. Beide Antworten sind falsch. Die Antilupe rannte davon. Die Antiquitäten, die mir mein Vater hinterlassen hatte, entpuppten sich als ein Haufen wertlosen Gerümpels. Die Wohnung war im viktorianischen Stil möbliert. Der Apfel stillte kurzzeitig meinen Hunger. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Apfel fiel vom Baum. Der Apfel ist in der Tüte. Der Apfel ist noch nicht ganz reif. Der Apfel ist noch nicht reif. Der Apfel ist nicht rot. Der Apfel sah gut aus, doch er war innen verfault. Der Apfelbaum trägt in diesem Jahr nicht viele Früchte. Die Apfelbäume haben dieses Jahr früh geblüht. Die Apfelbäume wurden alt und neue wurden gepflanzt. Den Apfel habe ich gegessen. Die Äpfel, die Tom mir geschickt hatte, waren vorzüglich. Die Äpfel, die Tom mir geschickt hatte, waren vorzüglich. Die Äpfel sind nicht ganz reif. Die Äpfel sind rot. Die Äpfel sind reif. Die Äpfel von dem Baum hinter Tams Haus schmecken ausgesprochen gut. Die Äpfel, die er mir schickte, waren köstlich. Die Aprikosenbäume stehen in voller Blüte. Der Bogenschütze tötete den Hirsch. Dem Architekten unterlief ein Fehler. Die Architektur in diesem Stadtteil ist hässlich. Diese Gegend wurde bombardiert. Das Gebiet wird jetzt bebaut. Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist die Hälfte von dem des Rechtecks mit der gleichen Höhe und Grundseite. Die Fabrik hat eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Die Gegend war ruhig. Der Streit erhitzte sich. Das Militär besetzte das gesamte Territorium. Die Armee überließ die Stadt dem Feind. Die Armee rückte auf den Feind vor. Das Heer belagerte viele Tage lang die Burg. Die Armee zwang ihn zum Rücktritt. Die Armee hatte viele Waffen. Die Armee schlug den Aufstand nieder. Die Armee schickte Soldaten, um die Bergleute Weg zu schaffen. Die Armee ging in der falschen Richtung vor. Ein Duft von frischem Kaffee hing in der Luft. Der Pfeil traf das Ziel. Der Pfeil zeigt die Richtung an, in die man gehen muss. Der Pfeil hat sein Ziel verfehlt. Die Kunstgalerie war stark überfüllt. Der Artikel über den Buddhismus weckte in mir von Neuem das Interesse für die östlichen Religionen. Der Artikel spricht über etwas ganz anderes. Der Artikel war gut recherchiert und aufschlussreich. Der Artikel war in französischer Sprache verfasst. Der Künstler malte immer alleine. Der Künstler ist begabt. Der Künstler malte viele Sonnenblumen. Der Künstler, dessen Gemälde dir so gefallen haben, ist ein Freund von mir. Die Künstlerische Schönheit des Gartens ist wirklich atemraubend. Die Künstlerische Schönheit des Gartens ist wirklich verblüffend. Der Asphalt war durch die Hitze aufgeweicht. Die Forderung ist von heute in zwei Wochen fällig. Die Assistentin nahm das Geld. Der Astronaut musste in der Raumfähre eine Menge Experimente durchführen. Die Astronauten kehrten sicher auf die Erde zurück. Die Astronauten wurden von einer begeisterten Menge mit Beifallsrufen und Applaus begrüßt. Die Astronauten wurden mit spontanem Applaus empfangen. Die Atombombe hat Hiroshima vollkommen zerstört. Die Ordnungszahl von Wasserstoff ist erste. Die Ordnungszahl für Eisen lautet 26. Wir waren von dem Angriff völlig überrumpelt. Das Vorhaben scheiterte letzten Endes. Der Versuch misslang. Die Anziehung bestand beidseitig. Die Auktion ist vorbei. Das Publikum schien gelangweilt. Das Publikum klatschte fünf volle Minuten lang Beifall. Das Publikum applaudierte der Schauspielerin. Das Publikum hat applaudiert. Die Zuhörer klatschten laut nach seiner Rede. Das Publikum klatschte, als das Konzert zu Ende war. Das Publikum bestand hauptsächlich aus Studenten. Die Zuschauer hielten den Atem an. Das Publikum erhob sich vor Tom applaudierend von den Sitzen. Das Publikum lachte. Das Publikum bemerkte, dass der Redner müde aussah. Das Publikum war gewaltig. Der Autor beschrieb den Mordfall sehr plastisch. Der Autor zeigt in dem Buch kein außergewöhnliches Talent. Der Autor illustrierte sein Buch mit vielen Bildern. Der Autor ist Brasilianer. Der Autor ist 70, aber er ist nicht weniger produktiv als vor 20 Jahren. Der Schriftsteller beging Selbstmord in seinem Arbeitszimmer. Der Autor dieses Artikels ist ein bekannter Kritiker. Der Autor dieses Buches ist noch jung. Der Autor schenkte mir ein Exemplar seines neuesten Buches. Der Autor wünschte anonym zu bleiben. Der Name des Verfassers ist uns bekannt. Die Behörden bemühen sich vergebens, die Währung zu stabilisieren. Die Autoindustrie stellt wieder ein. Das Auto stand mitten auf der Straße. Die Automobilindustrie ist eine der wichtigsten Branchen in Japan. Das Auto hielt an. Die Obduktion bestätigte, dass Tom an einer Schussverletzung starb. Der Herbstwind rauscht durch die Bäume. Der Herbstwind rauscht durch die Bäume. Die Lawine wurde von Skifahrern ausgelöst. Die Mädchen in dieser Klasse sind durchschnittlich über 155 cm groß. Der Durchschnitt von 3, 4 und 5 ist vierter. Die Durchschnittstemperatur ist gestiegen. Die Achse ist gebrochen. Die Säuglinge schreien. Die Babys werden von Freiwilligen versorgt. Das Baby erstickte fast an einem Bonbon. Das Baby schien ruhig zu schlafen. Das Baby scheint ständig hungrig zu sein. Das Kind kam verfrüht zur Welt. Das Baby kann stehen, aber noch nicht laufen. Das Baby kann nicht laufen, geschweige denn rennen. Das Baby weinte die ganze Nacht. Das Baby schrie nach Milch. Das Baby hat sich in den Schlaf geweint. Das Baby schrie laut. Die ganze Nacht hindurch weinte das Baby im Amal. Das Baby hat letzte Nacht nur geweint. Das Baby war nur am Weinen. Das Baby läuft noch nicht. Das Baby schlief in der Wiege ein. Das Baby schlief ein. Das Kindlein fiel in den Brunnen. Das Baby hat ein niedliches Gesicht. Das Baby weint schon seit fast 10 Minuten. Das Baby ist eingeschlafen. Das Baby weint endlich nicht mehr. Das Baby schlief in den Brunnen. Das Baby kann laufen. Das Baby schläft. Das Baby heißt Tom. Das Baby krabbelt jetzt. Der Säugling krabbelt. Das Baby schlief in den Brunnen. Das Baby weint. Das Kind könnte jetzt jeden Tag kommen. Das Baby schläft tief und fest. Das Baby sucht seine Mutter. Das Baby ist einen Tag alt. Der Säugling schreit. Das Baby schläft in der Wiege. Das Baby schläft auf dem Bett. Das Baby schläft gerade. Das Baby schläft noch. Das Baby weinte die ganze Nacht. Das Kind lag schlafend in der Wiege. Das Baby braucht seine Mutter. Das Baby braucht seine Mutter. Das Baby öffnete seinen Mund. Das Baby schien tief und fest zu schlafen. Das Baby schien tief und fest zu schlafen. Das Baby lächelte mich an. Bald schlief das Baby in der Wiege ein. Das Baby begann zu weinen. Das Baby begann zu weinen. Das Baby hörte auf zu schreien. Das Baby ähnelt seiner Mutter. Das Baby versuchte, an die rote Kerze auf dem Tisch zu kommen. Der Säugling schlief tief und fest in den Armen seiner Mutter. Das Baby schlief fest. Der Säugling schlief tief und fest in den Armen seiner Mutter. Das Baby war nackt. Das Baby war die ganze Nacht still. Das Baby schlief den ganzen Tag lang. Das Baby schlief in der Wiege. Der Säugling schlief tief und fest in den Armen seiner Mutter. Der Säugling schlief tief und fest in den Armen seiner Mutter. Das Baby schlief tief und fest. Das Baby planskte in der Badewanne. Das Baby wurde von seiner Großmutter versorgt. Das Baby wog bei der Geburt sieben Pfund. Das Baby wird bald laufen können. Das Baby wachte mitten in der Nacht auf. Das Kind Shen umfasste mit dem winzigen Händlein Thams Finger. Das Baby ist wach. Dem Baby geht es gut. Der Babysitter versuchte, das Baby in den Schlaf zu singen. Die Hintertür stand offen. Die Hintertür war weit geöffnet. Mein Nacken tut mir weh. Der Rücksitz des Autos fasst drei Personen. Die Rückständigkeit jenes Landes ist wohl bekannt. Der Speck riecht gut. Die Bakterien, die bei einem Kuss übertragen werden, helfen, das Immunsystem zu stärken. Die schlechte Ernte verursachte eine massive Lebensmittelknappheit. Der Gestank widerte uns an. Das Schlechte an den Minderwertigkeitskomplexen ist, dass sie die falschen Leute haben. Das schlechte Wetter griff seine Gesundheit an. Das schlechte Wetter führte zu vielen Unfällen. Das schlechte Wetter verzögerte den Abflug um zwei Stunden. Wegen des schlechten Wetters konnte Tom nicht an der Feier teilnehmen. Die Tasche ist vergessen worden. Die Tasche ist leer. Die Tasche ist voll. Die Tasche war so schwer, dass ich sie allein nicht tragen konnte. Das Gepäck ist versichert. Die Bäckerei im Dorf hat geschlossen. Das Gleichgewicht der Natur ist sehr zerbrechlich. Der Ball sprang hoch in die Luft. Der Ball sprang hoch hinauf. Der Ball flog durch die Luft. Der Ball traf sie ins Auge. Der Ball traf ihn an der linken Seite seines Kapps. Der Ball ging ins Netz. Jetzt bist du am Zug. Der Ball rollte über den Rasen. Der Ball rollte über die Straße. Der Ball rollte in den Bach hinein. Der Ball rollte am Boden auf mich zu. Der Ball rollte unter den Tisch. Der Ball ging ins Netz. Der Ball ging ins Netz. Jetzt bist du am Zug. Der Ballon schwebte die Straße entlang. Der Ballon ist mit Luft gefüllt. Der Ballon erhob sich in die Lüfte. Der Ballon erhob sich langsam. Der Bambus bog sich, aber er brach nicht. Das Verbot wird von keinem mehr ernst genommen. Die Bananen sind noch grün. Die Kapelle kam an der Spitze der Parade. Die Musikgruppe ist noch immer vereint. Die Musikkapelle spielte die Nationalhymne. Die Bank macht erst in einer Stunde auf. Die Bank lieh der Firma 1 Million Dollar. Die Bank ist am Sonntag geschlossen. Die Bank ist samstags nicht geöffnet. Die Bank hat sonntags nicht geöffnet. Die Bank lieh ihr 500 Dollar. Die Bank lieh ihm 500 Dollar. Die Bank lieh dem Unternehmen 1 Million Dollar. Die Bank öffnet um 9 und schließt um 15 Uhr. Die Bank weigerte sich, mir einen Kredit zu gewähren. Der Bankräuber schrie, keiner bewegt sich. Die Bank lehnte meinen Antrag auf ein Studentendarlehen ab. Jene Bank ist vor einer Woche überfallen worden. Die Gehaltskürzung des Bankkaufmanns war befristet, nicht dauerhaft. Die Banken haben heute zu. Banken sind samstags nicht geöffnet. Das Lokal schließt bald. Die Kneipe war proppenwoll. Die Schenke war so überfüllt, dass man sich kaum bewegen konnte. Die Kneipe war so verraucht, dass meine Augen zu brennen begannen. Die Kneipe, in der Tom arbeitet, hat wegen Alkoholabgabe an Minderjährige die Zulassung verloren. Der Friseur schnitt ihm die Haare. Der Barbier hat deine Haare sehr kurz geschnitten. Die Preisaktion wird von heute an drei Tage dauern. Der Bellende-Hund hielt Tom fast die ganze Nacht lang wach. Das Scheunentor war offen. Die Scheune ist voll von Landwirtschaftsgerät und Werkzeugen. Der Stall war leer. Die Scheune war klein, aber stabil. Die Scheune brennt. Die Scheunen sind voll von Korn. Das Fass ist voll. Der Barmann kam hinter dem Schanktisch hervor, um dem Kampf ein Ende zu machen. Der Tekenmann warf Tom aus der Kneipe. Der Schenk teilte mir mit, sie seien hier Stammgast. Der Schenk ging dorthin, wo Tom saß, und fragte ihn, was er trinken wolle. Das Baseballspiel wurde mit jedem Durchgang spannender. Das Baseballspiel wurde wegen des Regens verschoben. Das Baseballspiel wurde wegen Regens abgesagt. Das Baseballspiel wurde aufgrund des Regens abgesagt. Das Baseballspiel ist wegen starken Regens abgesagt worden. Das Baseballspiel wurde auf den nächsten Sonntag verschoben. Das Baseballspiel war so spannend, dass jeder bis ganz zum Schluss blieb. Die Baseballsaison hat angefangen. Die Baseballsaison fängt bald an. Das Baseballspiel ist sich sicher, das nächste Spiel zu gewinnen. Der Keller steht unter Wasser. Es war im Keller stockdunkel. Es gibt wahrscheinlich Probleme mit den Kellergeschossen der Häuser. Der Korb ist voller Äpfel. Der Korb ist mit Flaschen angefüllt. Der Korb war voller Erdbeeren. Der Korb war voller Äpfel. Der Korb war voller Erdbeeren. Der Basketball muss aufgepumpt werden. Das Badezimmer in Thams' neuem Haus ist doppelt so groß wie das in seinem alten. Das Bad ist unten. Das Badezimmer ist im ersten Stock. Das Badezimmer ist oben. Das Badezimmerfenster ist offen. Die Badewanne ist schmutzig. Die Badewanne muss gesäubert werden. Die Badewanne war mit heißem Wasser und Blütenblättern gefüllt. Das Bataillon kapitulierte vor dem Feind. Die Batterie ist leer. Die Batterie muss geladen werden. Die Batterie ist leer. Der Akku ist leer. Die Schlacht dauerte eine Woche. Die Schlacht war in wenigen Minuten vorüber. Der Kampf war im Wesentlichen vorbei. Am Strand können Kinder ausgezeichnet spielen. Der Strand ist voller Menschen. Der Strand liegt hier ganz in der Nähe. Der Strand wurde aufgrund der Sichtung von Haien geschlossen. Der Strand war voller Touristen. Die Strände auf Hawaii sind berühmt für ihre riesigen Wellen. Der Bär fraß einen Apfel. Der Bär ist ziemlich zahm und beißt nicht. Die Schönheit spottet jeglicher Beschreibung. Die Schönheit der Szenerie war unbeschreiblich. Die Schönheit des Sonnenaufgangs war unbeschreiblich. Das Bett in Thams Zimmer war nicht gemacht. Das Bett ist noch warm. Das Bett ist sehr gemütlich. Das Bett nimmt viel Platz ein. Die Schlafzimmervorhänge sind am Rand verblasst. Die Schlafzimmer sind nach Westen gerichtet. Die Betten sind unbequem. Die Biene ist zum Fenster hinausgeflogen. Das Bier schäumte über und floss am Glas herunter. Das Bier ist sehr kalt. Der Anfang der Geschichte war interessant. Die Glocke hatte schon geläutet, als ich in der Schule ankam. Die Glocke hat noch nicht geläutet. Die Glocke läutet. Die Klingel läutete und der Zug setzte sich in Bewegung. Die Glocke läutete. Die Glocke läutet zu Mittag. Der Page wird sie auf ihr Zimmer führen. Der Gürtel ist braun. Die besten Kekse, die ich je gegessen habe, sind die, welche deine Mutter mehr gebacken hat. Der beste Spieler zu allen Zeiten war Pele. Das Beste an der Teamarbeit ist, dass man, wenn etwas schief geht, immer jemand anderem die Schuld zuschieben kann. Es wäre das Beste für dich, die Arbeit selber zu machen. Die beste Zeit im Leben ist die Jugend. Die besten Fortschritte im Französischen macht man, wenn man mit Muttersprachlernen spricht. Auf die beste Art und Weise hilfst du uns durch Beiträge in deiner Muttersprache. Am besten lernt man französisch, wenn man in einem Land wohnt, wo man französisch spricht. Am besten lernt man eine Sprache, wenn man in einem Land lebt, wo sie gesprochen wird. Man kann am besten Gewicht verlieren, indem man weniger ist und mehr Sport treibt. Die Zukunft kann man am besten dadurch vorhersagen, dass man sie erfindet. Eine gute Tasse Kaffee verdirbt man am besten, indem man Zucker und Sahne hineinrührt. Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Das Fahrrad neben der Tür ist meins. Das Fahrrad ist meins. Das Fahrrad ist das eleganteste und effizienteste Verkehrsmittel, das jemals erfunden wurde. Das Fahrrad muss repariert werden. Das Fahrrad unter dem Baum gehört mir. Der große Kochtopf steht auf dem Küchentisch. Der große Fisch fraß den Kleinen. Die große Frage lautet, was machen wir jetzt? Die große Frage ist warum? Endlich ist das große Geheimnis gelüftet. Das große Schiff rammte ein Fischerboot. Je größer eine Stadt wird, desto schmutziger werden Luft und Wasser. Der größere gewinnt oftmals. Das Fahrrad quietschte und hielt an. Das Fahrrad gehört mir? Die Rechnung belief sich auf 100 Dollar. Die Rechnung belief sich auf 500 Dollar. Die Rechnung belief sich auf 300 Thaler. Die Rechnung beläuft sich auf 500 Dollar. Die Rechnung beläuft sich auf 5000 Yen. Die Rechnung ist am 1. des nächsten Monats zu begleichen. Der Gesetzentwurf wurde im letzten Moment bewilligt. Der Gesetzesentwurf passierte den Landtag. Die Rechnung belief sich auf 300 Thaler. Der Antrag wurde von einer überwältigenden Mehrheit angenommen. Das Gesetz wurde nach heftigen Auseinandersetzungen im Parlament verabschiedet. Der Gesetzesentwurf wurde mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Die Rechnung stimmt. Dankeschön. Bitte zahlen. Die Rechnungen stapeln sich immer mehr. Der Vogel ist weggeflogen. Der Vogel hatte einen gebrochenen Flügel. Der Vogel ist tot. Der Vogel ist in seinem Nest. Der Vogel auf dem Dach ist eine Krähe. Der Vogel spreizte die Flügel. Der Vogel war mit weißen Federn bedeckt. Der Vogel suchte Würmer. Der Vogel flog hör und hör in den Himmel. Der Flügel des Vogels war gebrochen. Die Vögel singen in den Bäumen. Die Vögel singen. Die Vögel sind so zahm. Sie werden dir aus der Hand fressen. Die Vögel flatterten mit den Flügeln. Die Vögel flogen in alle Richtungen auseinander. Die Vögel flogen in den Süden. Die Vögel im Käfig sind Kanarienvögel. Die Vögel sangen. Die Vögel scheinen es sich gut gehen zu lassen. Die Vögel sind in einer Gruppe geflogen. Die Vögel waren hungrig. Die Geburten und Sterberate waren fast gleich. Der Bischof erbarmte sich der verzweifelten Immigranten. Die schwarze Katze hat geschnurrt, als sie gestreichelt wurde. Der schwarze Hund rannte. Der schwarze gehört mir. Die Amsel ist ein bekannter Singvogel. Die Klinge war sehr scharf. Die blinden Männer gingen langsam. Die blinde Krankenschwester widmete sich der Pflege der Älteren. Die Blonde heißt Maria. Die höchst zulässige Blutalkoholkonzentration im Straßenverkehr beträgt in Texas 0,8 Promille. Das Blut an meinem Hemd ist das meines Bruders. Das Blut war hellrot. Die Bluse ist sauber. Der blaue ist Thameswagen. Das blaue Auto ist teuer. Das Blau ihrer Augen steht im Kontrast zu ihrer ziemlich dunklen Haut. Die blauen Rosen sind sehr schön. Der blaue Himmel schien sich ewig weit zu erstrecken. Das Brett ist etwa zwei Meter lang. Der Vorstand muss die Pläne noch absegnen. Der Vorstand muss die Pläne noch absegnen. Der Vorstand beschloss einstimmig, sie zur Vorsitzenden zu ernennen. Das wird der Vorstand entscheiden. Das Boot ankerte nahe der Küste. Das Boot driftete stromabwärts. Das Boot trieb aufs Meer hinaus. Das Boot hielt sich dicht an der Küste. Das Boot ist voll. Das Schiff fuhr unter einer Brücke durch. Das Schiff fuhr unter der Brücke durch. Das Boot segelte über den Pazifischen Ozean. Das Boot sank während des Sturms. Das Boot sank in Sekundenschnelle. Das Boot sank auf den Grund des Sees. Das Boot ist bis auf den Grund gesunken. Das Fährschiff ging unter und alle kamen um. Das Schiff näherte sich dem Ärmelkanal. Das Schiff war mit einer Radaranlage ausgerüstet. Die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Leiche ist noch nicht identifiziert worden. Der Personenschützer hatte einen Knopf im Ohr. Die Bombe hat Thams Haus in Schutt und Asche gelegt. Zum Glück war er da nicht zu Hause. Die Bombe verursachte großen Schaden, als sie explodierte. Die Bombe zerstörte drei Häuser. Die Bombe explodierte vor zwei Tagen. Die Bombe explodierte mit einem blendenden Blitz. Die Bombe wurde vom Räumkommando entschärft. Die Bombe wurde, wenige Augenblicke, ehe sie in die Luft gegangen wäre, entschärft. Die Bombe wird in zehn Sekunden explodieren. Das Buch, das ich gekauft habe, ist auf dem Schreibtisch. Das Buch, das ich letzte Woche gekauft habe, war wirklich interessant. Das in Thams Besitz befindliche Buch, das Maria lesen will, war ein Geschenk Johannes. Das Buch besteht aus 30 Kapiteln. Das Buch kostet 4 Dollar. Das Buch kostet 5 Dollar. Die Buchmesse findet in diesem Jahr leider nicht statt. Das Buch fiel zu Boden. Das Buch handelt von den Gesetzen. Das Buch ist gebunden und als Taschenbuch erhältlich. Das Buch ist hier. Das Buch ist meins. Das Buch ist jetzt bereit zur Veröffentlichung. Das Buch ist auf dem Tisch und der Stift liegt auf dem Fenster. Das Buch befindet sich auf dem Tisch. Das Buch ist vergriffen. Das Buch ist rot. Das Buch ist klein. Das Buch ist links neben der Tasse. Das Buch ist rechts neben der Tasse. Das Buch ist zu teuer. Das Buch ist weiß. Der Zustand des Bücks ist nicht so gut. Das Buch, das du suchst, liegt auf meinem Schreibtisch. Das Buch war besser als der Film. In dem Buch fehlten einige Seiten. Das Buch wurde nach dem Tod des Autors herausgegeben. Das Buch wurde 1689 veröffentlicht. Das Buch wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Das Buch hat gestern noch dargelegen. Das Buch, das du mir gegeben hast, ist sehr interessant. Das Buch, das du suchst, liegt auf meinem Schreibtisch. Der Zustand des Bücks ist nicht so gut. Der Zustand des Bücks ist nicht so gut. Die Illustrationen in dem Buch sind sehr gut. Der Zustand des Bücks ist nicht so gut. Das Buch ist weiß. Die Bücher liegen auf dem Schreibtisch. Die Bücher liegen auf dem Tisch. Die Bücher sind vom Regal gefallen. Die Bücher hier sind meine. Die Bücher, die du suchst, liegen auf meinem Schreibtisch. Die Bücher waren in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Das Bücherregal ist eingebaut. Der Buchladen gegenüber dem Bahnhof ist sehr groß. Die Buchhandlung ist geöffnet. Die Kränze ist geschlossen. Der Borscht steht im Kühlschrank. Der Chef bat um Thams Rücktritt. Der Chef zog in Erwägung, Tom zu entlassen, entschied sich dann aber dagegen. Der Chef musste ihm etwas Geld vorstrecken. Der Chef hat eine gute Meinung von ihrer Arbeit. Der Chef ist eine aufrichtige Person. Der Chef sucht einen Sündenbock. Die Chefin war sehr beschäftigt. Dem Chef gefällt Thams wird gemacht Einstellung. Der Chef ließ sie Tag und Nacht arbeiten. Der Chef sagte, dass es dringend sei. Der Chef drohte, mich zu entlassen. Der Chef quälte die Arbeiter mit seiner Kritik. Der Chef will dich sehen. Der Botanische Garten befindet sich neben dem Hauptgebäude der Universität. Der Pflanzenkundler studierte die Pflanzenwelt der abgelegenen Insel. Die Flasche, die Tom in Händen hielt, hatte ein violettes Etikett. Die Flasche enthielt Wein. Die Flasche ist fast voll. Die Flasche ist leer. Die Flasche ist voll. Die Flasche ist nicht voll. Die Flasche zerbrach in tausend Stücke. Die Flasche war kaputt. Die Flasche war mit etwas gefüllt, das aussah wie Sand. Die unteren 40% der Bevölkerung der Vereinigten Staaten verfügen nur über 0,3% des Reichtums. Kurzum, wir wollen Ergebnisse. Der Türsteher weigerte sich, Tom und seine Freunde hereinzulassen. Der Türsteher wollte Tom nicht hineinlassen. Der Türsteher wollte Tom nicht in die Disco lassen. Der Türsteher wollte ihn nicht hereinlassen. Die Schale enthält viele Sorten von Süßigkeiten. Die Schachtel ist fast leer. Die Schachtel ist von einem großen Blatt Papier zugedeckt. Die Kiste ist leer. Die Kiste ist voll. Die Kiste ist schwer. Die Kiste neigt sich zur Seite. Die Kiste ist so leicht, dass sie von einem Kind getragen werden kann. Die Kiste ist aus Holz. Dieser Karton ist zu schwer, um ihn zu tragen. Diese Kiste ist sehr schwer. Die Kiste ist nicht leer. Die Kiste war fast voll. Die Schachtel war leer, als ich sie öffnete. Die Kiste war voller Bücher. Die Kiste war schwer, aber er schaffte es, sie zu tragen. Die Kiste war so schwer, dass ich sie nicht bewegen konnte. Die Kiste war so schwer, dass ich sie nicht heben konnte. Die Kiste war zu schwer, sodass er sie nicht heben konnte. Der Karton war zu schwer. Diese Kiste wird als Tisch dienen. Der Boxer musste für den Titel Kampfgewicht verlieren. Der Junge, dem ich geholfen habe, ist Tom. Der Junge, den ich liebe, erwidert meine Liebe nicht. Der Junge, den ich für ehrlich gehalten hatte, hat mich betrogen. Der Junge gab zu, die Vase zerbrochen zu haben. Der Junge wäre beinahe ertrunken. Der Junge und sein Onkel saßen sich am Tisch gegenüber. Der Junge gab seinem Vater wieder Worte. Der Junge fing an zu weinen. Der Junge fing an, Krach zu machen. Der Junge begann zu kreischen. Der Junge hat ein Buch gekauft. Der Junge hat einen Hund gekauft. Der Junge verbeugte sich vor mir. Der Junge kam zurück. Der Junge kam angelaufen. Der Junge kann bis zehn zählen. Der Junge kann keine zehn Minuten still sein. Der Junge schnitzte seinen Namen in den Baum. Der Junge fasste die Katze beim Schwanz. Der Junge ergriff den Hund beim Schwanz. Der Junge beklagte sich über Kopfschmerzen. Der Junge betrachtete den Delfin als seinen besten Freund. Der Junge konnte nicht aus dem Ehrgarten herausfinden. Der Junge stopfte seine ganze Kleidung in die Tasche. Der Junge schnitt den Kuchen in zwei Hälften. Der Junge leugnete, das Fahrrad gestohlen zu haben. Der Junge änderte seine Meinung nicht. Dieser Junge kann sich nicht benehmen. Der Junge zeichnete ein Bild an die Wand. Der Junge grub für seinen Hund, der gestorben war, ein Grab. Der Junge kam durch die Hintertür herein. Der Junge fiel in Ohnmacht, aber er kam wieder zu sich, als wir sein Gesicht mit Wasser besprühten. Der Junge hatte Angst vor der Dunkelheit. Der Junge fiel hin und schürfte sich das Knie auf. Der Junge ist von der Brücke gefallen. Der Junge fiel vom Fahrrad und brach sich den Schädel. Der Junge sammelte eine Handvoll Erdnüsse und legte sie in eine kleine Schachtel. Der Junge überließ seinen Sitz im Bus dem alten Mann. Der Junge bekam schmutzige Hände. Der Junge verehrte sich im Wald. Der Junge fasste die Katze beim Schwanz. Aus dem Jungen ist ein berühmter Wissenschaftler geworden. Der Junge wuchs zu einem großen Staatsmann heran. Der Junge hatte schlechte Zähne, weil er es mit dem Zähneputzen nicht so genau nahm. Der Junge hatte den Teller augenblicklich geleert. Der Junge war so freundlich, uns herumzuführen. Der Junge hat eine Zeitung. Der Junge hält eine Uhr in der Hand. Der Junge hat einen Apfel in seiner Tasche. Der Junge hat lesen gelernt. Der Junge war noch nie im Zoo. Der Junge hat nichts zu essen. Der Junge hat seiner kleinen Schwester das Spielzeug weggenommen. Der Junge versteckte sich hinter der Tür. Der Junge traf den Ball mit seinem neuen Schläger. Der Junge kann sich alles merken, was er liest. Der Junge klammert sich an seine Mutter. Der Junge springt. Der Junge ist nett. Der Junge ist dort drüben. Der Junge spielt mit seinen Spielzeugsoldaten. Der Junge schwimmt gerade mit seinen Freunden. Der Junge ist groß für sein Alter. Der Junge hat Durst. Der Junge ist völlig abhängig von seinen Eltern. Der Junge ist sehr ehrlich. Der Junge hat eine Brille auf. Der Junge sprang ins Wasser. Der Junge küsste das Mädchen. Der Junge warf das Glas um. Der Junge lag da und hörte Radio. Der Junge hob die schwere Kiste mit nur einer Hand an. Der Junge achtete darauf, dass seine Bleistifte gespitzt waren. Der Junge sah wie ein Erwachsener aus. Der Junge hat in einem Straßenkampf sein Ohr verloren. Der Junge verehrte sich im Wald. Der Junge machte sich über das Mädchen lustig. Der Junge machte seine Eltern glücklich. Der Junge verhöhnte seinen Freund, dass er ein Feigling wäre. Der Junge wäre fast ertrunken. Der Junge von nebenan ist kopfvoran vom Baum gefallen. Der Junge beobachtete die Vögel den ganzen Tag lang. Der Junge öffnete das Fenster, obwohl seine Mutter es ihm verboten hatte. Der Junge guckte zum Fenster herein. Der Junge, der die Gitarre spielt, ist Tom. Der Junge, der Gitarre spielt, ist mein Bruder. Der Junge presste sein Gesicht gegen die Schaufensterscheibe. Der Junge gab vor, lesen zu können, aber er hielt das Buch falsch herum. Der Junge steckte die Hände in die Taschen. Der Junge rannte weg. Der Junge, der da ein Buch liest, ist Tom. Der Junge ließ einen Vogel aus dem Käfig frei. Der Junge schwieg. Der Junge, der das Boot rudert, ist ein Freund von mir. Der Junge sagte, das Taxi habe sich im Nebel aufgelöst. Der Junge saß auf einem Stuhl. Die Pfadfinder gingen von Tür zu Tür, um selbst angefertigte Sachen zu verkaufen. Der Junge scheint eine ganze Menge über Pflanzen zu wissen. Der Junge gab bei allen mit seinem neuen Fahrrad an. Der Junge, der da ein Lied singt, ist mein Bruder. Der Junge da drüben ist Tom. Der Junge verschüttete die Tinte, aber er tat es nicht absichtlich. Der Junge, der dort drüben steht, ist mein Sohn. Der Junge blieb still stehen. Der Junge kommt nach seinem Vater. Der Junge spricht, als wäre er ein Mann. Der Junge schmiss einen Stein nach dem Frosch. Der Junge warf einen Stein. Der Junge stopfte das Geld in seine Tasche. Der Junge erzählte es zuallererst seiner Mutter, als er nach Hause kam. Der Junge achtete nicht auf den Rat des Vaters. Der Junge zog sich aus und schlüpfte in seinen Schlafanzug. Der Junge nahm das Radio auseinander. Der Junge versuchte, mit Städtchen zu essen. Der Junge versuchte, das schwere Sofa zu bewegen. Der Junge versuchte, ein Mann zu sein und nicht zu weinen. Der Junge versuchte, den toten Ast abzusägen. Der Junge ist oft bei mir vorbeigekommen. Der Junge fehlte gestern in der Schule, weil er krank war. Der Junge wurde an der Schule aufgenommen. Der Junge fürchtete sich vor der Dunkelheit. Der Junge war fast ertrunken. Der Junge weinte im Zimmer. Der Junge war satt. Der Junge beobachtete einen Schwarm Karpfen im Teich. Der Junge wurde von allen ausgelacht. Der Junge lag bäuchlings und sah fern. Der Junge suchte nach dem verlegten Schlüssel. Der Junge war still. Der Junge wurde in die Sklaverei verkauft. Der Junge war müde. Der Junge lief ziellos durch die Stadt. Der Junge beobachtete die Schafe. Der autowaschende Junge ist mein Bruder. Der Junge fuhr mit einem Flossfluss abwärts. Der Junge ist mit Socken ins Bett gegangen. Der Gitarre spielende Junge ist mein Bruder. Der Junge von nebenan kommt oft erst spät nach Hause. Der Junge, der dort drüben mit Maria zusammen schwimmt, ist mein jüngerer Bruder. Der Junge wird auf sie warten, bis sie zurückkommen. Der Junge, den sie gestern bei mir zu Hause kennengelernt haben, kann ziemlich gut Schlagzeug spielen. Die Probleme des Jungen sind körperlich, nicht geistig, bedingt. Der Boykott dauerte etwas mehr als ein Jahr. Die Jungen und Mädchen bildeten zum Tanzpaare. Die Jungs stellen Fragen. Die Jungen sind aufgeregt. Den Jungs geht's gut. Die Jungen machen Lärm. Die Jungen spielen noch im Sandkasten. Die Jungs sind durstig. Die Jungen haben das Radio kaputt gemacht. Die Jungen im Dorf verlachten mich. Die Jungen blieben still. Die Jungen lachten Tom aus. Die Jungs haben aufmerksam zugehört. Die Jungen machten sich über die Mädchen lustig. Die Jungen spielten Räuber und Gendarm. Die Basketball spielenden Jungen sind meine Klassenkameraden. Die Jungen schwammen im Fluss. Die Jungen unterhielten sich über Sport. Die Jungen unterhielten sich über Videospiele. Die Jungen waren genauso nervös wie die Mädchen. Die Jungen waren völlig schlammbedeckt. Die Jungen waren von der Musik begeistert. Die Jungen wurden verletzt. Die Jungen waren ruhig. Die Jungen tuschelten untereinander. Das Fahrrad der Jungen ist in der Garage. Das Gehirn hat keine Schmerzerezeptoren. Das Gehirn braucht kontinuierliche Blutzufuhr. Die Bremse versagte. Die Bremse versagte. Die Bremsen versagten. Das Brandeisen war rotglühend. Das Blasorchester spielte drei Märsche. Der mutige Kapitän rettete sein Schiff. Der mutige Feuerwehrmann rettete einen Jungen aus dem brennenden Haus. Das Brot, das ich im Supermarkt gekauft habe, schmeckte nicht besonders. Das Brot, das ich im Supermarkt gekauft habe, schmeckt nicht besonders. Das Brot backt im Ofen. Das Brot ist frisch. Das Brot ist hart. Das Brot ist nicht frisch. Das Brot ist altbacken. Das Brot ist noch warm. Das Brot riecht wirklich gut. Das Brot, das ich im Supermarkt gekauft habe, schmeckte nicht besonders. Das Brot, das ich im Supermarkt gekauft habe, schmeckt nicht besonders. Das Brot war schimmlig, aber Tom aß es trotzdem. Das Brot war noch warm. Das Brot backt im Ofen. Die Pause ist vorbei. Das Frühstücksgeschirr war immer noch im Waschbecken. Die Brutzeit vieler Vögel ist im Frühjahr. Der Windzug hat die Tür zugeschlagen. Die Braut sah sehr hübsch aus. Die Braut lachte plötzlich. Die Braut trug ein weißes Hochzeitskleid. Der Vater der Braut kam zu spät zur Trauung. Die Brücke zwischen Dänemark und Schweden ist fast acht Kilometer lang. Die Brücke fiel zusammen, als eines der Kabel riss. Die Brücke fiel zusammen, als eines der Kabel riss. Die Brücke brach zusammen. Die Brücke hat viel Geld gekostet. Die Brücke ist ungefähr eine Meile lang. Die Brücke wird gerade neu angestrichen. Die Brücke wird gerade repariert. Die Brücke besteht aus Holz. Die Brücke ist für den Straßenverkehr gesperrt. Die Brücke ist gesperrt. Die Brücke ist für den Verkehr geöffnet. Die Brücke befindet sich noch im Bau. An der Brücke wird gebaut. Die Brücke ist sehr lang und sehr hoch. Die Brücke ist von den Römern erbaut worden. Die Brücke wurde von der Flut weggespült. Die Brücke wird bis zum Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Der Bau der Brücke wird Monate länger dauern und Millionen von Dollar mehr kosten, als man zunächst annahm. Das zerbrochene Fenster war mit Brettern zugenagelt. Aus der Distanz schaut die Bronze-Statue recht hübsch aus. Die Brüder hassen sich. Der braune Hut ist alt. Der Eimer ist voll mit Wasser. Der Eimer war voller Regenwasser. Aufgrund der Wirtschaft unterliegt das Budget Schwankungen. Das Budget muss ausgeglichen sein. Das Budget des Films war sehr begrenzt. Der Käfer ist noch am Leben. Das Haus stürzte bei dem Erdbeben ein. Das Gebäude ist evakuiert worden. Das Gebäude verfügt von allen Seiten über Ausgänge. Das Gebäude hat keinen Notausgang. Das Gebäude befindet sich bereits im Bau. Das Gebäude wird abgerissen. Das Gebäude wird derzeit von einer regionalen Kulturstiftung verwaltet. Das Gebäude wird derzeit von einer regionalen Kulturstiftung verwaltet. Das Gebäude ist von einem Stacheldrahtzaun umgeben. Das Gebäude befindet sich im Bau. Das Gebäude auf dem Hügel ist unsere Schule. Das Gebäude, das ich sah, das war sehr groß. Das Gebäude wurde 1960 errichtet. Das Gebäude wurde durch einen Brand schwer beschädigt. Das Gebäude wurde vor dem Abriss bewahrt. Das Gebäude wurde durch das Erdbeben völlig zerstört. Die Gebäude sind im Vergleich zu den Wolkenkratzern in New York klein. Die Gebäude sehen so winzig aus. Die Gebäude schwankten während des Erdbebens. Die Gebäude wurden letzte Nacht bei dem Sturm beschädigt. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Der Stier entkam aus dem Ring. Die Kugel traf ihr Ziel. Die Kugel verfehlte Tom. Die Kugel durchschoss seinen Arm. Die Schreibtischschublade hatte mehrere Unterteilungen. Der Einbrecher stieg am helllichten Tage bei der Post ein. Der Einbrecher kam durch ein Fenster. Der Einbrecher gelangte durch ein Fenster in das Haus. Der Einbrecher verschaffte sich über ein unv-erschlossenes Seitenfenster Zugang zum Haus. Der Einbrecher verschaffte sich durch diese Tür Zugang zu dem Haus. Der Einbrecher kam durch die Haustür, die nicht abgeschlossen worden war. Der Einbrecher schloss das Paar im Keller ein. Der Einbrecher bedrohte das Opfer mit seiner Pistole. Der Dieb hat mir mit einem Seil die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Die Einbrecher kamen unter dem Schutz der Dunkelheit. Das Verbrennen von Kohle ist für 40% des Ausstoßes von Treibhausgasen in Australien verantwortlich. Der Bus kam leer an. Der Bus kam pünktlich an. Der Bus kam 10 Minuten zu spät. Der Bus verspätete sich um eine halbe Stunde. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste an Bord des Busses. Der Bus kommt nicht immer pünktlich. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Busfahrer streiken heute. Die Busfahrer streiken heute. Der Bus war schon weggefahren, als ich die Haltestelle erreichte. Der Bus war bereits abgefahren, als meine Frau mit dem Anziehen fertig war. Der Bus ist schon abgefahren. Der Bus ist da. Der Bus hat eine Panne. Der Bus ist gerade abgefahren. Der Bus ist noch nicht gekommen. Der Bus hat Verspätung. Der Bus kann 30 Personen befördern. Der Bus kommt gleich. Der Bus ist voll. Du musst auf den nächsten warten. Das Bus ist da. Der Bus kommt wieder zu spät. Der Bus ist langsam. Wenn es regnet, ist der Autobus gewöhnlich verspätet. Der Bus ist gerade abgefahren. Der Bus fährt alle 15 Minuten. Alle 10 Minuten fährt ein Bus. Der Bus fährt in etwa 2 Minuten ab. Der Bus fuhr 5 Minuten vor der Zeit ab. Die Busfahrt dauerte 3 Stunden. Der Bus sollte bald ankommen. Der Autobus müsste bald kommen. Der Bus müsste bald hier sein. Der Bus ist noch immer nicht angekommen. Die Bushaltestelle ist auf der anderen Straßenseite. Man kann die Bushaltestelle von hier in 5 Minuten zu Fuß erreichen. Die Bushaltestelle ist in der Nähe unserer Schule. Der Bus hielt plötzlich mitten auf der Straße an. Der Bus hielt, um Fahrgäste aufzunehmen. Der Bus hielt, doch niemand stieg aus. Der Bus hielt, doch niemand stieg aus. Der Bus hielt an. Der Bus hält nahe an der Bibliothek. Der Bus hält hier. Der Bus hält vor meinem Haus. Der Bus hält nahe an der Bibliothek. Der Bus bog um die Ecke. Der Bus fuhr um die Ecke und hielt. Der Bus war im Begriff abzufahren. Der Bus war klimatisiert. Der Bus war fast vollständig leer. Der Bus war fast leer. Der Bus war bereits in Bewegung, als er versuchte einzusteigen. Der Bus war überfüllt. Der Bus war leer, bis auf eine ältere Dame. Der Bus fuhr in Richtung Norden. Der Bus hatte wegen des Staus Verspätung. Der Bus hat sich 10 Minuten verspätet. Der Bus kam 2 Minuten zu früh. Der Bus war völlig überfüllt. Der Bus war nicht klimatisiert. Der Bus fuhr, ohne zu halten, vorbei. Der Bus fuhr an der Haltestelle vorbei. Der Bus wird in 15 Minuten an der Haltestelle ankommen. Der Bus kommt in ein paar Minuten. Der Bus wird in 3 Minuten abfahren. Busfahren wird dauern. Der Bus bringt dich in die Innenstadt. Der Bus, den sie brauchen, hält hier nicht. Wenn es regnet, haben die Busse gewöhnlich Verspätung. Die Busse fahren alle 10 Minuten. Der Bus brennt. Die am meisten zu tun haben, finden die meiste Zeit. Das Unternehmen hat den Besitzer gewechselt. Die beschäftigte Frau ignorierte das klingelnde Telefon. Die Metzgerei verkauft gemischte Aufschnitte. Der Butler brachte Tom seinen Kaffee. Der Butler öffnete die Tür. Die Butter ist ranzig geworden. Die Knopfbatterie des Zeitgebers in meinem Rechner hat sich verbraucht. Der Knopf löste sich. Das Kaufen und Verkaufen persönlicher Daten von Leuten wird eine wichtige Angelegenheit. Der Summer ertönte. In der Hütte gab es weder Strom noch Wasser. Schlussendlich reichte der Kabinettsminister seinen Rücktritt ein. Das Kabinett ist zurückgetreten. Das Café wird von Studenten betrieben. Die Kantine war brechend voll. In der Cafeteria war sehr viel Betrieb. Der Käfig ist offen. Der Kuchen ist nichts geworden, weil das Verfalldatum des Mehls überschritten war. Der Anschnitt der Torte fängt gleich an. Der Kuchen kühlt auf der Arbeitsfläche ab. Der Kuchen schmeckt herrlich. Der Kuchen ist in der Küche. Der Kuchen ist jetzt im Ofen und müsste in 10 Minuten soweit sein, dass wir ihn herausholen können. Der Kuchen ist noch im Ofen. Der Kuchen ist noch warm. Der Kuchen, den Tom gebacken hatte, schmeckte nicht. Der Kuchen wimmelte von Ameisen. Der Kuchen hat sehr gut geschmeckt. Die Kuchen könnten bald ausverkauft sein. Der Taschenrechner ist eine tolle Erfindung. Der Taschenrechner auf dem Tisch ist meiner. Der Kalender hängt an der Wand. Der Anruf ist gebührenfrei. Der Anrufer weigerte sich, uns seinen Namen anzugeben. Die Kampagne hatte Erfolg und er gewann die Wahl. Die Seltö sangen am Lagerfeuer Lieder. Das Lagerfeuer brennt noch immer. Der Campingplatz ist schon voll. Der Kanarienvogel ist in dem Käfig, der auf dem Fensterbrett ist. Der Kanarienvogel ist in dem Käfig, der auf dem Fensterbrett ist. Der Krebs hatte sich auf mehrere Organe ausgebreitet. Der Krebs musste sofort entfernt werden. Die Kerze erlosch. Die Kerze brannte die ganze Nacht. Das Kerzenlicht flackerte einige Male und erlosch dann. Die Kerze riecht gut. Die Kerze ging von alleine aus. Die Kerzen brannten so weit ab, dass kaum noch ein Daumen breit im Halter steckte. Die Hauptstadt der Niederlande ist Amsterdam. Die Hauptstadt von Australien ist Canberra, nicht Melbourne. Die Hauptstadt von Brasilien ist Brasilia. Die Hauptstadt von Frankreich ist Paris. Die Hauptstadt von Griechenland ist Athen. Die Hauptstadt Ungarns ist Budapest. Die Hauptstadt Indiens ist Neu-Delhi. Die Hauptstadt Italiens ist Rom. Die Hauptstadt Japans ist Tokio. Die Hauptstadt Mexikos ist die größte Stadt Lateinamerikas. Die Hauptstadt von Polen ist Warschau. Die Hauptstadt der Ukraine ist Kiew. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. Der Kapitän versicherte uns, dass keine Gefahr bestehe. Der Kapitän kontrolliert das ganze Schiff. Der Kapitän ordnete an, das Schiff aufzugeben. Der Kapitän hat den Befehl gegeben. Der Kapitän ist noch nicht an Bord des Schiffes. Der Kapitän ist für die Sicherheit der Passagiere verantwortlich. Der Hauptmann befahl seinen Männern, sofort anzutreten. Der Schiffsführer war die letzte Person, die das untergehende Schiff verließ. Der Kapitän begann mit 19 Jahren, zur See zu fahren. Der Kapitän ist noch nicht an Bord des Schiffes. Das Auto, das ich bei Ihnen gemietet habe, ist defekt. Die Wagen und die Sitznummer stehen auf der Fahrkarte. Die Autobatterie ist leer. Das Auto hatte eine Panne 5 Meilen außerhalb der Stadt. Das Auto hatte eine Panne. Die Stoßstange nahm einen Teil des Stoßes auf. Das Auto kam zu einem sanften Halt. Das Auto verunglückte, weil der Fahrer unvorsichtig war. Das Auto stieß mit dem LKW zusammen. Das Auto fuhr gegen die Mauer. Das Auto bewegte sich nicht. Das Auto explodierte kurz nach dem Zusammenprall. Der Wagen ist im Schlamm stecken geblieben. Das Auto hat einen neuen Motor. Das Auto, das er fährt, ist nicht seins. Das Auto fuhr gegen einen Telegrafenmast. Das Auto fuhr gegen einen Baum. Der Wagen hat fast keinen Treibstoff mehr. Das Auto ist blau. Der Wagen steht vor der Garage. Das Auto ist in der Garage. Das Auto steht im Weg. Bitte fahren Sie es weg. Das Auto steht heute nicht zur Verfügung. Das Auto ist vor dem Gebäude geparkt. Der Wagen steht bereit. Das Auto ist Silber. Das Auto ist sehr schnell. Das Auto ist keine Reparatur mehr wert. Das Auto sah aus wie neu. Der Wagen bog nach links ab. Das Auto vollführte eine abrupte Wendung. Der Wagen fuhr sehr langsam. Das Auto fuhr durch ein Tor. Das Auto hielt vor der Bank an. Das Auto fuhr gegen einen Baum. Das Auto geriet auf dem Eis ins Schlittern. Das Auto ist stehen geblieben, da du die Kupplung nicht getreten hast. Der Motor ging an. Die Auto-Stereo-Anlage funktioniert nicht. Der Wagen hielt mitten auf der Straße. Das Auto hielt an. Das Auto überschlug sich und ging in Flammen auf. Das Auto blieb im Schlamm stecken. Das Auto geriet auf dem Eis ins Schlittern. Das Auto springt nicht an. Der Wagen wollte nicht anspringen. Der Wagen hat fast keinen Treibstoff mehr. Die Antenne des Wagens ist in die Windschutzscheibe integriert. Der linke Blinker des Autos war defekt. Der Wagen steht gegenüber dem Gebäude. Der Tank des Autos ist voll. Die Karte war bis Januar 2006 gültig. Die Kardinäle haben einen neuen Papst gewählt. Das Frachtschiff kam fünf Stunden früher an. Der Tischler vermisst den Boden. Die Karotten können geerntet werden. Die Karotten kosten drei Dollar. Die Autos stießen frontal zusammen. Die Autos stießen zusammen. Die Autos düsten davon. Der Karren stand im Schuppen. Der Fall ist erledigt. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt. Der Kassierer verpackte die Lebensmittel des Kunden in eine Tüte. Der Kassierer lächelte und wünschte Tom einen schönen Tag. Der Kassierer war ein sehr ehrlicher Mann. Das Publikum erhob sich vor den Schauspielern applaudierend von den Plätzen. Der Guss der Statue wurde aufgeschoben. Das Kastell kann ganzjährig besichtigt werden. Das Kastell kann ganzjährig besichtigt werden. Das Schloss ist wieder errichtet worden und öffentlich zugänglich. Die Burg ist auf der anderen Seite des Flusses. Das Schloss ist schön. Das Schloss ist beeindruckend. Das Schloss ist auf der anderen Flussseite. Die Burg ist einen Besuch wert. Im Schloss spukt es vielleicht. Das Schloss wurde 1485 zerstört und nie wieder aufgebaut. Das Schloss wurde in ein fantastisches Museum umgewandelt. Die Katze machte einen Buckel und streckte sich. Die Katze machte einen Buckel. Die Katze fraß die Maus. Die Katze wurde beinahe von einem LKW überfahren. Die Katze fing eine Maus. Die Katze fing die Ratten. Die Katze jagte die Maus, aber konnte sie nicht fangen. Die Katze jagte die Maus. Die Katze kletterte auf den Baum. Die Katze hatte sich an ihre Kleidung gekrallt. Die Katze schlich sich an den Vogel heran. Die Katze ist unter die Hecke gekrochen. Die Katze kauerte nieder, zum Sprung bereit. Die Katze bewegte keinen Muskel. Die Katze scheint nicht glücklich darüber, uns zu sehen. Die Katze trinkt Milch. Die Katze grob ihre Krallen in meine Hand. Die Katze wurde böse und fauchte Tom an. Die Katze hat angefangen, sich seltsam zu benehmen. Die Katze versteckte sich zwischen den Zweigen. Die Katze fauchte Tom an. Die Katze ist putzig. Die Katze schläft. Die Katze ist schwarz. Die Katze ist braun. Die Katze frisst. Die Katze versteckt sich unter dem Sofa. Die Katze hat Hunger. Die Katze ist in ihrem Korb. Die Katze ist im Haus. Die Katze ist in der Küche. Die Katze ist im Brunnen. Die Katze ist im Karton. Die Katze ist träge. Die Katze sieht sich den Fisch an. Die Katze ist nicht tot. Die Katze schläft jetzt. Die Katze ist auf dem Tisch. Die Katze spielt mit dem Ball. Die Katze ist in Sicherheit. Die Katze sitzt auf dem Tisch. Die Katze schläft jetzt. Die Katze schläft auf dem Stuhl. Die Katze schläft auf dem Kanapi. Die Katze schläft auf dem Tisch. Die Katze schläft. Die Katze ist unter dem Bett. Die Katze ist unter dem Stuhl. Die Katze ist unter dem Sofa. Die Katze ist sehr niedlich. Die Katze wartet zu Hause auf sie. Die Katze beobachtet den Fisch. Die Katze ist nass. Die Katze sprang Tom auf die Schulter. Die Katze schläft gern neben mir. Die Katze sieht gepflegt und wohlgenährt aus. Die Katze mag es, im Garten zu spielen. Die Katze schmiegte sich an Tom. Die Katze spielte mit der Spielzeugmaus. Die Katze hielt die Nase in den Topf. Die Katze lief der Ratte hinterher. Die Katze zog ihre Krallen ein. Der Kater ruinierte mein Sofa. Die Katze hat mich erschreckt. Die Katze scheint über die Maßen glücklich zu sein. Die Katze scheint etwas Wasser zu wollen. Die Katze schläft neben dem Sofa. Die Katze schläft auf dem Tisch. Die Katze schlief auf dem Tisch. Die Katze näherte sich langsam der Maus an. Die Katze sprang den Vogel an. Die Katze begann, am Teppich zu kratzen. Die Katze hat sämtliche Fäden verheddert. Die Katze will raus. Die Katze will raus. Die Katze eahlte sich in der Sonne. Der Kater wurde nicht lebendig begraben. Er überlebte. Die Katze war auf dem Tisch. Die Katze spielte mit einer lebenden Maus. Die Katze erschreckt durch das unvertraute Geräusch. Die Katze schläft auf dem kleinen Teppich vor dem Kamin. Die Katze schläft. Die Katze schläft auf dem kleinen Teppich vor dem Kamin. Die Katze schläft. Das Katapult schleuderte den Felsen über die Schlossmauern. Die Katze ist abgebrannt. Die Katze geht auf das Mittelalter zurück. Die Katze wurde durch ein Erdbeben zerstört. Die Katze schlug soeben drei Uhr. Die Katzen haben Angst vor Wasser. Die Katzen miauen. Die Katzen sind am Schnurren. Die Katzen sind in Sicherheit. Das Vieh ist mit Brandzeichen gekennzeichnet. Die Rinder verhungern. Die Todesursache scheint eine Schussverletzung zu sein. Der Grund seines Todes bleibt noch ein Rätsel. Die Ursache für den Unfall ist uns nicht bekannt. Die Unfallursache ist noch immer nicht klar. Die Ursache des Unfalls ist ungeklärt. Die Brandursache ist unbekannt. Die Ursache der Brandes ist bislang unbekannt. Die Ursache des Brandes war sein Zigarettenstummel. Die Ursache des Brandes war unbekannt. Die Kaffalerie kam gestern an. Die Kaffalerie griff den Feind an. Die Kaffalerie ist in Position. Die Höhle ist einfach zu erreichen. Die Höhle war so dunkel, dass sie ihren Weg ertasten mussten. Das Fest endete mit einer spektakulären Feuerwerksvorführung. Der Keller ist überschwemmt. Das Cello ist ein Seiteninstrument. Der Kitt war noch feucht. Die Mitte einer Zielscheibe nennt man das Schwarze. Die Feier ist vorbei. Die Zeremonie fand am Nachmittag statt. Die Zeremonie war eindrucksvoll. Die Zeremonie war sehr beeindruckend. Die Zeremonie wird im Gemeindehaus stattfinden. Die Zeremonie wird am 20. Oktober stattfinden. Die Zeremonie wird morgen stattfinden. Der Stuhl gab nach, als sich Tom da aufsetzte, und er fiel krachend auf den Boden, wobei er sich den Rücken verletzte. Der Stuhl ist noch nicht angekommen. Der Stuhl ist zerbrochen. Der Stuhl ist aus Holz. Der Stuhl ist nicht in Fensternähe. Der Stuhl ist mehr zu niedrig. Der Stuhl muss repariert werden. Der Vorsitzende wird zurücktreten. Der Vorsitzende eröffnete die Konferenz. Der Vorsitzende schnitt mir das Wort ab. Die Stühle bestehen aus einem Kunststoff. Die Stühle sind aus Holz gemacht. Die Stühle lassen sich gut aufeinander stapeln. Der Sektkorken knallte. Der Wetterumschwung kam plötzlich. Der Wetterumschwung kam plötzlich. Die Änderungen wurden nicht gemacht. Die Anklage wurde fallen gelassen. Die Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Der Fahrer öffnete die Tür. Die niedrigen Preise verleiteten mich, Dinge zu kaufen, die ich nicht brauchte. Der Scheck ist geplatzt. Der Scheck ist bei der Post verloren gegangen. Der Scheck muss bei der Post verloren gegangen sein. Bitte zahlen. Der Käse musste weggeworfen werden. Der Käse musste weggeworfen werden. Der Käse war köstlich. Der Käsekuchen schmeckte zu süß. Der Koch kam an unseren Tisch. Die chemische Formel für Wasser ist H.O. Die Chemikalien, die den Kühlschrank kühlen, erwärmen den Planeten. Jetzt ist die beste Zeit, die Kirschblüten zu bewundern. Die Kirschblüten in Üno sind jetzt am schönsten. Die Kirsche blüht im April. Die Kirschbäume stehen in voller Blüte. Die Truhe ist knapp einen Meter breit. Das Küken ist schon aus dem Ei geschlüpft. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Das Huhn ist verkocht. Das Huhn ist nicht durch. Das Huhn hat heute Morgen ein Ei gelegt. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Das Huhn war vorzüglich. Das Huhn war vorzüglich. Die Hühner wurden von einem Fuchs gerissen. Das Kind nervte ihn mit Fragen. Das Kind bestieg das Flugzeug mit guter Laune. Das Kind rief laut um Hilfe. Das Kind fiel aus dem Bett. Das Kind hat ein scharfes Gehör. Das Kind wird bald sieben. Das Kind schläft auf dem Bauch. Das Kind vermisste seine Mutter sehr. Das Kind bot dem Besucher eine Blume an. Das Kind hat Blumen gemalt. Das Kind hob einen kleinen Stein auf. Das Kind protestierte dagegen, die Medizin schlucken zu müssen. Das Kind stellt Erwachsene in den Schatten. Das Kind rannte zu seiner Mutter. Das Kind schlief auf dem Schuss seiner Mutter. Das Kind warf einen Stein nach dem Hund. Das Kind stürzte die Treppe hinunter. Das Kind fürchtete sich, im Dunkeln allein gelassen zu werden. Das Kind ertrank beinahe. Das Kind schrie nach seiner Mutter. Das Kind war außerordentlich klug. Das Kind war voller Neugier. Das Kind versteckte sich hinter einem großen Baum. Das Kind wurde von seiner Mutter in Anwesenheit anderer gescholten. Das Kind wird sechs. Das Kind hat Nasenbluten. Die Kinder liefen alle Nacht draußen. Die Kinder haben Angst vor Tom. Die Kinder sind schon müde. Die Kinder schlafen. Die Kinder bauen Sandburgen am Strand. Die Kinder frieren. Die Kinder schreien schon wieder. Die Kinder gehen heute an den Strand. Die Kinder sind weg. Die Kinder haben Hunger. Die Kinder sind auf dem Dachboden. Die Kinder lernen die Uhrzeit. Die Kinder machen viel Krach. Die Kinder bewegen die Zahnbürsten, als ob sie sich die Zähne putzen würden, aber mir können sie nichts vormachen. Die Kinder sind unsere Zukunft. Die Kinder spielen auf der Straße Fußball. Die Kinder spielen Verstecken. Die Kinder spielen im Park. Die Kinder spielen im Sandkasten. Die Kinder spielen mit Murmeln. Die Kinder spielen mit Klötzen. Die Kinder spielen mit dem Hund. Die Kinder spielen mit Spielsachen. Die Kinder fahren Karussell. Die Kinder fahren Karussell. Die Kinder sind auf ihren Fahrrädern unterwegs. Die Kinder sind in Sicherheit. Die Kinder haben Angst. Die Kinder schlafen noch. Deshalb mach keinen Krach. Die Kinder sind Gäste. Die Kinder haben zuerst gegessen. Die Kinder beschuldigten sich gegenseitig. Die Kinder zerbrachen die Antike Ohne. Die Kinder bezeichneten Tom als Mama Sönchen. Die Kinder sangen Rein, Rein, Goawei. Kam agene nasa dih. Das heißt auf Deutsch Regen, Regen, fort mit dir. Andern Tags sei wieder hier. Die Kinder eiferten miteinander um die Aufmerksamkeit der Mutter. Die Kinder zeichneten mit Kreidebilder auf den Bürgersteig. Die Kinder tauschten auf der Weihnachtsfeier Geschenke aus. Die Kinder haben die Schlüssel gefunden. Die Kinder bekamen Geschenke. Die Kinder hatten den Vorzug einer guten Erziehung. Die Kinder helfen auf dem Hof. Die Kinder wissen, was sie tun sollen. Die Kinder waren entzückt. Die Kinder bauten einen riesigen Schneemann. Die Kinder haben Skulpturen aus Draht gemacht. Die Kinder brauchen dich. Die Kinder spielten im Schnee. Die Kinder spielten draußen, bis es dunkel wurde. Die Kinder spielten zusammen. Die Kinder spielten mit Magneten. Die Kinder spielten mit Bauklötzchen. Die Kinder spielten mit Holzklötzen. Die Kinder liefen Treppauf und Treppab. Die Kinder gehen kaum nach draußen. Die Kinder bekamen Geschenke. Die Kinder rollten den Hügel herunter. Die Kinder teilten sich nach der Schule eine Pizza. Die Kinder schliefen bald ein. Die Kinder fingen an, auf dem Sofa auf und ab zu springen. Die Kinder bewarfen sich mit Schneewellen. Die Kinder nahmen ihre Schlittschuhe und gingen in Richtung des gefrorenen Teiches. Die Kinder trampelten auf dem Rasen herum und der Wachmann schimpfte sie aus. Die Kinder versuchten, Schneeflocken mit der Zunge aufzufangen. Die Kinder versuchten, ihren Lehrer nachzuäffen. Die Kinder wollen ins Schwimmbad. Die Kinder wuschen sich die Füße. Die Kinder sahen den Eichhörnchen zu. Die Kinder gingen zum Spielen nach draußen. Die Kinder gingen zu Bett, aber die Erwachsenen feierten weiter. Die Kinder gingen zum Spielen in den Park. Trotz des Regens sind die Kinder in die Schule gegangen. Die Kinder liefen lachend hintereinander her. Die Kinder waren nass bis auf die Haut. Die Kinder ließen Drachen steigen. Die Kinder lauschten dem Lehrer. Die Kinder waren laut und wild. Für den Unfall konnten die Kinder nichts. Die Kinder spielten im Hinterhof. Die Kinder haben im Dreck gespielt. Die Kinder sangen händchenhaltend. Die Kinder saßen vor Tom auf dem Boden. Die Kinder rutschten auf dem Eis. Die Kinder waren so laut, dass ich nicht studieren konnte. Die Kinder standen in einer Reihe. Die Kinder sind nackt geschwommen. Um die Kinder kümmerte man sich gut. Die Kinder werden entzückt sein. Der Kamin stößt schwarzen Qualm aus. Der Schornstein besteht aus Ziegelsteinen. Der Schornstein muss gefegt werden. Der Schornsteinfeger ist beinahe vom Dach gefallen. Das Porzellan wurde in einer speziellen Vitrine ausgestellt. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Du hast die Wahl, Tom. Es ist an dir zu wählen. Die Chrysanthemen riechen gut. Die Kirchenglocke läutet. Die Kirchenglocke läutete immer um drei. Die Kirchenglocken läuten. Die Kirchenglocken läuten zur Mittagszeit. Die Kirche ist für die Hochzeit mit Blumen geschmückt. Die Kirche ist mitten im Dorf. Die Kirche steht auf dem Hügel über der Stadt. Die Kirche ist auf der anderen Straßenseite. Die Kirche steht noch. Alles andere wurde zerstört. Die Kirche hat ein neues Dach nötig. Die Kirche wurde im 15. Jahrhundert erbaut. Die Kirche war von Musik erfüllt. Die Asche rauchte noch. Der Zirkus ist in der Stadt. Morgen kommt der Zirkus in die Stadt. Die Bürger dieser kleinen Gemeinde dulden den Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit nicht. Die Stadt, in der ich geboren wurde, ist für ihre alten Schlösser bekannt. Die Stadt kann von hier aus in weniger als 20 Minuten mit dem Auto erreicht werden. Die Stadt verkam zur Ruine. Die Stadt fiel in die Hände des Feindes. Das Rathaus ist im Stadtzentrum. Das Rathaus befindet sich gleich um die Ecke. Das Rathaus befindet sich in der Mitte der Stadt. Die Stadt hat viele Einwohner. Nachts ist die Stadt schön, tagsüber jedoch recht hässlich. Die Stadt liegt unter dem Meeresniveau. Die Stadt liegt in der Ebene. Die Stadtbücherei wurde umfassend renoviert und bietet jetzt doppelt so vielen Büchern Platz wie vorher. Die Stadt liegt unter dem Meeresniveau. Die Stadt versorgte die Bedürftigen mit Decken. Die Stadt will die Straße verlängern. Die Stadt war schneebedeckt. Die Stadt wurde von Feindflugzeugen bombardiert. Die Stadt wurde von Schnee bedeckt. Vulkanasche überdeckte die Stadt. Die Stadt wurde von ihren Bewohnern verlassen. Die Stadt wurde 573 gegründet. Die Stadt war voller hungriger Soldaten. Die Stadt war voller junger Pärchen. Die heißen Quellen in der Stadt sind sehr bekannt. Der Bürgerkrieg in Griechenland endete. Die Bürgerunruhen lassen keine Anzeichen des Abflauens erkennen. Die Klarinette ist ein Holzblasinstrument. Die Klasse trifft sich einmal die Woche. Der Kurs fängt um 10 an. Die Klasse wurde in vier Gruppen unterteilt. Die Klasse wurde verrückt. Das Klassenzimmer ist voller Jugendlicher. Ein paar schlafen. Das Klassenzimmer war fast leer. Es war still im Klassenzimmer. Die sauberen Handtücher sind in der Schublade. Die Putzfrau unterbrach das Gespräch. Der Beamte gestand mir seinen Fehler. So hoch sind die Klippen nicht. Das Klima hier bekommt mehr nicht. Das Klima hier bekommt mehr nicht. Das Klima hier ist mild. Das Klima hier ist milder als in Moskau. Das Klima hier ist überaus mild. Deswegen schneit es selbst im Winter nur selten. Das Klima ändert sich. Das Klima ist feucht und warm. Das Klima in Japan ist mild. Das Klima von Neuseeland ähnelt dem von Japan. Das Klimaproblem ist sehr komplex. Das Klima ist sehr mild. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Die Uhr hat einen Vorgang von 5 Minuten pro Tag. Die Uhr hat gerade 3 geschlagen. Die Uhr steht. Eine neue Batterie wird benötigt. Die Uhr steht. Sie benötigt eine neue Batterie. Der Takt ist schnell. Die Uhr wurde in der Schweiz hergestellt. Die Uhr tickt noch. Die Uhr geht 10 Minuten nach. Die Uhr tickt. Die Uhr geht falsch. Die Turmuhr geht ganz genau. Die Uhr an der Wand geht nicht mehr. Die Uhr ist stehen geblieben. Sie braucht eine neue Batterie. Die Uhr schlug Mitternacht. Die Uhr schlug 10. Je näher man am Meer ist, desto windiger wird es. Je näher man am Meer ist, desto windiger wird es. Der Stoff ist stark verblasst. Die Wolken werden dunkler. Die Wolken verdeckten die Sonne. Der Clown machte ein lustiges Gesicht. Der Club wählte eine Reihe neuer Funktionäre. Der Club hat mehr als 50 Mitglieder. Der Club hat mehr als 50 Mitglieder. Der Club hat 30 Mitglieder. Die Clubmitglieder versammelten sich im Konferenzraum. Die Kupplung funktioniert nicht richtig. Der Coach gab ihm ein paar gute Ratschläge. Vor Spielbeginn richtete der Trainer aufmunternde Worte an seine Mannschaft. Der Trainer gab mir einige Ratschläge. Der Trainer ließ uns drei zusätzliche Runden laufen. Die Trainer reichten sich nach dem Spiel die Hände. Die Kohlen glühen noch. Der Mantel, den ich kaufen möchte, kostet 300 Dollar. Der Mantel, den ich wollte, kostete 300 Dollar. Der Mantel hat keine Taschen. Dieser Mantel ist mit Pelz gesäumt. Der Mantel liegt auf dem Stuhl. Es ist kein Kaffee mehr da. Der Kaffee ist heiß. Der Kaffee ist nur lauwarm. Der Kaffee ist mir zum Trinken zu bitter. Der Kaffee ist zu stark. Der Kaffee ist sehr heiß. Die Kaffeekanne ist leer. Der Kaffee-Fleck war schwer zu entfernen. Der Kaffee schmeckt heute komisch. Der Kaffee war bitter. Der Kaffee war so heiß, dass ich mir fast die Zunge verbrannt hätte. Der Kaffee ist fertig. Es ist kein Kaffee mehr da. Das kalte Klima griff seine Gesundheit an. Die Kälte scheint Tom überhaupt nichts auszumachen. Durch die Kälte gefrohr das Wasser in den Rohren. Die Kälte ist zurückgekehrt. Die Kälte ist drastisch. Das kalte Wetter hielt drei Wochen lang an. Das kalte Wetter hat die Blätter rot gefärbt. Die Kälte ist zurückgekehrt. Das kalte Wetter soll bis zum Wochenende anhalten. Das kalte Wetter hielt drei Wochen lang an. Die Kälte ist da. Der kalte Winter wird bald vorbei sein. Die Kolonie erklärte ihre Unabhängigkeit. Die Farbe Grün wird oft mit Geld und der Finanzwelt assoziiert, weil in vielen Ländern Banknoten grün sind. Die Farbe Grün wird oft mit Geld assoziiert. Diese Farbe ist eher lila als rosa. Die Farben dieses Gemäldes sind sehr hell. Die Säulen waren aus Marmor. Die komischen Zähnen des Stückes waren übertrieben. Der befehlshabende Offizier führte seine Armee ins Feindesland. Der Ausschuss nahm den Plan an. Das Komitee besteht aus 15 Personen. Das Komitee besteht aus 5 Mitgliedern. Das Komitee besteht aus 4 Mitgliedern. Der Ausschuss hat 10 Mitgliedern. Das Komitee diskutiert Sozialleistungen. Das Kremium besteht aus 15 Mitgliedern. Das Kremium besteht aus 10 Mitgliedern. Das Komitee tagt zweimal monatlich. Die Ausschussmitglieder sind allesamt Männer. Die Ausschussmitglieder sind alle zugegen. Das Komitee setzte sich vollständig aus jungen Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Die Verkehrssprache vieler Asiaten ist Englisch. Die Marines bezwangen die kommunistischen Streitkräfte schnell. Die Firma hat das Projekt aufgegeben. Die Firma nahm seine Bewerbung an. Die Firma sagte das Treffen ab. Die Firma konnte meinen Auftrag nicht ausführen. Die Firma beschäftigt 500 Arbeiter. Die Firma hat ihn als Berater beschäftigt. Das Unternehmen schenkte ihm eine goldene Uhr in Anerkennung seiner Verdienste. Die Firma musste viele ihrer Angestellten entlassen. Die Firma verfügt über ein Kapital von einer Million Dollar. Die Firma hat Zweigstellen in allen großen Städten. Die Firma hat dreimal den Besitzer gewechselt. Die Firma hat beschlossen, zwei neue Sekretäre einzustellen. Die Firma hat mehrere Vertreter zur Besprechung der Angelegenheit entsandt. Diese Firma hat sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Die Gesellschaft ist pleite. Die Firma befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Die Firma hat finanzielle Schwierigkeiten. Das Unternehmen schreibt rote Zahlen. Das Unternehmen wirbt im Fernsehen für ein neues Auto. Die Firma kämpft ums Überleben. Die Firma versucht ihren Ruf zu verbessern. Die Firma veröffentlichte eine Presseerklärung. Das Firmenlogo ist hellblau. Die Gesellschaft produziert Elektroartikel. Die Firma plant, das neue Produkt für 1000 Dollar zu verkaufen. Die Firma beschenkte ihn mit einer goldenen Uhr am Tage seines Ausscheidens. Die Firma produziert Sojasauce und andere Nahrungsmittel. Die Firma bietet den Angestellten Vorteile bei der Kranken- und Lebensversicherung. Die Firma hat eine neue Zeitschrift herausgegeben. Die Firma brachte Geld für neue Computer auf. Die Firma veröffentlichte eine Presseerklärung. Die Firma belohnte ihn mit einer Beförderung. Die Firma steckt viel Geld in Werbung. Die Firma hat letztes Jahr eine Milliarde Yen Verlust gemacht. Die Firma erlitt enormen Schaden. Das Unternehmen will 20 Leute einstellen. Die Firma wurde 1974 gegründet. Die Firma war in den roten Zahlen und ging unter. Das Unternehmen ging pleite. Das Unternehmen ging an die Börse und war ab 1990 Börsen notiert. Das Unternehmen wird bald zahlungsunfähig sein. Der Unternehmenswettbewerbsvorteil wird ausgehöhlt, wenn die Systemingenieure ihre Kündigungen fortsetzen. Die Gewinne der Firma stiegen rapide. Der Aktienkurs der Firma ist gefallen. Der Aktienkurs der Firma ist gestern in die Höhe geschnellt. Der Kompass zeigt gehen Norden. Der Wettbewerb ist heftig geworden. Der Computer ist kaputt gegangen. Der Computer ist in der Bibliothek. Der Rechner ist neu. Der Rechner befindet sich zu ihrer Linken. Der Rechner funktioniert möglicherweise nicht. Die Reparatur des Computers dauerte den ganzen Tag. Der Rechner, den Tom mit 13 Jahren von seinem Vater bekommen hat, funktioniert noch immer. Der Computer lässt sich nicht starten. Das Konzert begann mit einem Klavier-Solo. Das Konzert endete um 10 Uhr. Das Konzert endete mit der Nationalhymne. Das Konzert hat schon begonnen. Das Konzert hat noch nicht angefangen. Das Konzert fängt gleich an. Das Konzert ist schon ausverkauft. Das Konzert beginnt gerade. Das Konzert ist aus. Das Konzert ist ausverkauft. Das Konzert dauerte circa drei Stunden. Drei Stunden, nachdem die Eintrittskarten in den Verkauf gegangen waren, war das Konzert schon ausverkauft. Das Konzert war eine große Enttäuschung. Das Konzert war ein Erfolg. Das Konzert war fast vorbei, als ich ankam. Das Konzert war furchtbar. Das Konzert war toll, aber es war kalt im Saal. Das Konzert war kurz, aber es war wirklich gut. Das Konzert war sehr gut besucht. Das Konzert war gut besucht. Das Konzert war nicht so besonders. Das Konzert war nicht sehr gut. Das Konzert findet nächsten Frühling statt. Das Konzert findet im nächsten Sommer statt. Das Konzert fängt gleich an. Das Konzert ist aus. Die Umstände sind günstig. Die Bedingungen sind nicht ideal. Der Dirigent erschien auf der Bühne. Der Schaffner vergaß, mein Ticket zu entwerten. Die Tagung lockte 150 Diplomaten an. Die Konferenz ist gestern zu Ende gegangen. Die Konferenz geht heute zu Ende. Die Konferenz wird übermorgen in Tokio stattfinden. Die Konferenz soll in Tokio stattfinden. Die Konferenz findet jährlich statt. Die Konferenz war kein völliger Erfolg. Die Konferenz war für März angesetzt, wurde aber auf April verschoben. Morgen endet die Konferenz. Den verwirrten Reisenden wurde klar, dass sie sich auf dem Weg in die falsche Stadt befanden. Die Folgen einer falschen Übersetzung können manchmal katastrophal sein. Die stetigen Grenzkämpfe zwischen England und Schottland hörten auf. Sein dauerndes schrilles Ohrensausen macht Tom ganz verrückt. Die Verfassung des Landes ist sehr demokratisch. Die Verfassung wurde geändert, damit Frauen wählen konnten. Der Bau könnte Monate in Anspruch nehmen. Die Bautrupps arbeiteten rund um die Uhr. Der Bau einer Autobahn wird zum Wachstum der Vororte beitragen. Der Bau des Krankenhauses wird bald abgeschlossen sein. Der Verbraucherpreisindex hat stark geschwankt. Der Container ist leer. Das Gefäß ist voll. Der Inhalt des Briefes hatte einen interessanten Einfluss auf meine Ehe. Der Inhalt des Briefes war geheim. Der Zusammenhang ist wichtig. Der Kontinent ist reich an fossilen Brennstoffen. Der Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Der Vertrag läuft heute aus. Der Vertrag läuft demnächst aus. Der Vertrag ist in trockenen Tüchern, also lasst uns das begießen. In dem Vertrag steht, wie viel wir bezahlen müssen. Der Vertrag wurde unterzeichnet. Der Vertrag läuft in Kürze aus. Der Vertrag ist ungültig, wenn Sie zur Unterschrift gezwungen wurden. Der Widerspruch war offensichtlich. Der Kontrollturm antwortete nicht mehr. Die Versammlung wählte erneut. Die Versammlung wählte. Das Gespräch wandte sich anderen Themen zu. Die Unterhaltung wurde kurz unterbrochen. Die Unterhaltung wurde kurz unterbrochen. Die Köchin hat Gewürznelken an die Soße getan. Der Koch sitzt in der Küche. Der Koch staunte über seinen unglaublichen Appetit. Die Kekse sind noch warm. Die kalte Luft fühlte sich wunderbar um mein Gesicht an. Die kühle Abendluft war erfüllt von dem frischen Duft des Meeres. Die angesagten Kinder hassen mich alle. Der Polizist meinte, ich wäre 135 Kilometer pro Stunde gefahren, aber ich fuhr nur 120 Kilometer pro Stunde. Der Polizist durchsuchte die Taschen seiner Anziehsachen, aber fand nichts. Die Polizei beobachtet ihn. Die Polizei sucht nach dem Versteck der Gang. Die Polizei ist auf dem Weg. Die Polizei hat den Bösewicht geschnappt. Die Polizisten würden gerne den Freund der Getöteten für den Mord verantwortlich machen. Der Gerichtsmediziner stellte an keiner der Leichen Schussverletzungen fest. Der Stabsgefreite ist auf Heimaturlaub. Der Leichnam weist an der Brust eine Schussverletzung auf. Der Berichterstatter sandte einen Bericht aus Moskau. Der Fußboden im Flur ist gefließt. Der Gang war so überfüllt, dass man nicht hindurch kommen konnte. Die Baukosten des neuen Krankenhauses waren bedeutend höher, als zuerst veranschlagt worden war. Der Benzinpreis steigt weiter an. Die Lebenshaltungskosten haben sich verringert. Die Lebenskosten sind gestiegen. Die Lebenshaltungskosten sind im letzten Jahr explodiert. Die Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten stiegen. Die Lebenshaltungskosten in Tokio sind sehr hoch. Die Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten stiegen. Die Lebenshaltungskosten steigen. Die Lebenshaltungskosten in Tokio sind sehr hoch. Die Kosten für die Reparatur des Dachs schockierten sie. Die Kosten werden in die Tausende Dollar gehen. Das Häuschen sah aus, als ob es unbewohnt wäre. Die Hütte war sauber und ordentlich. Der Hustensaft, den Tom-Empfal, wirkte gut. Die Startuhr läuft. Die gefälschten Wechsel überschwemmten am Wochenende den Markt. Die Auszählung der Stimmzettel dauerte eine halbe Stunde. Das Land bewegt sich in die richtige Richtung. Dieses Land ist reich an Rohstoffen. Das Land braucht deine Hilfe. Das Land wurde sehr schnell industrialisiert. Die Wirtschaft des Landes hängt von der Landwirtschaft ab. Die Wirtschaft des Landes steht vor dem Zusammenbruch. Das wichtigste soziale Problem des Landes ist Armut. Auf dem Land gibt es viele Bäume. Im Frühling ist es schön auf dem Land. Die Landschaft ist herrlich. Der Putschversuch wurde im letzten Moment vereitelt. Das Pärchen schnitzte seine Initialen in den Eichenbaum. Das Paar entschied sich, ein Waisenkind zu adoptieren. Das Paar streitet derzeit nicht häufig, aber pflegte es ausgiebig zu tun. Das Paar führte ein glückliches Leben. Das Paar lebte glücklich bis zu seinem Ende. Das Paar trennte sich, um sich niemals wiederzusehen. Das Ehepaar bot sein Haus zum Verkauf an. Das Pärchen stritt, doch versöhnte sich gleich wieder. Das Paar trennte sich und sie sahen einander nie wieder. Das Paar gab viel Geld aus, um sein Haus einzurichten. Das Paar möchte ein Haus kaufen. Das Paar brach zu seiner Hochzeitsreise auf. Der Kurs endet heute nicht. Das Gericht sprach ihn von der Anklage des Mordes frei. Der Gerichtshof sprach ihn wegen Gelddiebstahles schuldig. Das Gericht entschied, dass Tams Kinder jedes zweite Wochenende bei ihm verbringen dürften. Die Gerichtsverhandlung dauerte drei Stunden. Die Entscheidung des Gerichtshofs könnte heute verkündet werden. Die Kuh hat ein zweiköpfiges Kalb geworfen. Die Kuh mut. Die Viehierten trieben eine Herde Kühe zusammen. Die Kühe fressen Gras. Die Kühe werden um sechs gemolken. Der Kranich hat nie vom Fliegen geträumt, wohl aber der Hund. Die Kurbelwelle ist gebrochen. Der Autounfall auf der Kreuzung vor der Post kostete drei Menschenleben. Die Besatzung hat das Schiff aufgegeben. Die Besatzung fand einen blinden Passagier. Die Besatzung musste das sinkende Schiff aufgeben. Die Besatzung tat das Nötige. Die Kriminalitätsrate in dieser Stadt ist hoch. Die Kriminalitätsrate in Kanada sinkt. Das Verbrechen war fast perfekt. Der Straftäter hat als Kind Böses getan. Der Verbrecher ließ die Geisel nicht frei. Der Verbrecher stellte sich der Polizei. Der Verbrecher musste seine Identität verbergen. Der Verbrecher ist noch nicht gefasst worden. Der Verbrecher ist noch auf freiem Fuß. Der Verbrecher hinterließ Fußspuren. Der Verbrecher wurde zum Galgen geschickt. Diese Krise war vorhersehbar. Diese Krise war vorhersehbar. Diese Krise war vorhersehbar. Krokodile stehen unter Naturschutz. Die Feldfrüchte brauchen Regen. Laut krächzte die Krähe. Die Krähe flog von dannen. Laut krächzte die Krähe. Die Menge beruhigte sich. Die Menge jubelte. Die Menge versammelte sich um den Sprecher. Die Menge schenkte dem Gewinner einen großen Applaus. Die Menge geriet außer Kontrolle und durchbrach die Absperrung. Die Menge dreht durch. Das Publikum hat gelacht. Das Publikum war fantastisch. Die Menge drehte durch. Dieser Hut ist zu hoch. Die Kubikwurzel von 27 ist 3. Die Tasse zerbrach. Die Tasse hat einen Sprung. Der Becher ist leer. Die Tasse ist voll. Der Kelch besteht aus Gold. Die Tasse war leer. Die Strömung ist sehr stark. Das Curry in diesem Restaurant ist gut. Das Curry war gar deliziös. Der Vorhang fing Feuer. Der Vorhang hatte Feuer gefangen. Der Vorhang ist gefallen. Der Vorhang ging auf. Die Kissen auf dem Sofa passen nicht zu denen auf den Lehnstühlen. Diese Tradition ist in China entstanden. Der Brauch wurde von Generation zu Generation weitergereicht. Der Kunde hat nicht immer recht. Der Kunde hat nicht immer recht. Die Kunden sind zufrieden. In letzter Zeit beschweren sich die Kunden häufig. An der Krenzstation ist das Zollamt. Die Zollbeamten bestiegen das Schiff. Die Zollbeamten durchsuchten das ganze Schiff. Der Schliff des Diamanten ist perfekt. Das Besteck gehört in die oberste Schublade. Das Besteck gehört in die oberste Schublade. Das Besteck ist in der obersten Schublade. Die Radfahrer waren müde, aber zufrieden. Die Narzisse ist die walisische Nationalblume. Die Osterglocken beginnen zu welken. Der Dolch drang in sein Herz ein. Der Damm, der den Fluss staut, ist sehr breit. Der Damm ist wegen des starken Regens gebrochen. Der Schaden belief sich auf 5 Millionen Yen. Der Schaden war durch die Versicherung abgedeckt. Der Schaden war angerichtet. Der Schaden wurde auf ein Minimum begrenzt. Das feuchte Klima ist nicht gut für meine Gesundheit. Die Tänzer sind erschöpft. Die Tänzerinnen waren erschöpft. Die Gefahr scheint gebannt zu sein. Die Gefahr ist äußerst gering. Die dunkelste Stunde ist gerade vor der Dämmerung. Die Daten waren korrekt. Der Termin steht fest. Das Datum des Festivals fällt mit dem der Prüfung zusammen. Das Datum für die Feier steht noch nicht fest. Das Datum wird später festgelegt werden. Übermorgen ist Thams Geburtstag. Vorgestern war es sehr kalt. Der Tag kam und verging. Der Tag neigt sich seinem Ende zu. Der Tag neigt sich schon wieder dem Ende zu. Die Tage werden immer länger. Der Tag wird gewiss kommen, an dem sich dein Traum erfüllt. Der Tag ist noch nicht vorbei. Es sollte ein schöner Tag werden. Der Tag war schnell vorüber. Der Tag wird bald kommen, da der Mensch zum Mars reisen kann. Es wird wohl einmal ein Tag kommen, wo sich dein Traum erfüllt. Eines Tages werden deine Träume sicherlich wahr werden. Die Tage werden wieder kürzer. Die Tage werden kürzer. Die Tage werden immer länger. Die Tage werden länger. Die Tage werden merklich kürzer jetzt, da der Herbst gekommen ist. Die Tage werden wieder kürzer. Die Tage werden immer wärmer. Die Tage werden länger. Die Toten übertreffen an Zahl die Lebenden. Der Abgabetermin war gestern. Der Händler nutzte ihr Unwissen aus und erwarb das Bild sehr günstig. Der Tod eines Mannes ist eine Tragödie. Der Tod von Millionen ist eine Statistik. Die Todesstrafe ist endgültig und unumkehrbar. Die Todesstrafe wurde letztes Jahr abgeschafft. Der Orkan hat nunmehr 200 Todesopfer gefordert. Die Debatte ist vertagt worden. Die Debatte darüber, welcher Gutachter herangezogen wird, ging über Stunden. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Es ist entschieden. Die Entscheidung ist endgültig. Der Beschluss ist nicht endgültig. Die Entscheidung ist an uns. Die Entscheidung liegt bei ihnen. Die Entscheidung war für uns alle akzeptabel. Die Entscheidung fiel zugunsten der Verteidigung. Es wurde entschieden, das alte Gebäude abzureißen. Die Entscheidung wurde verschoben. Die Entscheidung war noch in der Schwebe. Der Urteil war unvermeidlich. Die Entscheidung war keine Überraschung. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Den Niedergang kann man bis in die 1950 er zurückverfolgen. Der Untergang der UDSSR und das Ende des Kalten Krieges ermöglichte im Jahre 1990 die deutsche Wiedervereinigung. Morgen früh um 9 Uhr kommt der Maler, um das Wohnzimmer neu zu tapezieren. Der Standardwert ist Null. Der Angeklagte hat noch nie Drogen genommen. Die Angeklagte ist nicht vorbestraft. Der Angeklagte wurde zum Tode verurteilt. Der Angeklagte wird ein höheres Gericht anrufen. Die Unschuld des Angeklagten konnte nicht nachgewiesen werden. Der Verteidiger ersuchte um Gnade für den Verurteilten. Der Verteidiger sprang auf und schrie, ein Spruch. Die Abgeordneten stimmten 95 Mal erfolglos ab. Die Delegationen beider Länder trafen sich in Genf. Die Auslieferung der Waren erfolgte wegen des Sturms verspätet. Die Forderung wurde kurzerhand zurückgewiesen. Der Dämonenfürst verlor endlich das Bewusstsein und krachte zu Boden. Die Demonstration am Rathaus begann außer Kontrolle zu geraten. Die Demonstranten versammelten sich auf dem Platz. Es war in astronomischen Kreisen ein heiß debattiertes Thema, dem Pluto den Planetenstatus abzuerkennen. Die Beule ist riesig. Der Zahnarzt gab mir einen Termin um 7 Uhr. Der Zahnarzt zog ihr ihren schlechten Zahn. Der Zahnarzt hat eine provisorische Füllung gelegt. Der Zahnarzt hat mir mitgeteilt, er müsse mir drei Zähne ziehen. Der Zahnarzt wies mich an, den Mund zu öffnen. Die Darstellung ist nicht sehr übersichtlich. Sein langjähriger Wunsch ging in Erfüllung. Der Wunsch, wie ein Vogel am Himmel zu fliegen, führte zur Erfindung des Flugzeugs. Die Schreibtischschublade ist offen. Der Schreibtisch hat drei Schubladen. Der Schreibtisch sieht in diesem Raum klein aus. Zum Nachtisch gab es Milchreis mit Zucker und Zimt. Die Einzelheiten des Plans offengelegt. Der Detektiv hatte sich als alter Herr verkleidet. Die Detektive machten Jagd auf ihn. Dem Teufel fällt immer etwas ein, wie er etwas Schlechtes noch schlechter machen kann. Der Teufel steckt im Detail. Der Diamant scheint echt zu sein. Der Diamant funkelte hell. Der Diamant wurde 1873 von einem Jungen entdeckt. Der Diamant war in einen Goldring eingelassen. Der Diktator ist vor 15 Jahren an die Macht gekommen. Der Diktator besaß die völlige Loyalität seiner Gehilfen. Der Diktator unterdrückte das Volk. Das Wörterbuch ist zweiwändig. Das Wörterbuch liegt auf dem Schreibtisch. Das Wörterbuch ist auf dem neuesten Stand. Das Wörterbuch auf dem Tisch ist Tams. Das Wörterbuch auf dem Tisch gehört mir. Der Würfel ist gefallen. Der Dieselmotor wurde von Rudolf Diesel erfunden. Der Unterschied zwischen einem richtigen Wort und einem fast richtigen Wort ist wie der Unterschied zwischen einem Blitz und einem Leuchtkäfer. Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist nicht klar. Der Unterschied zwischen dir und mir besteht darin, dass ich Klasse habe. Sie sind sechs Jahre auseinander. Der Unterschied ist kaum messbar. Der Unterschied ist frappierend. Da die Unterschiede gering waren, habe ich sie nicht weiter beachtet. Der Speisewagen befindet sich ganz vorne im Zug. Das Abendessen ist fast fertig. Der Direktor möchte euch in seinem Büro sprechen. Die schmutzigen Teller in dem Restaurant ekelten uns an. Die Disco ist leer. Man kann der Krankheit vorbeugen. Die Krankheit breitet sich auf mehreren Wegen aus. Der Teller fiel krachend auf den Boden. Das Gericht ist zu süß für Tom. Das Gericht riecht gut. Das Geschirr wurde in Taiwan hergestellt. Die Spülmaschine ist kaputt. Der Streit wurde schließlich beigelegt. Der Streit wurde friedlich gelöst. Die Entfernung zwischen den Sternen wird in Lichtjahren gemessen. Der Abstand zwischen Sonne und Erde beträgt ungefähr 150 Millionen Kilometer. Der Bezirk ist reich an Bodenschätzen. Der Bezirk ist knapp an Wasser. Die Trennlinie zwischen beiden ist klar und einfach. Aufgrund der Scheidung war der Mann emotional angeschlagen. Der Arzt verabreichte dem Patienten Medizin. Der Arzt riet Tom, wenigstens drei alkoholfreie Tage pro Woche einzuhalten. Der Arzt riet ihm einen Klimawechsel an. Der Doktor riet ihm ab, zwischen den Mahlzeiten zu essen. Der Arzt riet ihm, weniger zu trinken. Der Arzt riet ihm, ihm, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Arzt hat ihm geraten, weniger zu arbeiten. Der Arzt riet mir, nicht zu viel zu essen. Der Arzt hat mir geraten, nicht zu viel zu rauchen. Der Arzt riet mir, einen langen Urlaub zu nehmen. Der Arzt riet ihr, zu Hause zu bleiben. Der Arzt kam rechtzeitig, um sie zu retten. Der Arzt versicherte Tom, dass es Mary gut gehen würde. Die Ärztin rief ihn zurück. Die Ärztin kam sofort. Der Doktor kann sie am 7. Mai um 10 Uhr untersuchen. Der Arzt kauterisierte die Wunde. Die Ärztin überprüfte den Puls der Patientin. Der Arzt beobachtete weiter das Verhalten des Patienten. Der Arzt war ratlos. Der Doktor entschied, sofort zu operieren. Die Ärztin untersuchte Tom. Die Ärztin untersuchte meinen Rachen. Die Ärztin untersuchte das Baby. Die Ärztin untersuchte den Patienten. Die Ärztin untersuchte die Patienten. Der Doktor fühlte meinen Puls. Der Arzt gab ihm ein paar schmerzstillende Medikamente. Die Ärztin hat ihr das gegeben. Die Ärztin gab mir eine Spritze. Der Arzt bestand auf seiner Bettruhe. Die Ärztin ist jetzt nicht erreichbar. Der Arzt stellte die richtige Diagnose. Die Ärztin irrte sich in ihrer Diagnose. Der Arzt mag es so gesagt haben. Der Arzt überwacht den Herzschlag und den Blutdruck des Patienten. Die Ärztin verordnete mir Bettruhe. Der Arzt verordnete ihm Ruhe. Der Doktor verschrieb Tom ein Beruhigungsmittel. Der Arzt verschrieb dem Patienten ein Medikament. Der Arzt verschrieb eine Medizin gegen ihre Erkältung. Der Arzt machte mir wegen meines Vaters Zustand Mut. Der Doktor empfahl, dass du das Rauchen aufgeben sollst. Die Ärztin rannte zu ihrem Patienten. Der Arzt sagte, dass der Tom nicht helfen könne. Der Arzt sagte, Tams Fußgelenk bereite ihm mehr Sorgen als sein gebrochener Finger. Der Arzt sagte, dass eine Operation vonnöten sei. Der Arzt hat gesagt, Tom brauche nicht im Krankenhaus zu bleiben. Der Arzt sagte, Tom müsse die nächsten Wochen im Bett bleiben. Der Arzt sagte, dass der Tom nicht helfen könne. Der Arzt sagte, Tom habe nichts Ansteckendes. Der Arzt rettete die vier Menschen, die in den Unfall involviert waren. Der Doktor sagt, sie leidet an Rheuma. Die Ärztin meint, ich soll mehr essen. Die Ärztin war der Ansicht, der Puls des Patienten sei ein bisschen zu hoch. Der Arzt sagte Tom, er müsse sich ausgewogener ernähren. Der Arzt teilte Tom mit, dass dieser nur noch sechs Monate zu leben habe. Der Arzt sagte Tom, dass er viel Gemüse essen sollte. Der Arzt riet Tom, weniger dunkles Fleisch zu essen. Der Arzt sagte Tom, er solle weniger rotes Fleisch essen. Der Arzt wies Tom an, Bettruhe einzuhalten und sich so viel wie möglich auszuruhen. Der Arzt sagte er, dass sie sich ausruhen solle. Der Arzt hat ihm geraten, weniger zu rauchen. Der Doktor sagte mir, ich müsse aufhören zu rauchen. Der Arzt hat mir gesagt, ich sollte weniger kalorienhaltige Snakes essen. Der Doktor sagte mir, ich solle langsam und tief ein- und ausatmen. Der Arzt trug mir auf abzunehmen. Der Arzt sagte, Tom habe nichts Ansteckendes. Der Arzt nahm seinen Puls. Der Arzt maß mir den Puls. Die Ärztin behandelte ihre Verletzung. Der Doktor versuchte jedes Mittel, um seinen Patienten zu retten. Der Arzt drängte den Patienten, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Arzt kommt bei ihr alle zwei Tage auf Visite. Der Arzt empfiehlt Tom, etwas abzunehmen. Der Arzt will, dass du noch eine weitere Woche im Bett liegen bleibst. Der Arzt warnte ihn davor zu rauchen. Der Arzt war vom guten Gesundheitszustand des Babys erfreut. Der Doktor wird in einer Minute hier sein. Der Arzt nahm keine Geschenke von den Armen an. Der Arzt würde es mir nicht erlauben, am Marathonlauf teilzunehmen. Der Arzt untersucht Tom gerade. Der Arzt ist unterwegs. Die Ärzte betrachten ein Röntgenfoto. Die Ärzte versuchen immer noch, Tom zu retten. Den Ärzten zufolge befand sich Tom nicht in Lebensgefahr. Die Ärzte sind ratlos, was Tom fehlt. Die Ärzte untersuchten das Baby. Die Ärzte sagen, dass du viel Glück hattest. Die Ärzte fanden es lustig. Die Ärzte behandelten die Verwundeten. Die Ärzte trugen weiße Masken über Nase und Mund. Die Ärzte bemühten sich, Tom zu retten. Auf dem Dokument stand seine Unterschrift. Das Dokument regelt den korrekten Ablauf für den Umgang mit Beschwerden. Das Dokument gelangte in die Hände des Feindes. Die Dokumente sind unter dem Schreibtisch. Der Hund bellt mich immer an. Der Hund und die Katze schlafen zusammen in einem Körbchen. Der Hund hat meinen Schuh gefressen. Der Hund hat den Fisch ganz, samt Kräten und Schwanz, gefressen. Der Hund fiel den kleinen Jungen an. Der Hund bellte das Eichhörnchen an. Der Hund bellte Der Hund bellt alle fremden Leute an. Der Hund ist Teil unserer Familie geworden. Der Hund begann zu laufen. Der Hund biss mir in die Hand. Der Hund biss den Mann. Der Hund jagte die Katze auf einen Baum. Der Hund jagte das Eichhörnchen. Der Hund kaute auf dem Ball herum. Der Hund fraß das Fleisch nicht. Der Hund frisst eine Menge Fleisch jeden Tag. Der Hund ist auf der Decke eingeschlafen. Der Hund fing den Ball. Der Hund apportierte den Stock. Der Hund folgte ihm, wohin auch immer er ging. Der Hund ist mir nach Hause gefolgt. Der Hund folgte mir. Der Hund folgt mir überall hin. Der Hund verscheuchte die Kinder. Der Hund knurrte mich an. Der Hund knurrte, als wir her ankamen. Der Hund knurrte. Der Hund hatte ein Stück Fleisch in seinem Maul. Der Hund hatte auf dem Teppich einen Haufen hinterlassen. Tom war außer sich vor Wut. Der Hund hat mir ein Loch in den Ärmel gerissen. Immer dann, wenn ein Blitz aufleuchtete, versteckte sich der Hund unter dem Bett. Der Hund ist so gut wie tot. Der Hund schläft. Der Hund bellt Tom an. Der Hund bellt. Der Hund beißt Tom. Der Hund blutet. Der Hund ist auf einem Auge blind. Der Hund ist mit Schlamm bedeckt. Der Hund überquert die Straße. Der Hund überquert die Straße. Der Hund ist tot. Der Hund liegt im Sterben. Der Hund ist auf dem Dachboden. Der Hund ist im Haus. Der Hund springt. Der Hund markiert sein Revier. Der Hund ist auf dem Stuhl. Der Hund gehört uns. Der Hund hechelt. Der Hund schläft im Wagen. Der Hund schläft. Der Hund ist schlau. Der Hund gehört ihnen. Der Hund ist unter dem Tisch. Der Hund ist unter dem Tisch. Der Hund ist weiß. Der Hund sprang über einen Stuhl. Der Hund sprang über den Zaun in den Garten. Der Hund sprang über den Zaun. Der Hund sprang hoch und fing den Ball. Der Hund mag euch. Der Hund sieht hungrig aus. Der Hund sieht krank aus. Der Hund, der auf dem Gras liegt, ist meiner. Der Hund markierte sein Revier. Der Hund hat bestimmt Hunger. Der Hund braucht Wasser. Der Hund von nebenan bellt immer. Der Hund hat nach mir geschnappt. Der Hund zog an der Leine. Der Hund verfolgte ein Kaninchen in den Wald. Der Hund verfolgte den Fuchs. Der Hund rannte hinter dem Ball her. Der Hund rannte der Katze hinterher. Der Hund jagte das Kaninchen. Der Hund rannte vor uns davon. Der Hund apportierte den Ball. Der Hund schreckte die Katze. Der Hund macht einen zufriedenen Eindruck. Der Hund sieht krank aus. Der Hund scheint krank zu sein. Der Hund scheint krank gewesen zu sein. Der Hund sollte angeleint sein. Der Hund schnüffelte an ihrem Gepäck. Der Hund schnüffelte am Boden. Der Hund fing an zu bellen. Der Hund fing an, im Kreis zu laufen. Der Hund hörte auf zu bellen. Der Hund hat plötzlich das Kind angegriffen. Der Hund sprengte plötzlich einem Eichhörnchen hinterher. Der Hund wedelte mit dem Schwanz. Der Hund wartete Tag für Tag auf die Rückkehr seines Herrchens. Der Hund ging über die Straße. Der Hund will Fleisch. Der Hund will raus. Der Hund will spielen. Der Hund bellte einen Fremden an. Der Hund war eifrig damit beschäftigt, seinen Knochen im Garten zu verkraben. Der Hund grub ein Loch. Der Hund war am Sterben. Der Hund war erfroren. Der Hund wurde von einem Auto überfahren. Der Hund wurde von einem LKW erfasst. Der Hund war außer Atem. Der Hund wurde vom Auto überfahren. Der Hund rannte auf ihn zu. Der Hund lag schlafend auf der Matte. Der Hund war so klug, dass man ihn fast für einen Menschen hätte halten können. Der Hund wedelte mit dem Schwanz. Der Hund wartete vor der Tür darauf, her eingelassen zu werden. Der Hund wartete vor der Tür darauf, nach draußen gelassen zu werden. Der Hund ging bei Fuß. Der Hund ging weg. Der Hund tut dir nichts. Der Hund schläft im Wagen. Die Hunde sind im Garten. Die Hunde sind nass. Die Hunde bellten die ganze Nacht. Die Hunde bellten den Eindringling wütend an. Die Hunde bellten den Vollmond an. Die Hunde fingen an zu heulen, als Tom zu singen anfing. Die Hunde verendeten in dem heißen Fahrzeug. Wir hatten Angst vor den Hunden. Die Hunde machen einen zufriedenen Eindruck. Die Hunde fingen an zu bellen. Die Hunde brauchten nicht lang, da hatten sie das verwundete Reh aufgespürt. Die Hunde waren unverletzt. Die Puppe hat auf dem Boden gelegen. Der Delfin sprang aus dem Wasser. Die Delfine sprangen aus dem Wasser. Die Delfine sprangen aus dem Wasser. Die Tür flog auf. Die Türe verriegelt die Innenseite. Die Tür ging langsam zu. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Die Tür knarrte laut. Die Tür ging knarrend auf. Die Tür hat gequietscht. Die Tür lässt sich nicht abschließen. Der Türrahmen hat sich verzogen, deswegen schließt die Tür nicht mehr richtig. Die Tür musste von den Feuerwehrleuten mit der Axt eingeschlagen werden. Die Klinke ist kaputt. Die Tür ist von selbst aufgegangen. Die Tür ist schon auf. Die Tür ist schon aufgeschlossen. Die Tür wird von ihm gestrichen. Die Tür schließt sich. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist jetzt zu. Die Tür ist jetzt offen. Die Tür ist jetzt offen. Die Tür ist auf. Die Tür wird jeden Morgen geöffnet. Jetzt öffnet sich die Tür. Die Tür ist noch geöffnet. Die Tür schließt automatisch. Die Tür ist möglicherweise verschlossen. Die Tür darf nicht offen gelassen werden. Es muss noch eine weitere Farbschicht auf die Tür aufgetragen werden. Die Tür des Sitzungszimmers steht offen. Die Bürotür ist gelb. Die Tür öffnete sich und ein Mann kam herein. Die Tür öffnete sich automatisch. Die Tür öffnete sich langsam. Die Tür ging auf. Die Tür geht nach innen auf. Die Tür blieb geschlossen. Mit einem Knall flog die Tür zu. Die Tür ist zugefallen. Die Tür knarrte. Thams Zimmertür war verschlossen. Die Saaltür stand weit offen. Die Tür war einen Spalt offen. Die Tür war bereits offen. Die Tür war zu. Die Tür stand halb offen. Die Tür war schwer zu öffnen. Die Tür war abgeschlossen. Und wir konnten nicht hineingehen. Die Tür war von innen verschlossen. Die Tür war von außen verschlossen. Die Tür war von innen verschlossen. Die Tür war verschlossen. Die Tür war verschlossen. Also sind wir gleich reingegangen. Die Tür war noch geschlossen. Die Tür stand sperrangelweit offen. Die Tür war nicht zu. Die Tür wird morgen gestrichen. Die Tür schließt nach dem Rausgehen automatisch. Diese Tür will nicht aufgehen. Die Tür will nicht zugehen. Die Tür geht nicht auf. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das Schloss muss defekt sein. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Die Tür ging nicht auf. Die Tür ließ sich nicht schließen. Die Tür ist verschlossen. Es klingelt an der Tür. Es klingelte an der Tür. Der Türknauf ist kaputt. Der Türsteher wollte Tom nicht hineinlassen. Der Türsteher wollte Tom nicht in die Disco lassen. Die Türen sind zu. Die Türen sind verschlossen. Die Türen sind jetzt auf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Türen öffnen sich automatisch. Die Türen waren geschlossen. Die Türen waren von außen verschlossen. Der Teig, der für Pfannkuchen benutzt wird, ist dünnflüssig. Die Taube symbolisiert Frieden. Fertig heruntergeladen. Der Drache ist ein Fantasiewesen. Die Abwasserleitung ist verstopft. Die Schublade geht nicht auf. Der Traum wurde Wirklichkeit. Am meisten gefällt mir das schwarze Kleid. Das Kleid, welches Maria trug, war weiß. Der Anzug steht dir sehr gut. Das Kleid im Schaufenster ist mir ins Auge gefallen. Das Kleid ist grün. Das Kleid besteht aus einem dünnen Stoff. Das Kleid ist aus reiner Seide. Das Kleid steht ihnen sehr gut. Das Kleid war mit Spitze besetzt. Die Umkleide befindet sich dort drüben. Tom wurde von dem Getränk schlecht. Die Getränke gehen aufs Haus. Der Fahrer riet uns, uns E-N-Sed-U-Gurten. Der Fahrer bat uns, beim Aussteigen aus dem Bus aufzupassen. Der Fahrer ist okay. Der Fahrer hängt sehr an seinem alten Auto. Der Fahrer ist für die Sicherheit der Fahrgäste verantwortlich. Der Fahrer schmisst Tom aus dem Bus. Der Fahrer behielt eine hohe Geschwindigkeit bei. Der Fahrer sagte uns, in welchen Bus wir einsteigen müssen. Der Fahrer wurde wegen Geschwindigkeitsübertretung angeklagt. Der Fahrer, der den Unfall verursachte, blieb nicht am Unfallort. Die Einfahrt muss freigeschaufelt werden. Die Dürre hat der Ernte großen Schaden zugefügt. Die diesjährige Trockenheit war sehr schädlich für die ländlichen Gebiete. Der ertrinkende Mann rief um Hilfe. Das Drogenproblem ist international. Der Drogenschmuggler wurde am Flughafen verhaftet. Die Apotheke befindet sich am Ende dieser Straße. Der betrunkene Fahrer beschädigte einen Baum. Der betrunkene Fahrer fuhr mit seinem Wagen geradewegs durch die Wand des Hauses in ein Schlafzimmer. Der betrunkene Fahrer musste die Nacht in der Zelle verbringen. Der betrunkene Autofahrer fuhr zu schnell durch die Kurve, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und streifte sechs parkende Autos. Der betrunkene konnte nicht geradeaus laufen. Die Enten fingen an, mit den Flügeln zu schlagen. Der Herzog besitzt viel Land. Es bildeten sich Staubwolken. Der sterbende Mann bemühte sich, etwas zu sagen, konnte es aber nicht. Der Adler musste von Hand gefüttert werden. Der Adler ist dabei zu landen. Der Ahr ist der König der Vögel. Der Adler segelte majestätisch über den schneebedeckten Berggipfeln. Die ersten Zivilisationen entstanden in Mesopotamien. Morgenstund hat Gold im Mund. Morgenstund hat Gold im Mund. Die Ohren eines Kaninchens sind länger als die eines Fuchses. Der Boden gab unter seinen Füßen nach. Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Erde ist ein schöner Planet. Die Erde ist etwa sechsmal so groß wie der Mond. Die Erde unterscheidet sich darin von den anderen Planeten, dass es auf ihr Wasser gibt. Die Erde ist wie ein Ball mit einem großen Magneten im Innern. Die Erde ist rund, nicht flach. Die Erde ist rund. Die Erde ist orangenähnlich geformt. Die Erde umkreist die Sonne einmal in ungefähr 365 Tagen. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Die Erde kreist in einem Jahr um die Sonne. Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse. Die Erde dreht sich. Der Mond der Erde ist ein natürlicher Satellit. Das Erdbeben verursachte großflächigen Schaden. Das Erdbeben beschädigte viele alte Gebäude. Das Erdbeben zerstörte alles. Das Erdbeben erschütterte die Häuser. Das Erdbeben zertrümmerte alles. Das Erdbeben war eine furchtbare Erfahrung. Das Erdbeben war das stärkste, das wir je erlebt haben. Der Verzehr eines wohlschmeckenden Essens ist eines der intensivsten und genussvollsten Vergnügen des Lebens. Der ökologische Fußabdruck eines Landes hängt eng mit dem ökonomischen Entwicklungsstand zusammen. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich. Die wirtschaftliche Lage ist im Moment nicht gut. Der Ökonom sagte eine ausgedehnte Depression voraus. Der Wirtschaft geht es schlecht. Die Wirtschaftslage ist gut. Die Wirtschaft verbessert sich. Noch ist die japanische Wirtschaft stabil. Die Wirtschaft der Insel hängt von der fischverarbeitenden Industrie ab. Die Wirtschaft hat sich noch immer nicht vollständig von der Finanzkrise erholt. Der Herausgeber und Verleger dieser Zeitschrift wurde von einigen Lesern kritisiert. Sowohl der Redakteur als auch der Verleger sind meine Kaserns. Der Aal, den ich letzte Woche gefangen habe, lebt immer noch. Der Effekt der Medizin war vergangen. Die Wirkung des Medikamentes war beeindruckend. Die Wirkung trat sofort ein. Die Wirkung der Medizin nahm allmählich ab. Das Ei ist ein universelles Symbol des Lebens und der Wiedergeburt. Die Aubergine war vorzüglich. Die Aubergine war vorzüglich. Die Auberginen sahen so schön aus, da musste ich eine kaufen. Die Eier sind im Korb. Die Eier sind immer noch heiß. Der Ellbogen ist das Gelenk zwischen Oberarm und Unterarm. Die Wahlergebnisse lagen extrem dicht beieinander. Die Wahl war im November. Der Elefant wird von kleinen Kindern gemocht. Der Elefant wurde vom Jäger getötet. Die Aufzugtüren gingen zu. Die Fahrstuhltür öffnete sich, und wir stiegen aus. Die Fahrstuhltüren wollten nicht aufgehen. Der Fahrstuhl funktioniert wieder nicht. Der Fahrstuhl funktioniert wieder nicht. Der Aufzug funktioniert heute nicht. Der Aufzug geht nicht mehr. Der Aufzug hielt im ersten Stock an. Der Aufzug war außer Betrieb, und wir mussten in den fünften Stock laufen. Der Lift hat nicht funktioniert. Die Botschaft verweigerte ausländischen Flüchtlingen politisches Asyl. Die Kohlen glühen noch. Die Angestellten singen jeden Morgen das Firmenlied. Die Angestellten stimmten über den Vorschlag des Managers ab. Das Ende kam plötzlich. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Die Regenzeit ist dieses Jahr spät zu Ende gegangen. Das Ende der Welt ist nah. Das Weltenende naht. Der Weltenende naht. Das Ende ist viel interessanter. Das Ende war keine Überraschung. Der Feind griff von hinten an. Der Feind führte einen heftigen Angriff. Der Feind griff unsere linke Flanke an. Der Feind griff die Stadt an. Der Feind stellte das Feuer ein. Der Feind zerstörte viele unserer Schiffe. Der Feind bombardierte die Fabrik. Der Feind warf viele Bomben über der Fabrik ab. Der Feind forderte von uns die Kapitulation. Der Feind ist schwach. Der feindliche Angriff hielt den ganzen Tag an. Der Feind unternahm einen heftigen Angriff auf das Gebäude. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Der Feind erlitt große Verluste. Der Feind nahm unser Schiff unter Torpedobeschuss. Der Feind ist und zahlenmäßig 10 zu 1 überlegen. Der Motor erst ab. Der Motor funktioniert nicht richtig. Der Motor funktioniert nicht. Der Motor muss erst warm laufen. Die Lokomotive wird von Dampf angetrieben. Der Motor überhitzt. Der Motor brummt. Der Motor sprang wieder an. Der Motor wollte nicht anspringen. Der Motor wollte nicht anspringen. Der Motor ist abgesoffen. Der Techniker kletterte auf den Telefonmast. Der Ingenieur wusste jedes kleinste Detail über das neue Modell. Die Ingenieure sprengten die Brücke. Da sie einsturzgefährdet war. Die gesamte Stadt war ohne Strom. Auf der ganzen Etage ist Teppichboden verlegt. Alle Mitarbeiter im Vertrieb haben eine Woche lang Tag und Nacht gearbeitet. Der ganze Platz war verschneit. Die ganze Stadt war unter Wasser. Die Aufnahmezeremonie findet um 10 Uhr statt. Der Äquator teilt die Erdkugel in zwei Hemisphären. Die Rolltreppe ist kaputt. Plötzlich hielt die Rolltreppe an. Die Flucht war nicht weniger als ein Wunder. Der flüchtige Häftling ist bewaffnet und gefährlich. Der entflohene Häftling ist noch immer auf freiem Fuß. Die geflohenen Gefangenen sind immer noch auf der Flucht. Das Vermögen ging nach seinem Tod an seine Tochter. Der Voranschlag war ein völliger Schock. Es stürmte an dem Abend, als er starb. Abendessen wird zwischen 9 Uhr und Mitternacht serviert. Die Abendvorstellung am Königlichen Theater war zu Ende, und die Zuschauer waren nach Hause gegangen. Die Veranstaltung lockte über 300 Menschen an. Das Ereignis hat ihn berühmt gemacht. Das Ereignis ist mir noch heute lebhaft im Gedächtnis. Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, genau wie sie es vorausgesagt hatte. Die Beweise überzeugten uns von seiner Unschuld. Die Beweise deuten darauf hin, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Beweis war gegen mich. Das genaue Datum der Geburt Jesu ist unbekannt. Das genaue Gegenteil ist wahr. Genau das gleiche ist mir auch passiert. Genau das gleiche ist einem meiner Freunde geschehen. Die Temperatur beträgt genau 22,68 Grad Celsius. Die Prüfung steht bevor. Die Klausurzeit betrug zweieinhalb Stunden. Das Examen war sehr einfach. Die Klausur war nicht schwer. Die Prüfung, die er letzte Woche ablegte, war sehr schwer. Die Klausuren sind alle vorbei. Die Beispiele dieses Wörterbuchs sind leicht zu verstehen. Die Prüfungen sind endlich vorbei. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Der Wechselkurs des Dollars zum Euro ist gefallen. Die aufgeregte Menge strömte aus dem Stadion. Die Übungen sind einfach und wirksam. Die Ausstellung ist jetzt eröffnet. Die Ausstellung ist einen Besuch wert. Die Ausstellung bietet tiefe Einsichten in antike Kulturstufen. Die Ausstellung wird nächsten Monat stattfinden. Die Ausstellung wird noch einen weiteren Monat geöffnet bleiben. Der Ausgang ist an derselben Stelle wie der Eingang. Der Ausgang ist links. Der Ausgang ist links. Das Experiment bestätigte seine Theorie. Das Experiment scheiterte. Das Experiment muss beginnen. Das Experiment muss gelingen. Die nächste Chance ergibt sich erst in 50 Jahren. Das Experiment war ein Erfolg. Das Experiment war ein Erfolg. Die Erklärung ist keineswegs zufriedenstellend. Die Erklärung ist einfach. Die Erklärung ist vielleicht bei weitem komplizierter. Die Erklärung ging über mein Verständnis hinaus. Die Erklärung war nicht schwer zu verstehen. Die Entdecker setzten ihre Reise fort. Die Forscher entdeckten ein Skelett in der Höhle. Die Entdecker erreichten endlich ihr Ziel. Die Entdecker bahnten sich ihren Weg durch den Urwald. Die Forscher wagten sich in die Höhlen hinein. Es kam aus Versehen zur Explosion. Die Explosion könnte durch ein Gasleck verursacht worden sein. Die Explosion erschütterte den Boden. Die Ausfuhr von Waffen war nicht erlaubt. Die Ausfuhr von Waffen war verboten. Die Ausfuhr von Waffen war verboten. Der Export stieg um 30 Milliarden Dollar. Der Schnellzug kommt um 18 Uhr und 30 Minuten an. Der Schnellzug ist eine Stunde schneller als der Personenzug. Das zusätzliche Zimmer erwies sich als überaus nützlich, wenn wir Gäste hatten. Die Extremisten weigerten sich, zu verhandeln. Die Augen sind größer als der Magen. Der Stoff war schreiend rot. Die Tatsache ist selbst für einen zufälligen Beobachter augenfällig. Die Tatsache ist, dass er zu beschäftigt ist, um sie zu sehen. Fakt ist, dass wir nicht eingeladen wurden. Die Tatsache, dass er schuldig ist, bleibt bestehen. Der Umstand, dass ich meine Beherrschung verlor, machte die Sache noch schlimmer. Die Tatsache, dass ich hier bin, beweist, dass ich unschuldig bin. Die Tatsache wurde ans Licht gebracht. Die Fabrik hat immer Schuhe in guter Qualität hergestellt. Die Fabrik beschloss, die alten Maschinen abzuschaffen. Die Fabrik wollte ihn nicht. In der Fabrik wollte man Tom nicht. Die Fabrik ist seit einem Jahr stillgelegt. Die Fabrik produziert einen neuen Autotypen. Die Fabrik läuft unter Volllast. Die derzeit im Bau befindliche Fabrik wird am Tag 3000 Videorekorder produzieren. Das Werk stellt allmonatlich tausende von Flaschen her. Die Fabrik wurde vor zehn Jahren geschlossen. Die Fakten sind offensichtlich. Die Fakten sind nicht klar. Die Fakten sind allen bekannt geworden. Die Tatsachen sprechen für sich. Der Misserfolg ist seiner Sorglosigkeit geschuldet. Die Familie fügte sich schnell in das neue Umfeld ein. Die Familie aß zusammen zu Abend. Die Familie aß gemeinsam zu Abend. Das Familienvermögen hat sich beträchtlich vergrößert. Die Familie versammelte sich um den Tisch. Die Familie versammelte sich zum Essen am Tisch. Die Familie machte nach dem Krieg eine schwere Zeit durch. Die Familie frühstückt im Freien. Die Familie schaut sich zusammen einen Film an. Die Familie lebte in Armut. Die Familie schaut sich gerne zusammen Krimi an. Die Familie betrauerte den tragischen Tod ihres jungen Kindes. Die Familienmitglieder stimmten darüber ab, in was für einem Restaurant sie zu Abend essen sollten. Die Familie möchte ein Haus kaufen. Der berühmte Arzt hielt eine Rede über Aids. Der berühmte Pianist lächelte. Der Ventilator ist kaputt. Die Farmarbeiter luden den Lastwagen ab. Der Bauer erwischte den Jungen, der Äpfel aus seinem Obstgarten gestohlen hatte. Der Bauer grub ein Loch, um einen Baum zu pflanzen. Der Bauer stellte fünf neue Arbeiter ein. Der Landwirt hatte ein sonnengebräuntes Gesicht. Der Bauer hat seinen Traktor in der Scheune stehen. Der Bauer pflügte den ganzen Tag seinen Acker. Der Landwirt hat Gerste gesät. Der Farmer säte Weizen auf sein Feld. Der Farmer, der in der Nähe wohnte, kam, um Nachforschungen anzustellen. Die Bauern erwarten dieses Jahr eine gute Ernte. Die Bauern wussten nicht, was zu tun ist. Die Bauern erwarten dieses Jahr eine gute Ernte. Die Bauern müssen zufrieden sein, das zu hören. Am schnellsten reist man mit dem Flugzeug. Der Dicke sprang über den Graben und fiel zu Boden. Die fette Frau hielt einen Affen. Der Wasserhahn im Badezimmer ist defekt. Der Wasserhahn tropft. Der Wasserhahn tropft. Das Gefühl wird erwidert. Die Schülerin, die sich direkt vor den Lehrer gesetzt hat, kommt aus Deutschland. Der Zaun ist grün gestrichen. Der Zaun wurde von meinem Vater gestrichen. Der Zaun wird morgen von Tom gestrichen werden. Der Kotflügel war stark verbeult. Das Fieber hat nachgelassen. Das Feld ist mit Schnee bedeckt. Um die Wiese herum ist Stacheldraht. Die Feldmäuse haben das Getreide der Bauern aufgefressen. Das Feld war unbearbeitet. Es fehlt der fünfte Wählend dieser Reihe. Der Kampf geht weiter. Der Kampf dauerte drei Sekunden. Der Streit endete mit mehreren Verhaftungen. Der Kampf hat eine Woche angedauert. Die Feigen, die in der Tüte sind, sind noch nicht gewaschen. Die Feigen, die in der Tüte sind, sind noch nicht gewaschen. Die Feigen, die in der Tüte sind, sind noch nicht gewaschen. Die Aktenschrankschubladen sind offen. Die Datei ist beschädigt. Die Akten sind in der richtigen Reihenfolge. Die Dateien fehlen. Der Film war ein großer Erfolg. Der Film wurde von dem Roman gleichen Titels inspiriert. Das Endspiel wurde auf morgen verschoben. Das Endspiel war nicht sehr spannend. Der Endpunktestand des Spiels war drei zu erster. Die finanzielle Lage wird von Woche zu Woche schlechter. Die schönen Künste erlebten im Italien des 15. Jahrhunderts eine Blüte. Die Fingerabdrücke auf der Waffe stimmen mit jenen des Verdächtigen überein. Der Feueralarm ging los. Das Feuer brach erst aus, nachdem die Angestellten nach Hause gegangen waren. Das ganze Gebäude fiel dem Feuer anheim. Das Feuer zerstörte das hohe Gebäude. Das Feuer zerstörte drei Häuser. Die Feuerwehrmänner löschten das Feuer. Das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Das Feuer hatte bereits auf das nebenstehende Gebäude übergegriffen, als die Feuerwehr eintraf. Das Feuer ging aus. Das Feuer verwandelte das Haus in Asche. Das Feuer breitete sich rasch aus. Das Feuer breitete sich im Haus aus. Das Feuer brach in Thams Zimmer aus. Das Feuer ist in der Küche ausgebrochen. Die Feuerwache ist neben dem Polizeirevier. Das Feuer wurde sofort gelöscht. Das Feuer wurde sofort gelöscht. Das Feuer wurde bald gelöscht. Das Feuer ging von selbst aus. Das Feuer erlosch. Das Feuer, welches diese Katastrophe verursacht hatte, brach im zweiten Stock des Krankenhauses aus. Das Feuer, das von einem Ostwind angefacht wurde, zerstörte das Zentrum der Stadt. Der Feuerwehrmann half dem Opfer des Autounfalls. Die Feuerwehrleute suchen noch nach Überlebenden. Der Feuerwehrmann hackte sich durch die Tür. Der Feuerwehrmann konnte die Flammen nicht löschen. Die Feuerwehrmann schlugen die Tür ein. Die Feuerwehrleute grenzten das Feuer ein. Es gelang den Feuerwehrleuten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehrmänner löschten die Flammen schnell. Die Feuerwehrleute eilten in das brennende Haus. Aufgrund der großen Menge Unrats, den sie über viele Jahre angesammelt hatte, war es den Feuerwehrleuten nicht möglich, die in ihrem Haus eingesperrte Frau zu erreichen. Das Gesicht des Feuerwehrmannes war erbittert, als er aus dem brennenden Haus kam. Das Feuerwerk geht los. Die Firma ging wegen Geldmangel pleite. Die ersten amerikanischen Siedler kamen im 17. Jahrhundert. Das erste Flugzeug erhob sich 1903 für zwölf Sekunden in die Lüfte. Der erste künstliche Satellit war Sputnik 1 und wurde 1957 von der Sowjetunion gestartet. Der erste Angriff verfehlte das Ziel. Der erste schwarze Präsident Amerikas war Barack Obama. Das erste Opfer eines jeden Krieges ist die Wahrheit. Der erste Gang ist Zuppe. Die erste Auflage wurde vor zehn Jahren herausgegeben. Die ersten paar Jahre waren schwierig. Das erste benzingetriebene Automobil wurde 1886 von Carl Benz erfunden. Die erste Gruppe studiert am Morgen, die zweite am Abend. Die erste Hälfte der Geschichte spielt in Boston. Das erste, was er kaufte, war ein Wecker. Die erste Lektion ist leicht. Die erste Lektion war einfach. Der erste Monat des Jahres ist der Januar. Die erste Nacht war schrecklich. Der erste Teil dieses Buches ist in Florenz angesiedelt. Die ersten Pfirsiche fielen schon vom Baum. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Das erste Verbot gegen Sklaverei wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesprochen. Der erste Vorschlag erwies sich als zu kompliziert. Die erste Runde geht aufs Haus. Die erste Raumsonde, die von der Erde aus den Mars besuchte, war Meranah 4 im Jahre 1965. Der erste Abschnitt ist fertig. Der erste Schritt der Lösung eines Problems besteht darin, das Problem zu erkennen. Der erste Schritt der Lösung eines Problems besteht darin, das Problem zu erkennen. Der erste Schritt beim Lösen eines Problems ist, zu erkennen, dass es eins gibt. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Der erste Schritt ist der schwerste. Der erste Schritt ist der schwierigste. Der erste Schritt ist der wichtigste. Der erste Schritt ist sehr schwierig. Die ersten Schritte sind immer die schwersten. Das erste Semester fängt im April an. Als erstes möchte ich mir morgen eine vernünftige Teilzeitstelle suchen. Tom stellt jeden Tag als erstes den Fernseher an, wenn er nach Hause kommt. Wenn Tom eine Frau kennenlernt, überprüft er als allererstes, ob sie einen Ehering trägt. Als erstes müssen wir ein Feuer machen. Als allererstes müssen sie sich mit Tom in Verbindung setzen. Als allererstes musst du deinen Koffer packen. Das erste, was du machen musst, ist ein Bad zu nehmen. Du solltest zuallererst einmal einen Anwalt hinzuziehen. Zuallererst überprüft man gewöhnlich den Ölstand. Als ich Tom kennenlernte, wähnte ich ihn reich. Das erste Mal habe ich diesen Film vor Jahren in einem Autokino gesehen. Als Tom Maria zum ersten Mal mit nach Hause brachte, sagte seine Mutter, die solltest du behalten. Das erste Mal ist umsonst. Die ersten beiden Tage meines Ausflugs waren verregnet. Die ersten Violinen tragen die Melodie. Das erste war nicht das Beste. Das erste Wort eines englischen Satzes sollte mit einem Großbuchstaben anfangen. Der Fisch, den er gestern fing, ist noch am Leben. Der Fisch stinkt. Der Fisch schmeckte wie Lachs. Der Fisch war perfekt zubereitet. Der Fisch war köstlich. Der Fisch war ganz frisch. Die Fischer standen vor Sonnenaufgang auf. Die Fischer machten Aufnahmen von ihrem Fang. Die Umkleidekabine ist besetzt. Die fünf Brüder arbeiteten zusammen auf der Farm. Die Flaggen flatterten im Wind. Die Flamme erlosch. Der Blitz funktionierte nicht, so dass er kein Bild im Dunkeln machen konnte. Die Flugbegleiterin rüttelte Tom wach und teilte ihm mit, dass das Flugzeug gelandet sei. Der Flug ist wegen des dichten Nebels gestrichen worden. Der Flug war überbucht. Die Flüge sind noch nicht gestartet. Die Flut hat ein Desaster in ihrer Gemeinschaft verursacht. Wegen der Flut gelangte ich nicht über den Fluss. Das Hochwasser machte die Ernte zunichte. Die Überschwemmung war die schlimmste Katastrophe, die sie je erlebt hatten. Das Hochwasser verdarbt die Ernte. Der Boden knarrte. Der Fußboden fühlt sich kalt an. Der Boden muss geschrubbt werden. Der Fußboden ist kalt. Auf dem Fußboden sind überall Nagetierkötthel. Auf dem Fußboden liegt überall Sägemehl. Der Boden ist mit einem dicken Teppich bedeckt. Der Fußboden ist schmutzig. Der Fußboden ist sehr kalt. Der Boden ist sehr klitschig. Der Boden ist nass und rutschig. Der Boden war kalt. Auf dem Fußboden hatte sich eine Staubschicht gebildet. Der Boden war sehr kalt. Die Dielenbretter knarren etwas, wenn man da übergeht. Die Bodenbretter knarrten. Das Mehl hatte sein Haltbarkeitsdatum überschritten. Deswegen ging der Kuchen nur halb so gut auf, wie er sollte. Das Blumenbeet muss gegossen werden. Der Blumentopf krachte auf den Gehsteig. Der Blumenladen liegt gegenüber dem Park. Langsam fangen die Blumen zu wachsen an und alles wird grün. Die Blumen sind für dich. Die Schokolade ist für mich. Die Blumen sind am Verwelken. Die Blumen ließen das Zimmer freundlicher erscheinen. Die Blumen heiterten sie auf. Die Blumen in dem Garten sind sehr schön. Die Blumen im Garten brauchen Wasser. Die Blume riecht so gut. Die Blumen wiegten sich im Wind. Mit den Blumen wird der Tisch freundlicher aussehen. Die Blumen verwelkten. Die Flöten und die Violinen spielen unisono. Gegen 10 Uhr löste sich der Nebel langsam auf. Der Nebel fing an, sich zu lichten. Der Nebel begann langsam sich zu heben. Der Nebel begann langsam sich zu heben. Der Nebel hat sich gelichtet. Der Nebel wird dichter. Der Nebel hinderte die Flugzeuge am Starten. Der Nebel war so dicht, dass man kaum etwas sehen konnte. Der Nebel war so dicht, dass ich nicht einmal die Hand vor Augen sehen konnte. Der Nebel wurde schnell dichter. Am nächsten Tag wurde er tot im Schlafzimmer gefunden. Am folgenden Morgen war der Schneemann vollständig geschmolzen. Die folgende Geschichte hat sich wirklich zugetragen. Das folgende wurde teilweise einer wahren Geschichte nachempfunden. Im folgenden Jahr brach der Erste Weltkrieg aus. Das Essen in dem Restaurant ist mir zu fettig. Das Essen in dem Restaurant da war nicht so besonders. Das Essen sah nicht besonders appetitanregend aus. Das Essen hat gar nicht so schlecht geschmeckt. Das Essen hat nicht so schlecht geschmeckt. Das Essen ist ihm nicht bekommen. Das Essen ist da. Das Essen hier ist ausgezeichnet. Das Essen hier ist preiswert und schmeckt. Das Essen hier ist schrecklich. Das Essen in meinem Heimatland unterscheidet sich nicht sehr von dem in Spanien. Die Verpflegung in diesem Hotel ist sehr gut. Das Essen ist kalt. Das Essen ist köstlich. Das Essen ist ausgezeichnet. Das Essen ist gut. Das Essen ist fertig. Die Lebensmittel sind verdorben. Das Essen ist versalzen. Das Essen ist sehr gut. Das Essen sieht sehr köstlich aus. Die Nahrungsmittelvorräte werden bis dann nicht ausreichen. Das Essen war im Gefängnis besser. Das Essen war billig, aber ungenießbar. Das Essen war köstlich. Das Essen war nahezu ungenießbar. Das Essen war so gut, dass ich zu viel aß. Das Essen war schrecklich, aber ich habe mich nicht beklagt. Das Essen war sehr gut. Das Essen schmeckte wunderbar. Das Essen war nicht gut, aber immerhin preiswert. Das Essen war nicht so doll. Das Essen war nicht sehr lecker, sonst war die Party aber ein Erfolg. Das Essen ist da. Das Essen ist noch nicht fertig. Das Essen ist fertig. Die Lebensmittel sind durch die Hitze verdorben. Die Stärke des Windes erschwerte das Gehen. Nach der Prognose wird es morgen schneien. An den Gesprächen nahm der Außenminister teil. Der Ausländer konnte überhaupt kein Japanisch. Der Ausländer gewöhnte sich bald an die japanischen Speisen. Der Kriminaltechniker fand an der Hand des Opfers Schussrückstände. Im Wald gibt es viele verschiedene Pflanzen. Der Waldbrand begann sich in alle Richtungen auszubreiten. Der Waldbrand entstand durch Fahrlässigkeit. Der Wald beheimatet viele verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren. Der Wald steckt voller Leben. Im Wald wimmelt es von Affen. Der Wald ist sehr dicht. Der Waldpfad war gänzlich mit Schnee bedeckt. Es war dunkel im Wald. Der Wald war so dicht, dass man kaum hindurch gehen konnte. Die Gabel ist schmutzig. Das Kastell kann ganzjährig besichtigt werden. Das Kastell kann ganzjährig besichtigt werden. Der Stürmer schoss ein Tor. Der Springbrunnen ist da drüben. Der Fuchs und der Bär lebten zusammen. Der Fuchs kam den Weg entlang. Der Fuchs kam den Weg entlang. Der Bruch war nicht so schwerwiegend, wie wir gedacht hatten. Der gebrechliche alte Mann weigerte sich standhaft, einen Rollstuhl zu benutzen. Der Rahmen muss abgehend schmiert und lackiert werden. Das Tragwerk des Hauses sollte in ein bis zwei Tagen fertiggestellt sein. Die Frisken der Kathedrale sind sehr interessant. Der Kühlschrank ist leer. Der Kühlschrank war völlig leer. Der Freund meines Feindes ist mein Feind. Der Freund, von dem ich dachte, er werde die Prüfung bestehen, ist durchgefallen. Die Freundschaft zwischen Tom und Maria nahm schnell ernstere Züge an. Der Frosch kam aus dem Wasser. Die vorderen Bremsen sind Scheibenbremsen. Die Haustür ist zu. Die Haustür blieb verschlossen. Die Haustür war auf. Die Haustür geht nicht auf. Thams Hemd vor der Seite war durch eine Schusswunde mit Blut befleckt. Das Haus ist vorne weiß gestrichen. Das Obst ist frisch. Das Obst ist im Korb. Die Frucht schmeckt süß. Das Obst wurde schlecht. Die Tankuhr ist kaputt. Der Benzintank des Autos ist voll. Der Flüchtling überquerte den Fluss. Der Flüchtling ist bewaffnet und gefährlich. Der Spaß war nicht von langer Dauer. Der Fonds wurde zur Unterstützung von Waisen eingerichtet. Die Beerdigung ist morgen. Die Beerdigung war gestern. Die Möbel in seinem Büro sind sehr modern. Die Möbel in diesem Büro sind ziemlich modern. Die Möbel in diesem Büro sind wirklich modern. Die Möbel wurden bei einer Auktion gekauft. Die Möbel waren staubig. Die Zukunft hat nie strahlender ausgesehen. Die Zukunft liegt in euren Händen. Aus der Perspektive vieler unter 30-Jähriger sieht die Zukunft nicht rosig aus. Die Zukunft ist unsicher. Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Die Zukunft liegt in euren Händen. Die Zukunft sah sehr düster aus. Die Zukunft der Menschheit liegt in deinen Händen. Die Zukunft wird früh genug kommen. Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Der Spieler verlor jede Menge Geld. Das Spiel wurde spannend. Das Spiel zog eine Menge Leute an. Das Spiel war um 9 Uhr zu Ende. Das Spiel endete unentschieden. Das Spiel endete mit einer Massenschlägerei. Das Spiel endete unentschieden. Das Spiel wurde immer aufregender. Das Spiel ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das Spiel ist verschoben worden. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist manipuliert. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Dem Spiel hat es an Spannung gefehlt. Das Spiel fängt morgen Nachmittag um zwei an. Der Wildhüter bat Tom um seinen Jadgesetzschein. Das Spiel wurde in letzter Minute abgesagt. Das Spiel wurde wegen des starken Regens abgesagt. Das Spiel wurde wegen Regens abgesagt. Das Spiel wurde unterbrochen. Das Spiel wurde auf nächste Woche verschoben. Das Spiel wurde auf nächste Woche verschoben. Das Spiel wurde auf nächste Woche verschoben. Das Spiel war sehr aufregend. Wenn es morgen regnet, wird das Spiel abgesagt. Das Spiel wird stattfinden, ob bei Regen oder Sonnenschein. Das Spiel findet statt, selbst wenn es regnet. Das Spiel wird stattfinden, ob es regnet oder die Sonne scheint. Das Spiel wäre nicht abgesagt worden, wenn es nicht so stark geregnet hätte. Die Verbrecherbande plante einen Einbruch. In Thamsviertel ist gerade ein Bandenkrieg im Gange. Die Garage war leer. Die Müllabfuhr kommt dreimal die Woche. Der Garten kann von draußen nicht eingesehen werden. Der Garten hat einen Bretterzaun. Der Garten ist hinterm Haus. Der Garten ist voller Blumen. Der Garten ist voller Unkraut. Der Garten liegt vor dem Haus. Der Garten wird nicht gepflegt. Der Garten wird von der Straße durch einen Zaun getrennt. Der Garten war mit abgefallenem Laub bedeckt. Der Garten war voller schöner gelber Blumen. Der Garten war voll mit gelben Blumen. Der Garten war von Unkraut überwuchert. Der Garten war von einem hölzernen Zaun umgeben. Der Gärtner hat gerade die Hecke geschnitten. Der Gärtner pflanzte einen Rosenbaum mitten in den Garten. Der Gärtner war der Mörder. Das Gärtners Motorrad macht viel Getöse. Die Garnison wurde zum Aufgeben gezwungen. Der Treibstofftank explodierte plötzlich. Der Benzintank befand sich unterhalb. Der Tanklaster rammte das Tor und flog in die Luft. Das Tor ist das ganze Jahr über geschlossen. Das Tor wird um 8 Uhr geschlossen. Das Tor wird um 6 Uhr geschlossen. Das Tor ist jetzt geöffnet. Das Tor ist zu schmal für das Auto. Das Tor öffnete sich. Das Tor wurde offengelassen. Die Tür war auf. Das Tor war zu eng für den Lastwagen. Die Gänse fliegen nach Süden. Der General gab Befehl zum Rückzug. Der General inspizierte die Truppe. Der General befahl die Entsendung zweier Bataillone. Der Herr ist ein sehr bekannter Pianist. Die Gespenstergeschichte war äußerst furchteinflößend. Der Geist verschwand plötzlich. Das Geschenk freute die Indianer sehr. Die Geschenke werden die Kinder erfreuen. Das Mädchen, von dem ich dir erzählte, lebt in Kyto. Das Mädchen, mit dem ich ins Kino ging, ist meine Freundin. Das Mädchen sah immer glücklich aus, aber es war ganz und gar nicht glücklich. Das Mädchen brachte mir eine rote und eine weiße Rose. Das Mädchen brach in Tränen aus. Das Mädchen schrie nach Hilfe. Das Mädchen sagte nichts. Das Mädchen sagte überhaupt nichts. Das Mädchen weiß nicht, wie man das macht. Das Mädchen spielt nicht gerne Fußball. Die Frau in Weiß ist seine Verlobte. Das Mädchen fiel in Ohnmacht, kam aber wieder zu sich, als wir ihm Wasser ins Gesicht schütteten. Das Mädchen wurde abgelenkt und verlor ihre Eltern aus den Augen. Das Mädchen begrüßte mich mit einem Lächeln. Das Mädchen trug einen großen, roten Hut. Das Mädchen trug einen langen Schal um den Hals. Das Mädchen war ganz ohne Geld aufgewachsen, und als sie geheiratet hatte, wurde sie verschwenderisch. Dieses Mädchen hatte niemanden, den es um Rat fragen konnte. Das Mädchen trägt einen Schal um den Hals. Das Mädchen hat ein weiches Herz. Das Mädchen hat keine Mutter. Das Mädchen in dem blauen Mantel ist meine Tochter. Das Mädchen auf dem Bild lächelt. Das Mädchen hat Angst vor Hunden. Das Mädchen springt. Das Mädchen ist einsam. Das Mädchen ist mit seinem Opa am Lesen. Das Mädchen ist geschickt im Stricken. Das Mädchen ist klein für sein Alter. Das Mädchen hat mir netterweise den Weg zum Museum erklärt. Es fehlte dem Mädchen an musikalischem Talent. Das Mädchen hat den Vogel freigelassen. Das Mädchen hob die schwere Schachtel mit einer Hand hoch. Das Mädchen machte aus einem Stück Stoff eine Puppe. Das Mädchen machte eine ungeschickte Verbeugung. Das Mädchen hat sich mit dem Geld ihres Arbeitgebers davon gemacht. Das Mädchen, welches Klavier spielt, ist meine Tochter. Das Mädchen, das Klavier spielt, ist meine Schwester. Das Mädchen ähnelte seiner Mutter. Das Mädchen sieht seiner Mutter ähnlich. Das Mädchen sagte nichts. Das Mädchen sagte, von so einer Person habe sie noch nie gehört. Das Mädchen saß neben mir. Das Mädchen, das da drüben singt, ist meine Schwester. Das Mädchen, das am Klavier sitzt, ist meine Tochter. Das Mädchen lächelte mich an. Das Mädchen, das drüben steht, ist Maria. Das Mädchen, das dort steht, ist Mary. Das Mädchen glaubt noch an den Weihnachtsmann. Das Mädchen, das im Becken schwimmt, ist meine Cousin. Das Mädchen, das mit Tom spricht, ist Mary. Das Mädchen zitterte vor Angst. Das Mädchen unter dem Baum sieht traurig drein. Das Mädchen lief langsam. Das Mädchen wollte ihm die Wahrheit sagen, aber sie konnte nicht. Das Mädchen hatte Angst, vom Dach herunter zu springen. Das Mädchen ging immer seiner Mutter hinterher. Das Mädchen war sich der Gefahr bewusst. Das Mädchen wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Das Mädchen trug eine mit Sachen vollgestopfte Plastiktasche. Das Mädchen starrte auf die Puppe. Das Mädchen war so freundlich, mir den Weg zum Museum zu zeigen. Das Mädchen schluchzte in der Ecke des Klassenzimmers. Das Mädchen zitterte vor Angst. Das Mädchen war nach dem Unfall sichtlich erschüttert. Das Mädchen wusch sich die Haare. Das Mädchen ging in den Wald, um Pilze zu sammeln. Das Mädchen ging zur Schule, obwohl sie krank war. Das Mädchen schlief ein. Das Mädchen, von dem ich annahm, sie sei eine Sängerin, stellte sich als eine andere Person heraus. Das Mädchen in Weiß ist meine Verlobte. Das Mädchen von nebenan ist sehr hübsch. Das Mädchen, das beim Bäcker arbeitet, ist niedlich. Das Mädchen, das in der Bäckerei arbeitet, ist sympathisch. Das Mädchen, das in der Bäckerei arbeitet, ist nett. Das Mädchen, das in der Bäckerei arbeitet, ist hübsch. Das Mädchen, das Klavier spielt, ist meine Schwester. Das Mädchen mit langen Haaren ist Maria. Das Mädchen mit den langen Haaren ist Maria. Das Mädchen, in das er sich verliebt hatte, verließ ihn nach einigen Monaten. Das Mädchen trug eine gelbe Schleife im Haar. Das Mädchen trug gelbe Schleifen im Haar. Das Mädchen heißt Maria. Die Eltern des Mädchens stimmten ihrer Bitte zu. Das Mädchen schloss seine Augen und hörte dem Pfarrer zu. Die Mädchen sind so fleißig wie Bienen. Die Mädchen bürsten ihre Haare. Die Mädchen sind aufgeregt. Die Mädchen hacken schon wieder aufeinander herum. Die Mädchen begannen zu lachen, als sie die Geschichte hörten. Die Mädchen fingen an zu lachen. Die Mädchen tanzten in der Turnhalle. Die Mädchen tanzten zur Musik. Die Mädchen fielen in Ohnmacht. Die Mädchen sammelten Blumen. Die Mädchen kicherten, als Tom vorüber ging. Die Mädchen kicherten. Die Mädchen tratschten. Die Mädchen waren stutenbissig. Die Mädchen lachten Tom aus. Die Mädchen sahen sich an. Die Mädchen fingen an zu lachen. Die Mädchen sprachen über Jungs und die Jungs über Fußball. Die Mädchen unterhielten sich über Mode. Die Mädchen unterhielten sich lautstark im Zug. Die Mädchen unterhielten sich lautstark. Die Mädchen gingen zusammen durch die Geschäfte. Die Mädchen gingen einkaufen. Die Mädchen weinten. Die Mädchen hatten keine Angst, wohl aber die Jungen. Die Mädchen waren tief beeindruckt. Die Mädchen saßen nebeneinander. Die Mädchen hatten keine Angst, aber die Jungen. Die Mädchen waren nicht schüchtern. Die Mädchen tuschelten untereinander. Die Mädchen haben gesiegt. Die Mädchen, mit denen du gesprochen hast, sind meine Schülerinnen. Die Mädchen, mit denen du gesprochen hast, waren früher mal Schülerinnen von mir. Das Glas fiel ihm aus der Hand. Das Glas ist leer. Das Glas ist mit Wasser gefüllt. Das Glas ist mit Wein gefüllt. Das Ziel wurde erreicht. Die Ziege meckerte. Die Ziegen grasen. Es geht nur schleppend voran. Der Stieglitz ist ein sehr interessanter Vogel. Der Goldfisch lebt. Die Gondelfahrt war nicht so romantisch, wie Tom und Maria gehofft hatten. Die gute Nachricht ist die, dass wir umsonst reinkommen. Die gute Nachricht, wir brauchen nicht hin. Die gute Nachricht ist, dass wir dir helfen können. Die gute Nachricht lautet, dass sie nicht sterben werden. Die gute Nachricht verbreitete sich schnell im Dorf. Die guten alten Tage sind vergangen und kehren nie zurück. Das Gute an diesem elektronischen Wörterbuch ist, dass man es leicht mit sich führen kann. Ein fremdes Land lernt man am besten kennen, indem man hinfährt. Die Waren sind in gutem Zustand eingetroffen. Die Handelsgüter trafen unversehrt ein. Die Ware kam gestern an. Die Waren, die letzten Monat aus England bestellt wurden, sind noch nicht angekommen. Die Gans ward von einem Fuchse gerissen. Der großartige Kuchen machte mir den Mund wässrig. Der Gorilla war zu der Zeit ein Jahr alt. Das Geschwätz hat seinem Ruf geschadet. Die Regierung ergriff entschlossene Maßnahmen gegen die Inflation. Die Regierung bat das Militär, eine Katastrophentruppe nach Okinawa zu schicken. Die Regierung ging hart gegen die Minderheit vor. Die Regierung hat beschlossen, eine spezielle Steuer auf sehr hohe Einkommen einzuführen. Die Regierung erkannte ihm sämtliche Rechte ab. Die Regierung hat eine neue Weinsteuer eingeführt. Die Regierung hat Maßnahmen zur Förderung der heimischen Industrie eingeleitet. Die Regierung hat ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. Die Regierung wird zunehmend unter Druck gesetzt, sich bezüglich der Senkung des Kohlenstoffausstoßes stärker zu engagieren. Die Regierung zieht Steuererleichterungen in Erwägung. Die Regierung tut nicht ihr Bestes, um das Wohnraumproblem zu lösen. Die Regierung veröffentlichte die folgende Erklärung. Die Regierung senkte die Steuern für Familien mit geringem Einkommen. Die Regierung muss grundlegende Reformen durchführen. Die Regierung von Mexiko weigerte sich, zu verhandeln. Die mexikanische Regierung kapitulierte. Die Regierung des Inka-Reiches kontrollierte alles. Die Regierung hatte Millionen Dollar Schulden. Die Regierung weigert sich, dem öffentlichen Druck nachzugeben. Die Regierung sollte diese alten Vorschriften abschaffen. Die Regierung sollte mehr Geld in Landwirtschaft investieren. Die Regierung sollte mehr Geld in die Industrie investieren. Die Regierung neigt dazu, die Massenmedien zu kontrollieren. Die Regierung war gezwungen, die Außenpolitik zu ändern. Die Regierung wird drastische Maßnahmen ergreifen müssen, um das Problem zu lösen. Der Regierungsbeschluss hatte weitreichende Folgen. Der neue Wirtschaftsplan der Regierung lässt viel zu wünschen übrig. Der Gouverneur missbrauchte seine Macht. Der Gouverneur setzte die Häftlinge auf freien Fuß. Die Rede der Gouverneurs wurde in der Zeitschrift veröffentlicht. Die Abschlussfeier findet am 20. März statt. Die Pampelmuse schmeckt sehr sauer. Die Trauben sind sauer. Das Gras des Nachbarn ist immer grüner. Die Kirschen in Nachbarsgarten schmecken immer süßer. Das Gras wächst nach dem Regengut. Das Gras ist gelb. Das Gras muss mal geschnitten werden. Die größte Entfernung ist die zwischen zwei Köpfen. Das größte Glück liegt in der Freiheit. Im Kasten fehlt der grüne Buntstift. Der grüne Lampenschirm wirft einen warmen Schein in das Zimmer. Die Granate explodierte, bevor der Terrorist sie werfen konnte, es zerfetzte ihm den Arm. Die von Creme gebeugte Familie musste über zehn Jahre lang warten, bis der Mörder des Sohnes seiner gerechten Strafe zugeführt wurde. Der Bräutigam ließ die Braut vor dem Altar stehen. In dem Rinderhack wurde Pferdefleisch gefunden. Das Erdgesetzeskepaus stand unter Wasser. Der Boden ist immer noch feucht. Der Boden scheint nass zu sein. Der Boden war von Blättern bedeckt. Der Boden war sehr uneben. Die Gruppe besteht aus insgesamt 50 Studenten. Die Gruppe löste sich auf. Die Gruppe warb einen Führer für die Wanderung an. Die Gruppe spielt noch immer. Warum gehst du jetzt? Die lärmende Rasselbande von Jungen war nicht mehr unter Kontrolle zu halten. Die Gruppe stellte Plakate auf, um daran zu erinnern, dass Lärm gesundheitsschädlich ist. Die Gruppe versuchte, soziale Probleme zu lösen. Die Gruppe bestand aus Lehrern und Schülern. Die Gruppe stellte ihre Unterstützung für die Regierung ein. Der Populationszuwachs in den Entwicklungsländern ist sehr groß. Der Wärter öffnete die Zellentür. Die Wachmänner fanden in der Tasche des Häftlings das Blatt einer Eisensäge. Die Wächter durchsuchten Thamszelle. Die Gäste trinken Bier und Wein. Die Gäste tranken je zwei Gläser Wein. Allmählich müssten die Gäste kommen. Diese Gitarre ist gestimmt. Das Gewehr hat Ladehemmung. Die Waffe ist nicht geladen. Der Schuss löste sich versehentlich. Der Schuss löste sich. Der Schütze war Jack Ruby. Der Windstoß riss zahlreiche Ziegel vom Dach. Der Typ am Steuer des LKWs, der unser Auto rammte, hatte keinen Führerschein. Der Mann am Klavier ist Tom. Die Jungs spielen Basketball. Die Kerle, die sich vor dem Laden herumtreiben, wissen, dass ich Polizist bin. Die Hagelkörner waren groß wie Tennisbälle. Der Friseur hat noch nicht geöffnet. Die Saaltür stand weit offen. Der Saal ist voller Blumen. Die Halle war randvoll. Pass auf! Auf dem Flur kann man leicht ausrutschen. Der Flur muss breit genug für einen Rollstuhl sein. Die Taschentücher liegen in der Schublade. Der Henkel der Tasse ist kaputt. Der Lenkel deines Fahrrads sitzt zu tief. Der Lenkel deines Fahrrads sitzt zu tief. Der Umgang mit Dynamit ist gefährlich. Der ansinnliche junge Soldat verliebte sich in eine Krankenschwester und heiratete sie nach dem Krieg. Die Festplatte wurde völlig zerstört. Die Mühen sind fast zu Ende. Der Baumarkt ist noch dort, wo er immer war. Der harte Winter hat seine Spuren hinterlassen. Der harte Winter hat seine Spuren hinterlassen. Der Hut steht ihr perfekt. Der Hut ist ihr. Der Hut auf dem Schreibtisch gehört Tom. Der Hut war oben herum schmutzig. Der Hut hängt an der Garderobe. Der Haarwicht fing einem aus. Die Direktorin hat die neue Lehrerin vorgestellt. Der Scheinwerfer funktioniert nicht. Die Scheinwerfer funktionieren nicht. Das Herz ist ein Muskel. Das Herz selber ist nicht mehr und nicht weniger als ein großer, harter, lederähnlicher Muskel. Die Hitze scheint Tom überhaupt nichts auszumachen. Die Hitze ist kaum auszuhalten. Die Hitze ist heute fürchterlich. Die Hitze ist unerträglich. Die Hitze hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Durch die Hitze ist das Fleisch verdorben. Die Hitze war so groß, dass ich ohnmächtig wurde. Die Hitze war unerträglich. Durch die Hitze verwelkten die Blumen. Die Heizungsanlage muss repariert werden. Die Heizungsanlage muss repariert werden. Die schwere Tür schwang auf. Wegen des dichten Nebels waren wir nicht in der Lage, irgendwas vor uns zu sehen. Der heftige Regen hat dazu geführt, dass keine Züge mehr fuhren. Der starke Regen hielt uns davon ab, hinauszugehen. Der starke Regen zwang sie, ihre Abreise zu verschieben. Der starke Regen hat uns vom Angeln abgehalten. Der Hubschrauber fliegt sehr niedrig. Der Hubschrauber schwebt über Kopf in der Luft. Der Hubschrauber landete auf dem Dach. Das Huhn legt neun Monate lang Eier. Die Henne hat ein Ei gelegt. Die Henne brütete fünf Eier aus. Das Huhn hat ein Ei gelegt. Der Held wurde zu einem Schurken. Der Held besiegte den bösen Wissenschaftler schlussendlich. Die Heldin des Romans begann Suizid. Die Heldin dieser Geschichte ist ein kleines Mädchen. Das Oberkommando beschloss, im Morgengrauen anzugreifen. Die Autobahn war blockiert. Die Fernstraßen in diesem Land sind hervorragend. Der Wanderer hat die Bergspitze erreicht. Der Wanderweg verläuft längs des Flusses. Von dem Hügel aus, auf dem mein Haus steht, hat man einen Blick über die gesamte Stadt. Der Hügel war verschneit. Das Geräusch aus strömenden Gases war zu hören. Die Geschichte Chinas ist älter als die von Japan. Das Loch ist groß genug. Die Erholung hat mir sehr gut getan. Die Feiertage sind fast vorüber. Die Ferien stehen vor der Tür. Die Ferien kamen schließlich zum Ende. Die Heimmannschaft hat gewonnen. Die Flitterwochen sind vorüber. Das ist zu viel der Ehre. Die Hornisse ist in eine Falle gegangen. Das Pferd brach sich das Genick, als es stürzte. Das Pferd scheuerte sich an der Trense in seinem Maul. Pferde sind nützliche Tiere. Ein Pferd ist ein sehr nützliches Tier. Das Pferd springt. Das Pferd hat Durst. Das Pferd, auf das Tom gesetzt hatte, kam als letztes ans Ziel. Das Pferd trabte die Straße hinab. Die Pferde weideten friedlich im Tal. Die Krankenhauskost war nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Die Krankenhauskost war nicht besonders gut. Das Krankenhaus ist hier in der Nähe. Das Krankenhaus stellte die infizierten Patienten zur Vermeidung einer Kreuzinfektion unter Quarantäne. Das Krankenhaus beschränkt die Zahl der Besucher, die die Intensivstation betreten können. Das Krankenhaus, das früher auf der anderen Seite der Straße war, wurde im Jahre 2013 geschlossen. Die Geisel werden vor Weihnachten freikommen. Die Geisel werden freigelassen werden. Das heiße Bad entspannte meine Muskeln. Das Hotel, in dem wir übernachtet haben, war sehr komfortabel. Das Hotel, in dem er wohnt, befindet sich in der Innenstadt. Das Hotel liegt am Fuße eines Berges. Das Hotel ist am Meer. Das Hotel ist dort unten. Das Hotel sucht einen neuen Empfangschef. Im Hotel gab es im Badezimmer eine Leine zum Aufhängen nasser Kleidung. Das Hotel versorgte uns mit Sandwiches und Kaffee. Das Hotel brannte ab. Das Hotel brannte bis auf den Grund nieder. Das Hotel wurde evakuiert. Das Hotel war unbeschreiblich luxuriös. Das Hotel war einmal ein Restaurant. Das Hotel, in dem wir uns letzten Sommer aufhielten, liegt nahe beim See. Das Hotel, in dem wir logierten, war sehr schön. In dem Hotel, in dem wir wohnten, war es sehr gemütlich. In dem Hotel logieren lauter Ausländer. Der Stundenzeiger ist gebrochen. Das einstündige Konzert im Kennedy Center wurde gestern Abend im Fernsehen ausgestrahlt. Die Stunden vergingen viel schneller, als ich erwartet hatte. Das Haus, das Tom gebaut hat, ist wunderschön. Das Haus gegenüber gehört Tom. Das Haus auf der anderen Straßenseite soll nächsten Monat abgerissen werden. Das Haus scheint leer zu stehen. Das Haus gehört ihm. Das Haus ist vollständig abgebrannt. Das Haus brannte nieder, bevor der Feuerwehrwagen kam. Das Haus ist bis auf den Grund abgebrannt. Das Haus am See gehört mir. Das Haus ist in Brand geraten. Das Haus stürzte ein. Eine Woche später stürzte das Haus ein. Das Haus stürzte bei einem Erdbeben ein. Das Haus brach unter der Last des Schnees zusammen. Das Haus stürzte ein. Das Haus erlitt keinen großen Schaden, da das Feuer schnell gelöscht wurde. Eine Woche später stürzte das Haus ein. Eine Woche später stürzte das Haus ein. Das Haus wird alle fünf Jahre gestrichen. Das Haus verfügt über ein Esszimmer, ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer. Das Haus verfügt über alle Annehmlichkeiten. Das Haus wurde gekauft. Das Haus wurde verkauft. Das Haus steht schon lange leer. Das Haus ist abgebrannt. Das Haus steht schon lange leer. Das Haus wird gerade gebaut. Das Haus ist leer. Das Haus ist 500 Jahre alt. Das Haus wird von Geistern heimgesucht. Das Haus wird mittels Solarenergie beheizt. Das Haus droht einzustürzen. Das Haus muss instand gesetzt werden. Das Haus ist gegen Feuer versichert. Das Haus steht in Flammen. Das Haus brennt. Das Haus steht auf dem Hügel. Das Haus steht oben auf dem Hügel. Das Haus gehört ihm. Das Haus ist weiß gestrichen. Das Haus ist schön. In dem Haus spukt es, sagen die Leute. Das Haus ist von Bäumen umgeben. Das Haus ist von Bäumen umgeben. Im Haus ist es zu kalt. Das Haus steht leer. Im Haus ist es sehr kalt. Das Haus ist sehr alt. Es bedarf einer Instandsetzung, bevor sie es verkaufen. Im Haus ist es warm. Im Haus ist es warm. Das Haus ist weiß. Im Haus ist es nicht kalt. Das Haus braucht einen neuen Anstrich. Das Haus nebenan stand viele Jahre lang leer. Das Eckhaus scheint leer zu stehen. Das Haus benötigt nur unbedeutende Reparaturen. Das Haus drohte jeden Moment einzustürzen. Das Haus auf dem Hügel ist sehr alt. Im Hause stank es. Das Haus war groß. Das Haus wurde aus wiederverwendeten Materialien gebaut. Das Haus wurde von der Flut mitgerissen. Das Haus war leer bis auf eine Katze. Das Haus war voller bunter Kunstgegenstände. Das Haus stand in Flammen. Das Haus befand sich in schlechtem Zustand. Das Haus stand in Flammen. Das Haus wurde von der Polizei gestürmt. Es war still im Haus. Das Haus wurde gestern vom Blitz getroffen. Das Haus lag inmitten von Getreidefeldern. Es war sehr staubig im Haus. Das Haus, in dem wir früher lebten, wurde abgerissen. Das Haus, in dem wir wohnten, brannte ab. Mozarts Geburtshaus befindet sich in Salzburg. Das Haus, in dem Tom wohnt, befindet sich im alten Teil der Stadt. Tams Geburtshaus wurde letzte Woche abgerissen. Die Häuser brennen. Die riesige Explosion tötete sechs Menschen. Der menschliche Körper besteht aus Milliarden kleiner Zellen. Das menschliche Gehirn wiegt ca. 1,4 Kilogramm. Das menschliche Gehirn kann gut Muster erkennen. Die menschliche Rasse hat eine wirklich effektive Waffe und das ist das Lachen. Der menschliche Schädel besteht aus 23 Knochen. Diese Feuchtigkeit bringt mich um. Das hungrige Baby tat nichts, außer zu schreien. Die hungrige Katze hörte nicht auf, vor dem Fenster zu miauen. Der Jäger zielte mit einem Jagdgewehr auf den Vogelschwarm. Der Jäger visierte den Vogel an, verfehlte ihn aber. Der Jäger verfolgte die Fährte des Bären. Der Jäger erschoss einen Bären. Der Jäger hat einen Fuchs geschossen. Der Jäger schoss einen Hirsch. Der Jäger schoss auf den Vogel. Der Jäger schoss den Fuchs tot. Der Jäger zog dem Hirsch das Fell ab. Der Jäger ging tief in den Wald hinein, um niemals mehr wieder zu kehren. Die Jäger erlegten ein Wildschwein. Die Jagdhunde folgten der Fährte des Fuchses. Das Eis zerbrach unter dem Gewicht. Das Sarnis schmilzt. Das Eis war köstlich. Das Eis hat unter seinem Gewicht nachgegeben. Das Eis ist geschmolzen. Das Eis taut ab. Das Eis ist so dünn, dass es dein Gewicht nicht tragen würde. Das Eis ist so dick, dass man darauf gehen kann. Das Eis ist zu fest, um es aufbrechen zu können. Das Eis ist fünf Zentimeter dick. Das Eis ist sehr dick. Das Eis schmolz zu einer Wasserlache. Das Eis ist so dünn, um dein Gewicht zu tragen. Das Eis war dick genug, um mich beim Gehen zu tragen. Das Eis war dick genug, um darauf zu gehen. Das Eis wird unter deinem Gewicht brechen. Das Eis wird unter deinem Gewichte brechen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Idee ist nicht neu. Das ist so und so eine blöde Idee. Die Idee ist nicht schlecht. Die Idee ist nicht neu. Die Vorstellung, dass ich meine Mutter sehen werde, lässt mein Gemüt erbeben. Die Annahme, dass sich mit Geld alles kaufen lässt, ist falsch. Die Idee war so fortschrittlich, dass ich sie nicht verstehen konnte. Die Identität des vermissten Jungen wurde anhand der Kleidung, welche er trug, bestätigt. Die Immigranten träumen von einem neuen, besseren Leben. Der Einfluss der Wissenschaft auf die Gesellschaft ist groß. Die Wichtigkeit der Musik wird unterbewertet. Die Wichtigkeit der Angelegenheit kann nicht genug hervorgehoben werden. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Wichtig ist, ob du dich nach Kräften bemühst. Die Einfuhr seltener Wildtiere in dieses Land ist strengst entsuntersagt. Unsere Fließbandverbesserungen könnten letztendlich zu einer Senkung der Preise führen. Zwangskrankheiten kommen am häufigsten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor. Der Vorfall trug sich um Mitternacht zu. Der Vorfall regte Tom auf. Einkommen aus dieser Quelle sind steuerfrei. Der Amtsinhaber hat in den Umfragen die Nase vorn. Die Karteikarten müssen sortiert werden. 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 Der Industrielle fand einen wohlhabenden Finanzier, der ihm half, den unausweichlichen Sturm zu überstehen. Der Einfluss des Fernsehens auf die Gesellschaft ist groß. Die Information, die sie mir gegeben haben, ist von geringem Nutzen. Die Einwohner flüchten aus der Stadt. Die Stadtbewohner sind auf den Fluss angewiesen für ihr Trinkwasser. Die Inselbewohner sind freundlich. Die Dorfbewohner bauten eine hölzerne Brücke über den Fluss. Die ersten Anzeichen der Krankheit sind Fieber und Halsschmerzen. Der verletzte Mann schrie um Hilfe. Der Verwundete stöhnte leise. Die Verletzten wurden vom Rettungswagen transportiert. Die Verletzung bereitete dem Athleten große Schmerzen. Die Tinte ist noch feucht. Der Taipan, eine in Australien vorkommende Schlange, ist die giftigste Schlange der Welt. Innerhalb des Hauses ist es sehr kühl. Installation abgeschlossen. Sofort als ich ihn sah, wusste ich, dass er verärgert war. Er öffnete die Tür und im selben Moment nahm er Brandgeruch wahr. Just als er den Polizisten sah, flüchtete er. In dem Moment, in dem das Mädchen ihre Mutter sah, brach sie in Tränen aus. Der Überlebenswille ist angeboren. Die Versicherungspolize deckt nicht die Kosten von Fällen höherer Gewalt, wie Haikans und Erdbeben. Im Innern der Hütte war es warm und gemütlich. Das Gespräch begann um 14 Uhr und 30 Minuten. Das Gespräch ist für morgen früh 10 Uhr angesetzt. Das Gespräch ist gut verlaufen. Es wird erwartet, dass die Einführung der neuen Steuer die ganze Wirtschaft beeinflussen wird. Die Erfindung des Fernsehers hat zu einer radikalen Veränderung unseres Alltags geführt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Polizeibeamte nichts falsch gemacht hatte. Die Ermittlungen sind an einem toten Punkt angelangt. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die Untersuchung ist immer noch im Gange. Die Untersuchung ist im Gang. Die Untersuchung wird wahrscheinlich viele Details ans Licht bringen. Die Insel verfügt über einen ausgezeichneten Hafen. Die Insel ist ein Kinderparadies. Die Insel liegt etwa zwei Meilen von der Küste entfernt. Im Winter liegt die Insel unter Eis und Schnee. Die Insel ist mit dem Boot leicht zu erreichen. Die Insel ist fast eine Meile breit. Die Insel befindet sich fünf Kilometer vor der Küste. Die Insel ist unbewohnt. Die Insel ist sehr leicht zu erreichen. Auf der Insel ist es ganzjährig warm. Die Insel wurde vom Taifun getroffen. Die Angelegenheit spaltete die Senatoren. Das Problem ist uns wohl vertraut. Das Jackett ist mir zu groß. Das Jackett ist mir zu groß. Das Gefängnis ist überfüllt. Das Flugzeug hatte 500 Passagiere an Bord. Der Edelstein wurde an einem unerwarteten Ort gefunden. Der Edelstein wurde in der Nacht gestohlen. Der Juwelier fasste eine große Perle in die Brosche ein. Die Arbeit ist beinahe fertig. Die Arbeit ist so gut wie getan. Die Arbeit ist fast gemacht. Die Arbeit ist noch bei weitem nicht getan. Um 15 Uhr muss die Arbeit erledigt sein. Der Beruf Fahrer ist nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Das Jobangebot steht noch. Die Arbeit ist noch nicht getan. Der Witz ging auf meine Kosten. Der Witz gilt mir. Der Journalist wurde von Terroristen entführt. Der Richter kam zu dem Schluss, dass der Gefangene unschuldig sei. Der Richter hat ihn zum Tode verurteilt. Der Richter verhängte für die Frau eine dreijährige Strafe. Der Richter verhängte das Urteil fünf Jahre Zwangsarbeit. Der für den Fall verantwortliche Richter war nicht unparteiisch. Der Richter musste unwillkürlich lachen. Der Richter lehnte den Einspruch ab. Die Richterin verkündete das Urteil. Der Richter entschied zu Tams Gunsten. Der Richter hat Tom zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter verurteilte ihn zu fünf Jahren Gefängnis. Der Richter verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis. Der Richter hat dem Einspruch stattgegeben. Die Entscheidung des Richters ist endgültig. Das Urteil wird beiden Parteien sehr gerecht. Das Urteil war einwandfrei. Der Jongleur beeindruckte die Zuschauer, indem er zehn Orangen in der Luft halten konnte. Die Geschworenen kamen in den Gerichtssaal. Die Geschworenen befanden Tom für schuldig. Die Geschworenen befanden Tom für nicht schuldig. Die Geschworenen befanden, dass Samsung die Patente von Apple verletzt habe. Die Geschworenen befanden den Mann des Mordes für schuldig. Der Kessel pfeift auf dem Herd. Der Kessel fing an zu pfeifen. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Der Schlüssel ist auf dem Tisch. Der Schlüssel war nirgends zu finden. Die Schlüssel liegen auf dem Tisch. Die Schlüssel befanden sich in meiner Tasche. Das Kind spricht schon ganz gut. Das Kind wurde verletzt. Das Kind hat einen scharfen Gehörsinn. Das Kind ist eine Nervensäge. Der Entführer drohte mir, dass er Tom umbrächte, käme ich nicht allein. Die Entführer verbanden Tom die Augen. Die Entführer knebelten Tom und sperrten ihn in einen Schrank. Die Entführer machten keine Anstalten, aufzugeben. Die Entführer fesselten Tams Hände hinter seinem Rücken. Die Entführer banden mir die Hände hinter dem Rücken zusammen. Die Kinder schlafen. Die Kinder sind in der Schule. Die Kinder sind enttäuscht. Die Kinder machen mich verrückt. Die Kinder sind endlich eingeschlafen. Die Kinder sind auf dem Dachboden. Die Kinder machen zu viel Lärm. Die Kinder pflücken Blumen im Garten. Die Kinder sind wirklich verängstigt. Die Kinder haben Angst. Die Kinder schlafen. Die Kinder hüpften auf dem Trampolin. Die Kinder wurden plötzlich still. Die Kinder möchten ein Eis. Die Kinder wollten spielen. Die Kinder waren verschwunden, als ich nach Hause kam. Die Kinder spielten auf dem Schulhof. Die Kinder werden von diesem Video begeistert sein. Der Mörder wurde nie gefasst. Der Mörder heißt Tom Hansen. Die Kindergartenkinder gingen Hand in Hand durch den Park. Der König hat seine Macht missbraucht. Der König hat immer eine Krone auf. Der König und seine Familie wohnen im Königspalast. Die Königskobra ist eine tödliche Schlange. Der König vernichtete seine Feinde. Der König speiste im Rittersaal. Der König zog sich aus. Der König regierte das Land. Aufgrund eines schweren Sprachfehlers fiel es dem König überaus schwer, Reden zu halten. Der König legte seinem Volk hohe Steuern auf. Der König unterdrückte sein Volk. Der König befahl, den Gefangenen freizulassen. Der König hat 40 Jahre sein Volk regiert. Der König herrschte über die Insel. Der König regierte jahrelang das Land. Der König zog sich aus. Der König wurde hingerichtet. Der König wurde zur Abdankung gezwungen. Der König wurde entmachtet. Der König ging an diesem Morgen zur Jagd. Der Sohn des Königs wurde entführt. Der Thron des Königs bestand aus massivem Gold. In der Küche riecht es immer gut, wenn Tom da ist. Die Küche in dem Haus ist sehr schön. Die Küche ist unten. Die Küche ist neben dem Wohnzimmer. Das Küchenmesser war zum Schneiden des Fleisches nicht scharf genug. Daher nahm ich mein Taschenmesser. Die Küche in diesem Haus ist sehr groß. Die Spüle in der Küche war voll schmutzigen Geschirrs. Abgesehen von einer Schale Obst war der Küchentisch leer. Die Küche war sauber. Das Kätzchen kam nicht mehr vom Baum herunter. Das Kätzchen hat sich unter dem Bett verkrochen. Das Kätzchen schlummert. Das Kätzchen rollte das Garn über den Fußboden. Das Kätzchen will schlafen. Das Kätzchen trank unter dem Tisch Milch. Das Knie ist das größte Gelenk des Körpers. Das Messer hatte eine überaus scharfe Spitze. Die Klinge des Messers ist scharf. Das Messer ist schmutzig. Das Messer ist stumpf. Das Messer ist nicht scharf. Das Messer durchstach ihm die Lunge. Der Ritter schwor dem König treue. Das Labor ist leer. Die Gewerkschaft hat zum Streik aufgerufen. Die Arbeiter machten eine menschliche Absperrung. Alles Böse entspringt dem Mangel an Geld. Die Leiter wird an die Wand gestellt. Die Damen kümmern sich um die Kinder, deren Eltern tagsüber in den Fabriken arbeiten. Die Damen trugen Abendgarderobbe. Die Damen-Toilette befindet sich im zweiten Oberuhrgerichtes-Keypaus. Die weiß gekleidete Dame ist eine berühmte Schauspielerin. Die Dame trinkt nun Wasser. Die Dame ist über 80. Die Dame blieb schweigsam. Die Frau, die gerade mit diesem Jungen spricht, ist seine Lehrerin. Die Dame mit Sonnenbrille machte einen sehr merkwürdigen Eindruck. Die Dame trug eine Halskette aus Perlen. Das Begräbnis der Dame fand bei der örtlichen Kirche statt. Den Sie kann man in einer halben Stunde mit dem Bus erreichen. Schließlich frohr der Sie zu. Schließlich frohr der Sie zu. Der Sie ist weit fort von hier. Der Sie ist groß. Der Sie ist völlig zugefroren. Der Sie ist an dieser Stelle tief. Der Sie ist hier am tiefsten. Der Sie ist an dieser Stelle am tiefsten. Der Sie ist hier am tiefsten. Der Sie ist weit fort von hier. Der Sie hat einen Durchmesser von 6,5 Kilometern. Der Sie ist zugefroren. Der Sie ist von Bergen umgeben. Der Sie ist sehr tief. Der Sie versorgt die Stadt mit Wasser. Der Sie war zugefroren. Der Sie war zugefroren. Das Südufer des Sees ist morastig und unzugänglich. Die Seen sind zugefroren. Das Lampe wurde von dem Wolf gerissen. Die Lampe muss mit Öl gefüllt werden. Die Lampe schwang hin und her. Die Lampe ging aus und alles war dunkel. Die Lampe ging aus. Der Boden rings um das Dorf ist sehr fruchtbar. Das Landstück wurde zu einem Park umgewandelt. Der Hausbesitzer sagt, dass er die Miete erhöhen will. Der Vermieter war recht wohlhabend. Der Hausherr erlaubt ihm nicht, die Tür rot anzustreichen. Die Landschaft ist mir unvertraut. Der von Tom entworfene Sprachkurs verwirrt er, als dass er hilft. Die Sprache dieses Stammes ist genauso komplex wie jede andere menschliche Sprache. Die Sprache, die man in Australien spricht, ist Englisch. Die sprechen Französisch. Im Licht des Mondes sah die große, jetzt einsame, schneebedeckte Ebene noch wundersamer aus als am Tag. Das größte Schlafzimmer liegt nach Süden. Als ich zur Bushaltestelle kam, war der letzte Bus bereits abgefahren. Der letzte Tag des Jahres heißt Silvester. Die letzte Prüfung war sehr schwierig. Der letzte Flug nach Osaka wurde annulliert. Zu der letzten Massenlünchung in Amerika kam es im Jahre 1946. Der letzte ist meiner. Die letzte Person, der ich meine Idee erzählt habe, dachte, ich wäre bekloppt. Das letzte Stück Kuchen wurde von Tom gegessen. Ich weiß nur noch, dass die Lichter ausgingen. Das letzte, was ich will, ist, dir noch mehr Schmerz zuzufügen. Das letzte, was ich möchte, ist, Ihnen irgendwelche Probleme zu bereiten. Wehtun möchte ich dir ganz sicher nicht. Das letzte, was ich jemals würde tun wollen, wäre, Tom zu verletzen. Das letzte, was du willst, ist, dass sich deine Freunde auf der Feier langweilen. Als ich vorhin nachsah, schlief Tom. Als ich Tom das letzte Mal gesehen habe, wirkte er glücklich und zufrieden. Als ich Tom das letzte Mal gesehen habe, war er gerade auf dem Weg zum Strand. Als ich Tom zuletzt gesehen habe, ging er an Krücken. Als ich Tom das letzte Mal gesehen habe, trug er ein Krankenhausgewand. Das letzte Mal habe ich Tom in Boston gesehen. Das letzte Mal habe ich Tom im Oktober gesehen. Als ich Tom das letzte Mal gesehen habe, hat er gehinkt. Das letzte Mal habe ich mit Tom am vergangenen Montag gesprochen. Als ich das letzte Mal mit Tom gesprochen habe, sagte er, dass er nicht vorhabe, nach Boston zu gehen. Als ich das letzte Mal in China war, habe ich Shanghai besucht. Das letzte Mal, dass unsere Familie zusammengekommen ist, war vor drei Weihnachten. Bei der letzten Zechtour dürfte ich den Fahrer spielen. Als du sie das letzte Mal gesehen hast, da war sie noch ein kleiner Säugling. Der letzte Zug ist schon weg. Es fehlt der letzte Bellend von dieser Buchreihe. Die neueste Ausgabe der Zeitschrift wird nächsten Montag erscheinen. Das Lachen erst ab. Der Wäschekorb ist voll. Die Wäsche ist immer noch feucht. Die Wäsche, die ich aufgehängt hatte, hing drei Tage lang an der Wäscheleine. Die Lava vernichtete alles, was sich ihr entgegenstellte. Die Lava zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt. Das Gesetz ist auf diesen Fall nicht anwendbar. Das Gesetz lässt sich auf diesen Fall nicht anwenden. Das Gesetz wurde geändert. Das Gesetz ist voller Unklarheiten. Das Gesetz ist noch in Kraft. Gesetz ist Gesetz. Das Gesetz sagt, dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Das Gesetz ist geändert worden. Dem Gesetz wurde sofort Geltung verschafft. Das Gesetz wird am 1. April in Kraft treten. Der Rasen ist frisch gemäht. Der Rasenmäher braucht Benzin, um zu laufen. Der Rasen muss bewässert werden. Die Gesetze waren sehr schwer durchzusetzen. Der Anwalt appellierte an den Gerechtigkeitssinn der Geschworenen. Der Verteidiger bat den Richter, Rücksicht auf das Alter des Angeklagten zu nehmen. Der Anwalt glaubte an die Unschuld seines Mandanten. Der Verteidiger nahm den Zeugen ins Kreuzverhör. Der Anwalt entschied sich, Berufung einzulegen. Der Anwalt erläuterte uns das neue Gesetz. Der Anwalt hat eine Reihe wohlhabender Klienten. Der Anwalt vertrat seinen Klienten bei der Besprechung. Der Anwalt erwartete ihn. Die Gebühr des Rechtsanwalts war sehr hoch. Die Aufgabe der Anwältin ist es, zu beweisen, dass ihr Klient unschuldig ist. Die Rechtsanwälte diskutierten stundenlang über den Fall. Der Leiter unserer Gruppe setzte sich mit den anderen Leitern zusammen und sprach über das Problem. Die Führer der G7 wollen sich 2000 in Okinawa treffen. Die Blätter werden schon gelb. Die Blätter sind gelb. Die Blätter begannen rot und gelb zu werden. Die Blätter flogen mit dem Wind davon. Die Blätter fielen auf den Boden. Die Blätter fielen auf den Boden. Die Blätter sind gefallen. Die Blätter haben angefangen, sich zu verfärben. Die Blätter haben angefangen, sich zu verfärben. Die Blätter des Baumes haben sich gelb gefärbt. Die Blätter der Bäume begannen rot zu werden. Das Laub der Bäume verfärbt sich im Herbst. Das Laub der Bäume verfärbt sich im Herbst. Die Vorlesung war langweilig. Die Vorlesung war sehr langweilig. Der Vortragende konnte seine Botschaft dem Publikum gegenüber nicht rüberbringen. Das gesetzliche Heiratsalter beträgt in Australien 18 Jahre. Der Legende nach war sie eine Meerjungfrau. Die Tischbeine sind wackelig. Die Zitrone ist eine saure Frucht. Die Zitrone ist sauer. Die Limonade ist kalt. Je weniger sich eine überkommene Sitte rechtfertigen lässt, desto schwieriger ist es, sie abzulegen. Je weniger du weißt, desto besser. In dem Brief, den Tom erhielt, stand, er solle so bald als möglich nach Hause kommen. Im Brief steht nicht, wann sie genau nach Tokio kommt. Der Brief ist an meine Eltern adressiert. Der Brief ist im Umschlag. Der Brief kam zurück. Der Brief war an mich adressiert. Der Brief trug das Datum des 20. Oktober. Der Brief war fertig. Der Brief wurde von Tom unterschrieben. Der Brief wurde von Tom geschrieben. Der Brief war handgeschrieben. Der Brief war kodiert geschrieben. Der Brief wird etwa in einer Woche ankommen. Der Brief wird morgen ankommen. Der Salat ist braun geworden. Der Deich hielt die Flut zurück. Nach und nach hob sich der Wasserstand des Flusses. In dieser Bibliothek gibt es viele Bücher. Die Bibliothek ist sonntags geschlossen. Die Bücherei ist 80 Jahre alt. Die Bibliothek ist in der Stadtmitte. Die Bibliothek ist im Stadtzentrum. Die Bibliothek befindet sich jetzt im Bau. Die Bücherei ist im vierten Stock. Die Bibliothek ist im ersten Stock. Die Bibliothek ist im zweiten Stock. Die Bibliothek ist von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Bibliothek liegt links. Die Bibliothek liegt rechts. Die Bibliothek kann man von hier aus gut zu Fuß erreichen. Die Bibliothek in der Nähe meines Hauses hat jetzt wegen einer Etat-Kürzung nur noch an drei Tagen in der Woche geöffnet. Die Bibliothek wird dir eine Benutzerkarte ausstellen. Das Augenlid ist geschlossen. Seit der Einführung von vollautomatischen Melksystemen ist das Leben einiger Milchproduzierender Landwirte um vieles leichter geworden. Das Leben eines Schmetterlings ist kurz. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Das Licht ging plötzlich an. Das Licht funktioniert nicht. Im Treppenhaus ist das Licht kaputt. Die Ampel ist jetzt grün. Die Ampel ist grün. Das Licht ist aus. In Thams Zimmer brennt Licht. Im Wohnzimmer brennt Licht. Das Licht ist aus. Die Beleuchtung ist perfekt. Das Licht ging plötzlich aus. Das Licht liegt in der Sekunde etwa 3.00000 Kilometer zurück. Die Ampel wurde grün. Die Ampel wurde rot. Die Ampel war grün. Im Wohnzimmer brannte Licht. Im Zimmer brannte das Licht. Das Licht war an. Das Licht ging an. Das Licht ging aus. Dieser Stadtteil ist schlecht beleuchtet. Gleich gehen die Lichter aus. Das Licht unten ist an. Das Licht ist aus. Das Licht ging wieder an. Die Lampen im Badezimmer funktionieren nicht. Das Licht geht an, wenn man klatscht. Das Licht ist gerade ausgegangen. Das Licht ging aus. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai angegriffen zu werden, ist äußerst gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist gering. Die Lilien duften. Die Lilien duften. Vor der Damentoilette musste man sich eine Viertelstunde anstellen. Es ist wieder besetzt. Die Leitung ist gerade besetzt. Die Leitung ist gerade besetzt. Bitte bleiben Sie dran. Die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Es geht in der Warteschlange nicht voran. Die Leitung ist besetzt. Die auf Verpflegung wartenden Menschenschlangen waren länger als zuvor. Der Löwe steht oftmals für Mut. Der Löwe verfolgt seine Beute. Der Löwe ist der König der Tiere. Der Löwe ist der König der Tiere. Der Löwe ist der König des Dschungels. Der Löwe riss die Gazelle. Der Löwe öffnete sein riesiges Maul und brüllte. Der Löwe riss seinen Rachen weit auf und kähnte. Die Löwen schlafen. Die Löwen rissen die Gazelle. Die Löwen erlegten das Nu. Die Liste ist endlos. Die Liste ist sehr lang. Die Liste wird immer länger. Der kleine Junge wurde schnell groß. Der kleine Junge hat das Geld verloren, das sein Vater ihm gegeben hatte. Der kleine Junge ist im Zoo. Der kleine Junge ist an Gespräche mit Erwachsenen gewöhnt. Der kleine Junge saß auf den Schultern seines Vaters. Der kleine Junge ging im Wald verloren. Die kleine Holzhütte badete im Mondlicht. Das kleine Mädchen brach in Tränen aus. Das kleine Mädchen tat nichts anderes, außer zu weinen. Das kleine Mädchen trägt nicht gerne Schuhe. Aus dem kleinen Mädchen wurde eine schöne Frau. Das kleine Mädchen umarmte sein Teddybär Chen. Das kleine Mädchen knuckelt an seinem Finger. Das kleine Mädchen verbeugte sich höflich vor mir. Das kleine Mädchen schrie, so laut es konnte. Das kleine Mädchen streckte ihm die Zunge heraus. Tief gerührt von der bemitleidenswerten Geschichte des alten Mannes, brach das kleine Mädchen in Tränen aus. Die kleinen Kinder waren sehr neugierig. Das Wohnzimmer schließt an das Esszimmer an. Das Wohnzimmermobilier war modernen Stils. Das Wohnzimmer in meinem neuen Haus ist sehr geräumig. Die Ladung überstieg das zulässige Höchstgewicht. Das Darlehen hat einen Zinssatz von 8%. Die Eingangshalle ist leer. Der Hummer war gut. Die ortsansässigen Jungen lieferten sich eine Schlacht mit einer rivalierenden Gang aus einer benachbarten Stadt. Die örtliche Kaffeestube wurde durch ein Starbucks ersetzt. Die Regionalzeitung unterstützt den konservativen Kandidaten. Der Normalzug ist nicht so komfortabel wie der Expresszug. Die Einheimischen hier lassen es wirklich ruhig angehen. Die Einheimischen trauen Tom nicht über den Weg. Die Einheimischen waren freundlich. Der Ort hat sich geändert. Das Schloss wurde ausgetauscht. Das Schloss ist schön. Das Schloss ist kaputt. Das Schloss wurde ausgetauscht. Das Schloss ist kaputt. Die Schlösser sind ausgewechselt worden. Die Lokomotive zog eine lange Schlange von Güterwagen. Die Hütte ist aus rohen Baumstämmen gemacht. Auf die lange Dürre folgte eine Hungersnot. Die lange Reise verschlechterte ihre Verletzung. Der lange Urlaub wird ihm seine Gesundheit zurückgeben. Je mehr ich ihr zuhöre, desto weniger mag ich sie. Je länger ich wartete, desto ungeduldiger wurde ich. Umso länger wir warten, umso geringer ist die Chance, dass wir Tom finden. Je länger wir warteten, desto ungeduldiger wurden wir. Je länger man lebt, desto älter man wird. Der Verlust beläuft sich auf mehr als eine Million Dollar. Der Verlust belief sich auf zwei Millionen Dollar. Der Verlust beläuft sich auf eine Million Dollar. Der Verlust seines Geschmacksinns erfolgte aufgrund einer Schädelverletzung. Der Verlust ihrer Mutter crämte sie zutiefst. Die Verluste sind unkalkulierbar. Der verehrte Junge hielt durch, bis die Rettungsmannschaft kam. Das vermisste Kind wurde nach zwei Tagen gefunden. Das laute Bohrgeräusch machte ihrem Mann Kopfschmerzen. Der laute Lärm macht mich verrückt. Je lauter die Musik ist, desto mehr trinken die Leute, weil sie sich weniger unterhalten. Die Liebenden tauschten zahlreiche Briefe aus. Die Liebenden küßten sich. In den unteren Stockwerken ist es sehr dunkel. Je niedriger das Selbstwertgefühl, desto mehr gibt man sich mit negativen Sachen ab. Das Holz ist noch grün. Die Mittagspause beträgt eine Stunde. Das Mittagessen steht auf dem Tisch. Die Maschine ist kaputt. Die Maschine muss mal geölt werden. Die Maschine läuft rund um die Uhr. Die Maschinen stehen jetzt still. Der Mafia-Boss wurde in einem Maschinengewehrfeuerhagel getötet. Die Zeitschrift erscheint jede Woche. Das Magazin erscheint wöchentlich. Die Zeitschrift erscheint zweimal pro Monat. Die Zeitschrift, die du mir geliehen hast, ist sehr interessant. Die Zeitschriften waren ausverkauft. Der Zauberer ließ Vögel erscheinen und verschwinden. Das Dienstmädchen kündigte jeden Gast einzeln an. Das Dienstmädchen fragte, ob wir wollten, dass das Zimmer aufgeräumt werde. Das Hausmädchen hat das Zimmer noch nicht zurecht gemacht. Das Dienstmädchen servierte den Tee. Die Haushelferin wird das Gästezimmer sauber machen. Das Hausmädchen wird es ihnen nach Hause bringen. Die Post kommt am Vormittag. Die Post kann nicht zugestellt werden. Die Post ist da. Die Postsendung ist wegen des Streiks verzögert. Die Post wird einmal am Tag ausgeliefert. Der Postbote kommt alle drei Tage vorbei. Der Postbote hat gerade ein Paket gebracht. Der Briefträger hinterließ einen Brief für sie. Der Postbote hinterließ eine Notiz an unserer Tür. Die Hauptfigur ist ein Mann, dessen Namen wir nicht kennen. Die Hauptzutat ist Zucker. Die Hauptinseln Japans sind Hokkaido, Shikoku, Hanshu und Kyushu. Tams hauptsächliches Problem besteht in seinem fehlenden Sinn für Humor. Kinder lügen hauptsächlich, um keinen Ärger zu bekommen. Die Hauptstraße ist voller Mädchen in Kamönersee. Der Haupthahn ist abgedreht. Die Mehrheit nahm den Antrag nicht an. Die Mehrheit der Großbanken führt dieses System ein. Der größte Teil seines Einkommens geht für seine Miete drauf. Die meisten meiner Patienten kommen von außerhalb der Stadt zu mir. Die Mehrheit des Ausschusses stimmte gegen das Gesetz. Die Mehrheit der Männer arbeitete in der Mine. Der männliche Pfau hat bunte Schwanzfedern. Das Mammut ist ein faszinierendes Tier. Allzu schade, dass es ausgestorben ist. Der Mann, mit dem ich mich gestern getroffen habe, war durch und durch ein feiner Heer. Der Mann, den ich für den Verbrecher hielt, hatte mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Der Mann, dem ich vertraute, hat mich betrogen. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, ist mein Englischlehrer. Der Mann gab den Einbruch in das Haus zu. Der Mann richtete eine Pistole auf die Kriminalbeamten. Der Mann richtete eine Waffe auf den Polizeibeamten. Der Mann und seine Frau halfen einander. Der Mann und die Frau essen draußen. Der Mann entsprach der Beschreibung. Der Mann entspricht der Beschreibung. Die Beschreibung in der Zeitung passt auf den Mann. Der Mann bat mich um etwas Geld. Der Mann an der Tür wollte mir seinen Namen nicht sagen. Der Mann aß Brot. Der Mann griff sie an mit der Absicht, sie zu töten. Der Mann bettelte mich um Geld an. Der Mann hinter ihnen spielt Klavier. Der Mann erötete. Der Mann häufte einen großen Reichtum an. Der eine Geige bei sich tragende Mann schien aufgebracht. Der Mann beschuldigte mich, unverantwortlich zu sein. Der Mann gestand, die alte Frau beraubt zu haben. Der Mann verband zwei Drähte miteinander. Der Mann konnte noch nicht einmal seinen eigenen Namen schreiben. Der Mann, der auf der Bühne tanzt, ist mein Onkel. Der Mann schmetterte die Flasche gegen die Wand. Der Mann beschloss am Bahnhof zu warten, bis seine Frau käme. Der Mann stritt ab, dass er den Wagen gestohlen hätte. Der Mann stritt ab, das Geld genommen zu haben. Der Mann entschuldigte sich nicht einmal dafür, dass er mehr auf den Fuß getreten war. Der Mann ist vor ein paar Stunden gestorben. Der Mann starb bei einem Autounfall. Der Mann starb an Krebs. Unser Busfahrer machte einen müden Eindruck. Der Mann, der den Bus fährt, ist ein guter Freund von mir. Der Mann fuhr sein Auto mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Der Mann betrat das nächste Zimmer. Der Mann stürzte zu Boden. Der Mann verliebte sich auf den ersten Blick. Schließlich gestand der Mann die Tat. Der Mann hat schließlich gestanden. Der Mann schenkte ihrem lauten Protest keine Beachtung. Der Mann ist aus der Stadt entkommen. Der Mann stöhnte vor Schmerzen. Der Mann hatte etwas unter seinem Mantel. Der Mann hat kein Zuhause. Der Mann hielt hartnäckig an seiner Arbeit fest und wollte nicht pansen. Der Mann schlug mich auf den Kopf. Der Mann schlug mich auf den Kopf. Der für das Karussell verantwortliche beschloss, sich zu vergewissern, dass alles korrekt funktionierte. Der Mann ist so gut wie tot. Der Mann checkt im Hotel ein. Der Mann trauert, seit er die traurige Nachricht erhielt. Der Mann ist nackt. Der Mann ist alt. Der Mann hat recht. Der Mann wird wegen Mordes gesucht. Der Mann trägt eine Brille. Der Mann ist im ganzen Dorf gut bekannt. Der Mann sprach eine Stunde ohne Unterbrechung. Der Mann hat den ganzen Tag lang geschlafen. Der Mann lag bewegungslos da. Der Mann ging aus dem Restaurant, ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Mann blickte mich an. Der Mann verlor alle Hoffnung. Der Mann hat sich im Wald verlaufen. Der Mann muss geistesgestört sein. Dem Manne auf dem Boden stag ein Messer im Rücken. Der Mann ging vorbei, ohne sie auch nur anzusehen. Der Mann blies Rauch in ihr Gesicht. Der Mann richtete die Waffe auf seine Stirn und drückte den Abzug. Der Mann zeigte auf, um eine Frage zu stellen. Der Mann lief fort. Der Mann, der dort drüben ein Buch liest, ist mein Vater. Der Zeitungslesende Mann ist sein Vater. Der Mann dort drüben, der gerade eine Zeitung liest, ist mein Onkel. Der Mann konnte seinen linken Arm wieder benutzen. Der Mann raubte ihre Tasche. Der Mann raubte ihr die Handtasche. Der Mann raubte ihm sein ganzes Geld. Der Mann raubte dem Reisenden das Geld. Der Mann sagte, dass er unschuldig sei an dem Verbrechen. Der Mann zündete sich selbst an. Der Mann schob sie zur Seite. Der Mann, der neben mir saß, hat mit mir gesprochen. Der Mann, der dort auf der Bank sitzt, das ist Tom. Der Mann, der dort drüben sitzt, ist ein berühmter Sänger. Der Mann sackte zusammen und fiel auf den Boden. Der Mann verkaufte dem Teufel seine Seele. Der Mann spricht Englisch mit deutschem Akzent. Der Mann sprach halblaut. Der Mann, der vor dem Hotel stand, fragte mich, ob ich ein Taxi brauche. Der Mann da drüben, der neben dem Bücherschrank steht, hat ein fotografisches Gedächtnis. Der Mann stand auf und begann zu singen. Der Mann stand auf. Der Mann dünkt mich unehrlich. Der Mann begann plötzlich mit seinem Gewehr zu schießen. Der Mann, der da im Fluss schwimmt, ist mein Freund. Der Mann hat die kleinen Kinder erschreckt. Der Mann, den ich sehe, ist sehr groß. Der Mann, den die Polizei festgenommen hatte, ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Der Mann nahm meinen Arm. Der Mann nahm den Jungen bei der Hand. Der Mann versuchte, eine eigene Antenne zu installieren. Der Mann stellte sich als Privatdetektiv heraus. Der Mann ging um die Ecke. Der Mann wollte ein Getränk. Der Mann war ein Quell des Wissens. Der Mann war ein Wildfremder. Der Mann wurde als Spion verhaftet. Der Mann wurde von der Polizei verhaftet. Der Mann schämte sich seiner Herkunft aus armen Verhältnissen. Der Mann wurde von einem Hund gebissen. Der Mann wurde als Verräter angeprangert. Der Mann war wegen Diebstahls angeklagt. Der Mann lag im Sterben. Der Mann öffnete und verschränkte seine Arme. Der Mann bekam lebenslänglich. Der Mann wurde der Polizei übergeben. Der Mann wurde in Polizei gewahrsam gehalten. Der Mann trug Lumpen. Der Mann war von der Angst besessen, dass das Geheimnis offen werden könnte. Der Mann saß auf einem umgestürzten Baum. Der Mann war zu dick, um sich noch selbst bewegen zu können. Der Mann war es gewohnt, solche Wunden zu behandeln. Der Mann schaute sich den restlichen Sonnenuntergang an, nachdem die Sonne bereits unter dem Horizont war. Der Mann bettelte von Haustür zu Haustür. Der Mann machte einen Umweg, um mich zum Bahnhof zu bringen. Der Mann brach zusammen, als der Richter das Urteil lebenslänglich verkündete. Der Mann, von dem ich dachte, er sei sein Vater, erwies sich als jemand völlig Fremdes. Der Mann, von dem ich gedacht hatte, er wäre mein Freund, enttäuschte mich. Der Mann, der die Tür öffnete, hielt eine Pistole in der Hand. Der Mann, der dich besuchen wollte, sagte nicht, wer er war. Der Mann, der mir zuwinkt, ist mein Onkel. Der Mann, der bei mir nebenan wohnt, ist Arzt. Der Mann, der bei uns nebenan wohnt, ist ein berühmter Schauspieler. Der fast ertrunkene Mann fing an, nach Luft zu schnappen. Der Mann, der dieses Buch verfasst hat, ist Arzt. Der Mann trug eine Pistole an der Hüfte. Der Mann, den du gestern in meinem Büro gesehen hast, kommt aus Belgien. Der Mann verhielt sich sehr merkwürdig. Der Name des Mannes ist Tom Jackson. Der Mann heißt Tom. Es fiel dem Mann, der seit drei Tagen nichts gegessen hatte, schwer, an etwas anderes als Nahrungsmittel zu denken. Der Mannschaftsleiter versammelte die Spieler auf dem Platz. Der Manager gab sich selbst die Schuld an dem Versagen. Der Geschäftsführer berief eine dringende Personalversammlung ein. Der Manager lobte seine Verdienste. Der Manager des Teams legte plötzlich sein Amt nieder. Der Geschäftsführer des Ladens lässt sich einen Bart wachsen. Der Manager schlug vor, dass ich mit ihm zum Flughafen gehe. Der Hersteller gewährte fünf Jahre Garantie auf die neue Maschine. Der Herstellungsprozess wurde optimiert. Das Manuskript wurde handschriftlich verfasst. Die Karte hängt an der Wand. Der Markt wuchs, und das Unternehmen entwickelte sich rasant. Der Markt ist groß. Der Markt öffnet um neun Uhr morgens. Der Markt erholte sich. Der Markt ist mit ausländischen Waren überschwemmt worden. Der Sumpf ist knietief. Hinter einem Meister liegen mehr Misserfolge als hinter einem Anfängerversuche. Das Spiel endete unentschieden. Das Spiel war am Montag. Die Partie wurde abgesagt wegen starken Regens. Das Material ist lichtdurchlässig. Der Stoff war schreiend rot. Die Hausaufgaben in Mathematik waren leichter, als ich erwartet hatte. Die Mathehausaufgaben waren leichter, als ich erwartet hatte. Die Angelegenheit ist vollständig geregelt. Die Sache ist von großer Bedeutung für mich. Die Sache ist von großer Wichtigkeit. Die Angelegenheit ist nicht von Belang. Die Angelegenheit ist von großer Dringlichkeit. Die Angelegenheit ist eine Überlegung wert. Die Sache habe ich komplett vergessen. Die Angelegenheit wurde in seiner Abwesenheit beigelegt. Dieses Problem wird wahrscheinlich auf der nächsten Besprechung behandelt. Der Bürgermeister sprach zu einer großen Menge. Der Bürgermeister wandte sich an die Öffentlichkeit. Der Bürgermeister ist gerade nicht abkömmlich. Der Bürgermeister dieser Stadt wurde beschuldigt, für die Anliegen der Bürger kein offenes Ohr zu haben. Der Bürgermeister verlieh ihm den Stadtschlüssel. Die Tochter des Bürgermeisters wurde entführt. Das Büro des Bürgermeisters ist im Rathaus. Das von Tom und Maria zubereitete Gericht war köstlich. Das Essen stillte seinen Hunger. Die Bedeutung ist mir immer noch unklar. Die Bedeutung ist mir immer noch unklar. Die Bedeutung ist mir immer noch unklar. Der Sinn ist derselbe. Die Bedeutung ist mir nicht bekannt. Der Sinn dieses Briefes ist unklar. Der Sinn dieses Satzes ist doppeldeutig. Die Bedeutung dieses Urteils ist unklar. Die Bedeutung ist mir immer noch unklar. Das Masern-Virus ist sehr ansteckend. Erfolg wird nicht notwendigerweise am Geld gemessen. Erfolg wird nicht notwendigerweise am Geld gemessen. Die Messung muss genau sein. Die Maße müssen stimmen. Die Maße müssen stimmen. Man kann das Fleisch auftauen, indem man es über Nacht in den Kühlschrank legt. Das Fleisch ist nicht mehr gut. Das Fleisch ist teuer. Das Fleisch ist gefroren. Das Fleisch ist nur halb durch. Das Fleisch ist wirklich zart. Das Fleisch ist zäh. Das Fleisch könnte kontaminiert sein. Das Fleisch riecht schrecklich. Das Fleisch schmeckt schlecht. Das Fleisch roch schrecklich. Das Fleisch war zart. Der Mechaniker setzte den Motor zusammen. Der Mechaniker behob den Schaden umgehend. Der Mechaniker sagte, dass die Reparatur nicht lange dauern würde. Die Medaille hatte eine Inschrift. Die Massenmedien haben viel Einfluss auf das Ergebnis einer Wahl. Das Medikament linderte seine Schmerzen. Auf seine Gesundheit wirkte die Medizin Wunder. Das Medikament hat mir überhaupt nicht geholfen. Das Medikament hat überhaupt nicht geholfen. Das Medikament verschaffte sofortige Linderung. Die Medizin hatte eine wundervolle Wirkung auf ihn. Das Medikament hatte eine sofortige Wirkung. Das Medikament muss alle sechs Stunden eingenommen werden. Es ist schwierig, das Medikament zu schlucken. Das Medikament machte mich schläfrig. Das Medikament hat mich sehr müde gemacht. Das Medikament hat ihr das Leben gerettet. Diese Medizin schmeckt bitter. Die Medizin wirkte. Die Medizin war eine braune Flüssigkeit. Das Medikament bewirkte Wunder. Das Treffen begann um 5 Uhr nachmittags. Das Treffen beginnt um 3. Die Sitzung endete um 7. Die Sitzung währte bis Mitternacht. Das Besprechung endete um 16 Uhr. Die Besprechung endete um 3 Uhr nachmittags. Die Besprechung endete um 3 Uhr nachmittags. Die Sitzung endete früher als sonstige. Die Versammlung ging vor 30 Minuten zu Ende. Das Meeting endete. Das Meeting endete. Das Treffen ging um 9 Uhr zu Ende. Die Sitzung endete vor einer halben Stunde. Die Sitzung hat schon angefangen. Die Sitzung ist auf morgen verschoben worden. Die Sitzung geht gleich los. Die Sitzung wird vertagt. Das Treffen wird jährlich abgehalten. Das Treffen ist am nächsten Montag. Das Treffen ist in 10 Tagen. Die Besprechung soll um 3 Uhr stattfinden. Die Besprechung wird morgen hier stattfinden. Die Besprechung dauerte 3 Stunden. Die Besprechung dauerte 2 Stunden. Die Sitzung dauerte bis 14 Uhr und 30 Minuten. Die Sitzung muss nicht so schlecht sein. Der Versammlungsraum ist gerade besetzt. Die Sitzung begann um halb 3 und endete um 5. Das Treffen begann um 10 Uhr. Die Besprechung beginnt um halb 3. Das Treffen findet zweimal im Monat statt. Das Meeting fand gestern statt. Die Besprechung wurde auf nächste Woche verschoben. Die Sitzung wurde vertagt. Die Sitzung war fast zu Ende. Die Versammlung wurde abgesagt, da auf beiden Seiten keine Hoffnung auf Einigung bestand. Das Treffen wurde abgesagt. Das Treffen wurde abgesagt. Das Meeting wurde gestrichen. Das Treffen fand hier statt. Das Treffen war letzten Monat. Das Treffen war gut besucht. Die Versammlung dauerte zu lange. Das Meeting ging bis mittags. Die Versammlung wird am Samstag um 10.30 Uhr stattfinden. Die Besprechung wird heute Nachmittag stattfinden. Die Besprechung wird nächsten Montag stattfinden. Das Treffen wird auf den 20. dieses Monats verschoben. Die Sitzung beginnt in 5 Minuten. Wenn ich dort ankomme, wird das Treffen schon vorbei sein. Die Sitzung wird vorbei sein, bis wir dort ankommen. Die Konferenz wird vermutlich abgesagt. Das Treffen wird um Punkt 4 Uhr beginnen. Das Treffen wird nächste Woche Montag stattfinden. Das Treffen findet nächsten Sonntag statt. Die Konferenz wird morgen stattfinden. Die Versammlung wird nicht allzu lange dauern. Die Sitzung geht gleich los. Die hier in der Region angebauten Melonen schmecken sehr gut. Die Ausschussmitglieder sind allesamt Männer. Die Männer, die ich traf, sind alle sehr nett. Die Männer kommen. Die Männer essen zu Mittag. Die Männer tragen kurzhermliege Hemden. Die Männer gehen zur Arbeit. Die Männer haben Schnurrbärte. Die Männer haben ihre Helme aufgesetzt. Die Männer haben ihre Helme aufgesetzt. Die Männer drohten, jeden in dem Gebäude umzubringen. Die Männer sind auf Löwenjagd gegangen. Die Männer trugen den Jungen zum Krankenhaus. Die Männer saßen auf Kisten. Die Männer waren am Verhungern. Die Herren-Toilette befindet sich in der zweiten Etage. Die Herren-Toilette befindet sich im ersten Stock. Die Speisekarte ist auf Französisch. Die Speisekarte ist auf Französisch. Ich erzitterte schon bei dem bloßen Gedanken, über den Fluss zu schwimmen. Nur beim Anblick eines Hundes bekommt er schon Angst. Mein Cousin bekam beim bloßen Anblick des Arztes Angst. Die bloße Erwähnung seines Namens machte sie wütend. Das Karussell dreht sich im Uhrzeigersinn. Die Nachricht ist auf Französisch geschrieben. Die Nachricht war in Französisch. Die Methode, die Tom vorgeschlagen hat, könnte funktionieren. Die Methode, die Tom vorgeschlagen hat, wäre vielleicht besser gewesen. Die Methode war roh, aber sehr effektiv. Die Methode war zu kostspielig, um praxistauglich zu sein. Das Mikrofon gehört dir? Die Mäuse haben von dem Brot gegessen. Der Mann mittleren Alters wurde wegen Körperverletzung angeklagt. Die mittlere ist meine. Das Militär schlug den Aufstand binnen weniger Stunden nieder. Die Bürgerwehr wurde gegründet, um im Ernstfall die Bürger zu schützen. Die Milch ist übergekocht. Die Milch gefrohr und wurde fest. Die Milch schmeckt nicht. Die Milch ist schlecht geworden. Die Milch ist sauer geworden. Die Milch ist gefroren. Die Milch ist im Kühlschrank. Die Milch riecht ranzig. Die Milch schmeckte sauer. Die Milch schmeckt sauer. Die Milch ist schlecht geworden. Der Milchmann ist gestorben. Die Mühle wird von einem Wasserrad angetrieben. Der Millionär hatte die Absicht, das Meisterwerk zu erwerben, ganz gleich, was es kosten würde. Die Bergleute wollten nicht kämpfen. Der Minister setzte einen seiner Amigos in eine Schlüsselposition ein. der Minister billigte die Baupläne. Der Minister widersprach seiner eigenen Stellungnahme. Der Minister musste zurücktreten. Der Pfarrer bewegte uns mit einer hervorragenden Predigt. In dem Moment, als ich den Raum betrat, hörten sie auf zu reden. Der Spiegel ist beschlagen. Die vermisste Katze wurde noch nicht gefunden. Die Missionare zivilisierten die Eingeborenen. Der Nebel begann langsam sich zu heben. Der Nebel begann langsam sich zu heben. Der Nebel löst sich auf. Der Nebel hinderte ihn sehr weit zu sehen. Der Nebel war so dicht, dass ich nicht einmal die Hand vor Augen sehen konnte. Der Fehler kostete ihn den Kopf. Sobald ich zu Hause ankam, ging ich ins Bett. In dem Augenblick, als ich das Baby in meinen Armen hielt, begann es zu weinen. Als ich den Raum betrat, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. In dem Moment, da er mich sah, rannte er davon. Sofort, als sie am Bahnhof ankam, rief sie ihre Mutter an. Als sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes hörte, brach sie augenblicklich in Tränen aus. Als sie die Nachricht hörte, wurde sie blass. Kaum dass sie mich sah, fing sie an zu lachen. Kaum dass sie mich sah, brach sie in Tränen aus. Sobald sie allein war, öffnete sie den Brief. Im Moment, als sie mich sahen, winkten sie. Ich habe ihm Geld in Höhe von 10.000 Dollar gegeben. Das Geld, das Tom gefunden hatte, lag in 100 Dollar Scheinen vor. Das Geld kam wie ein Geschenk des Himmels. Das Geld verschwand. Das Geld ist weg. Das Geld ist im Brunnen. Das Geld liegt auf dem Tisch. Das Geld auf dem Tisch ist nicht meins. Das Geld sollte an Notleidende verteilt werden. Das ganze Geld war da. Niemand hatte es angerührt. Das Geld wurde gestohlen. Das Geld wird wohl gleichmäßig zwischen den beiden aufgeteilt werden. Der Bildschirm hat den Geist aufgegeben. Der Affe kam herunter. Der Affe ist auf den Baum geklettert. Der Affe fiel vom Baum. Der Affe entkam. Der Affe ist im Käfig. Die Affen lausen sich. Die Münche meditieren. Der übernächste Monat ist der Dezember. Im Monat vor Weihnachten ist in den Geschäften immer Hochbetrieb. Der Monat nähert sich seinem Ende. Die regenreichsten Monate sind der Mai, der Juni, der Juli und der August. Die Stimmung im Gerichtssaal war angespannt. Der Mond kam hinter der Wolke hervor. Der Mond kam hinter den Wolken hervor. Der Mond kreist um die Erde. Der Mond hat keine Atmosphäre. Der Mond kam hinter den Wolken hervor. Der Mond kam hinter den Wolken hervor. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond hat keine Atmosphäre. Der Mond ist untergegangen. Der Mond ist noch nicht aufgegangen. Der Mond ist noch nicht aufgegangen. Der Mond ist schon aufgegangen. Der Mond ist ca. 400,000 Kilometer von der Erde entfernt. Es ist ein schöner Mond. Der Mond ist hinter den Wolken. Der Mond ist hell. Der Mond ist heute Abend heller als sonstige. Der Mond ist heute Nacht besonders hell. Heute Abend ist der Mond außergewöhnlich schön. Der Mond ist nicht immer gleich weit von der Erde entfernt. Der Mond scheint heute Nacht. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond leuchtet heute Nacht hell. Der Mond scheint hell. Der Mond scheint heute Nacht. Der Mond scheint. Der Mond ist heute Abend sehr schön. Es ist zunehmender Mond. Der Mond ist kein Stern. Der Mond bewegt sich um die Erde. Der Mond umkreist die Erde. Der Mond scheint, weil er das Sonnenlicht reflektiert. Der Mond verschwand hinter den Wolken. Gestern Nacht war voll Mond. Der Mond schien hell. Das Mondlicht ist heute besonders hell. Das Mondlicht spiegelte sich auf dem See wieder. Das Mond polling ist nochmal wichtig. Ich hoffe auf dem Mond, dass du Manhatt gegnerst. Das Mond sucks. Aber dasтировление ist heute Nacht. Daher schwaite ich. Das웃음 spoge ich persönlich blicke. Das weiß ich nicht treu'n's mal erledigt. nachdenke, umso weniger gefällt es mir. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger verstehe ich es. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger gefällt es mir. Je mehr ich über das Problem nachdachte, umso schwieriger schien es zu sein. Je mehr Bücher du liest, desto mehr wirst du wissen. Je umsichtiger du bist, desto weniger Fehler machst du. Je mehr Schokolade du isst, desto dicker wirst du. Je alberner ein Kind ist, umso goldiger erscheint es seinen Eltern. Je mehr Informationen du mir gibst, desto besser kann ich dich beraten. Je mehr man hat, desto mehr will man. Je mehr Leute du kennst, desto weniger Zeit kannst du mit ihnen verbringen. Je mehr Popcorn man isst, umso mehr will man. Je mehr sie erzählte, desto mehr langweilte ich mich. Je mehr sie darüber nachdachte, desto weniger mochte sie es. Je verbotener etwas ist, desto beliebter wird es. Je länger ich mich hiermit beschäftigen muss, desto weniger Zeit habe ich für die Dinge, die mir Spaß machen. Je länger du über deine Arbeit redest, desto weniger Zeit bleibt dir, sie zu verrichten. Je mehr wir haben, desto mehr wollen wir. Je mehr wir lernen, desto mehr wissen wir. Je mehr wir lernen, desto bewusster wird uns, wie wenig wir wissen. Je mehr man verdient, desto mehr gibt man aus. Je mehr du ist, desto fetter wirst du. Je mehr sie es erklären, desto weniger verstehe ich es. Je mehr man hat, desto mehr möchte man haben. Je mehr du lernst, desto mehr willst du lernen. Je mehr du studierst, desto neugieriger wirst du werden. Je mehr du studierst, desto mehr enthüllst du deine Unwissenheit. Je mehr ihr lernt, desto mehr wisst ihr. Je mehr, desto besser. Je mehr, umso lustiger. Am Morgen nach meiner Ankunft dort ging ich im Eichenwald spazieren. Bis zum Morgen sind es nur noch ein paar Stunden. Der Frühgottesdienst begann mit einem Kirchenlied. Die Morgensonne ist zu hell, um sie anzugucken. Der Morgen war klar. Die Mücken sind lästig. Die Mücken fressen dich bei lebendigem Leibe auf. Die schönsten Blumen haben die schärfsten Dornen. Der am häufigsten vorkommende Vorname der Welt ist Mohammed. Der bekannteste Name in der Welt ist Mohammed. Das gefährlichste, was Tom einmal wagen wollte, war es, eine Giftschlange zu halten. Das Wichtigste bei den Olympischen Spielen ist nicht zu gewinnen, sondern daran teilzunehmen. Das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Ruhe bewahren. Das Unglaublichste an Wundern ist, dass sie geschehen. Es ist das Logischste, seine Schuhe nahe der Tür abzustellen. Es ist das Logischste, seinen Ersatzreifen im Kofferraum seines Wagens aufzubewahren. Das Hotel kann sogar 400 Gäste beherbergen. Die Katzenmutter beschützte ihre Kätzchen. Die Mutter Katze zog aus, Vögel zu jagen. Die Mutter wusste nicht, was sie mit ihrem Sohn machen sollte. Die Elefantenmutter badet ihr Baby im Fluss. Die Mutter sieht sich nach einem Babysitter um. Die Mutter legte ihr Baby sanft auf das Bett. Die Mutter lag neben ihrem Kind auf dem Bett. Die Mutter jenes Kindes ist Nachrichtensprecherin. Die Mutter trennte die kämpfenden Kinder. Die Mutter sagte ihrer Tochter, sie solle es selbst machen. Die Mutter sagte ihrer Tochter, sie solle die Spielsachen weglegen. Die Mutter ließ ihre Kinder nur ungern allein. Der Antrag wurde ohne Gegenstimmen angenommen. Das Motiv des Mörders ist noch nicht bekannt. Der Motor funktioniert nicht richtig. Der Motor macht ein seltsames Geräusch. Der Motor macht ein seltsames Geräusch. Das Motorrad, das ich von ihm geliehen hatte, ging kaputt. Das Motorrad kollidierte mit einem Auto. Die Bergsteiger erreichten den Gipfel vor Einbruch der Dunkelheit. Der Berg liegt etwa 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Der Berg ist verschneit. Der Berg ist grün. Der Bergsteig war unter einer Blätterdecke, weich und leicht, um darauf zu gehen. Die Bergspitze liegt unter Schnee. Der Gipfel des Berges war von Schnee bedeckt. Die Bergspitze liegt unter Schnee. Die Berggipfel sind schneebedeckt. Die Berge sind schneebedeckt. Die Berge spiegeln sich im See wieder. Die Berge des Himalaya sind höher als die der Anden. Von Weitem sehen die Berge schöner aus. Die Gipfel der Berge sind von Wolken verhangen. Die Maus fraß den Käse. Die Maus kam unter dem Kanapil hervor und lief unter den Tisch. Die Maus kam unter dem Kanapil hervor und lief unter den Tisch. Die Maus bewegte sich. Die Maus lugte aus dem Loch hervor. Die Maus lief in das Loch. Die Maus huschte unters Bett. Die Maus piepste. Die Maus wurde von einem großen Stück Käse in die Falle gelockt. Der Film hat noch nicht angefangen. Der Film geht jeden Moment los. Der Film steht kurz davor, zu beginnen. Der Film wird momentan in einem Kino in deiner Nähe gezeigt. Der Film ist bei jungen Leuten beliebt. Der Film ist nicht so gut wie das Buch. Der Film rührte sie zu Tränen. Der Film lief 85 Minuten. Die Filmrechte eines erfolgreichen Romans sind schnelles Geld für den Autor. Der Film fängt um 10 Uhr an. Der Film fängt in einer halben Stunde an. Der Film, den sich Tom und Mary zusammen ansahen, hatte ein Happy End. Das Kino war leer. Das Kino war voller Leute. Der Kinosaal war gerammelt voll. Der Film war viel besser, als ich angenommen hatte. Der Film war fast drei Stunden lang. Der Film war schrecklich. Der Film war gut. Der Film war interessant. Der Film war lang und öde. Der Film war interessanter, als ich angenommen hatte. Der Film war viel interessanter, als ich erwartet habe. Der Film war ziemlich gut. Der Film war wirklich gut. Der Film war echt gruselig. Der Film war so traurig, dass alle weinten. Der Film war nicht so besonders. Der Film war nicht so lustig wie das Buch. Der Film war nicht so interessant, wie ich erwartet hatte. Der Film war nicht so interessant wie das Buch. Der Film, den wir gesehen haben, war französisch mit englischen Untertiteln. Der Film fängt gleich an. Der Film beginnt. Die Mordanklage wurde auf fahrlässige Tötung geändert. Der Mordfall ist nach wie vor ein Rätsel. Die Mordwaffe wurde nicht gefunden. Der Mörder hat das Verbrechen gestanden. Der Mörder hielt sich in den Bergen versteckt. Der Mörder ist noch auf freiem Fuß. Der Mörder wurde schuldig gesprochen und zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Der Mörder wurde hingerichtet. Der Mörder wurde schließlich letzte Nacht gefangen. Der Mörder war der Gärtner. Das Plätschern des Bachs schläfert mich ein. Das Museum musste aus Geldmangel schließen. Das Museum verfügt über eine Ausstellung antiker Waffen. Das Museum ist wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Das Museum ist nun geschlossen. Das Museum ist montags geschlossen. Das Museum ist montags nicht geöffnet. Das Museum ist ab 9 Uhr morgens geöffnet. Das Museum ist Montag bis Freitag geöffnet. Das Museum ist sehenswert. Das Museum ist sehenswert. Das Museum ist sehenswert. Das Museum hat sonntags nicht geöffnet. Die Ostgalerie des Kunstmuseums war wegen Reinigungsarbeiten geschlossen. Die Musik brachte mich zurück in meine Kindheit. Das Musikstück wird in einer Endlosschleife abgespielt. Die Musik ist zu laut. Die Musik setzte eine Minute aus. Die Musik hörte auf zu spielen. Das Rätsel um ihren Tod wurde nie gelöst. Der Nagel zerriss seine Jacke. Der Nagel ging durch die Wand. Die Namen sind alphabetisch geordnet. Die Namen der Spieler stehen an ihren Spinden. Die Nation betrauerte den Tod des Königs. Die Nation brauchte mehr und bessere Lehrer. Das Land erklärte kürzlich seine Unabhängigkeit. Die Nation wuchs. Die Handelsbilanz des Landes verbesserte sich letztes Jahr, da bei konstantem Import der Export zulegte. Die Schulden des Landes werden größer. Die Nationalflagge der Vereinigten Staaten wird Sternenbanner genannt. Die Eingeborenen wurden von ihrem Land vertrieben. Da haben die Einheimischen zum ersten Mal ein Flugzeug gesehen. Die Marine verteidigt unsere Küste. Der unserem Sonnensystem am nächsten gelegene Stern ist Proxima Centauri. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die Verhandlungen schreiten schleppend voran. Die Verhandlungen scheiterten. Die Verhandlungen haben angefangen. Die Verhandlungen sind vorbei. Der Nachbar bat uns, die Musik leiser zu stellen. Der Nachbar hat nichts gesehen. Der Nachbars Hund ist gefährlich. In dem Stadtteil, wo Tom wohnt, ist es sehr ruhig. Die Nachbarn werden die Polizei rufen, wenn sie die Musik nicht leiser stellen. Der Nachbarjunge hat in der Schule den Buchstabierwettbewerb gewonnen. Das nervöse Mädchen hat die Angewohnheit, am Ende ihres Bleistiftes zu kauen. Das Nettogewicht beträgt drei Kilo. Die neue Bank ist in der Bäckerstraße. Der neue Chef hat das Unternehmen auf Vordermann gebracht. Der neue Junge stotterte vor Aufregung. Die neue Brücke ist im Bau. Im März wird die neue Brücke fertig sein. Das neue Gebäude ist riesig. Das neue Gebäude ist riesig. Das neue Auto gehört ihr? Der neue Computer ist zehnmal schneller als der alte. Die neue Konzerthalle ist ein hohes, modernes Gebäude. Das frisch getraute Paar hat sich auf seine Hochzeitsreise nach Hawaii begeben. Die neue Konzerthalle ist ein hohes, modernes Gebäude. Die neuen Muster sind viel besser als die alten. Der neue Weichspüler duftet großartig. Die neuen Möbel sind heute angekommen. Die neuen Möbel sind heute angekommen. Die neue Autobahn reduziert meine Fahrtzeit um fast eine Stunde. Die neuen Häuser haben eine einheitliche Höhe. Das neue Gesetz hat die Bürger ihrer Freiheit beraubt. Vom neuen Gesetz wird eine Senkung der Luftverschmutzung um 60 Prozent erwartet. Das neue Gesetz stellte eine bedeutende Reform dar. Die neue Bücherei befindet sich seit letztem Jahr im Bau. Die neue Maschine wird viel Platz brauchen. Die neue Methode ist eine nähere Betrachtung wert. Die neue Methode war alles andere als ideal. Das neue Mikrofon funktioniert besser. Der neue Film war ein großer Erfolg. Das neue Museum ist sehenswert. Das neue Museum ist einen Besuch wert. Das neue Museum öffnet nächsten Montag. Das neue Museum ist sehenswert. Der neue Plan beruht auf unseren Ideen. Der neue Plan funktionierte gut. Die Verkaufszahlen des neuen Artikels haben die Erwartungen überstiegen. Die neue Schule hatte es versäumt, die besonderen Bedürfnisse junger Menschen zu berücksichtigen. Das neue Semester hat angefangen. Das neue Einkaufszentrum, das in der letzten Woche eröffnet wurde, schließt jeden Tag um Mitternacht. Das neue Sofa passt gut zu den Vorhängen. Das neue Bahnhofsgebäude ist im Bau und wird bald fertiggestellt sein. Das neue Geschäft wird nächste Woche öffnen. Voller Hoffnung betraten die neuen Schüler den Saal. Das neue Steuergesetz ist voller Schlupflöcher. Der neue Lehrer ist mehr ein Freund als ein Lehrer. Die neue Theorie ist für gewöhnliche Leute zu abstrakt. Der neue Tunnel wird Britannien und Frankreich verbinden. Der neue Tunnel wird Großbritannien mit Frankreich verbinden. Der neue Flügel öffnet im Oktober. Die Neuankömmlinge wurden rasch in die Gemeinschaft aufgenommen. Das frisch getraute Paar ging Hand in Hand. Die Neuigkeit brach ihr das Herz. Die Nachricht brach ihm das Herz. Die Nachricht schockierte Tom zutiefst. Es kann nicht nur schlechte Neuigkeiten geben. Die Nachricht kann nicht stimmen. Die Nachricht sorgte im ganzen Dorf für Aufruhr. Die Nachricht ließ ihn in Wut ausbrechen. Die Nachricht bestätigte meine Zweifel. Die Neuigkeiten bedrückten ihn sehr. Die Neuigkeit machte sie sehr besorgt. Diese Neuigkeit ist zu schön, um wahr zu sein. Die Nachricht stimmte sie glücklich. Die Nachricht machte sie traurig. Die Nachricht stimmte sie sehr traurig. Die Neuigkeit ließ mir die Haare zu Berge stehen. Die Neuigkeiten machten sie glücklich. Die Neuigkeiten bewegten ihn zutiefst. Die Nachricht ihrer Ankunft begeisterte die Menge. Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Die Nachricht von seinem Tod breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Die Kunde vom Rücktritt des Bürgermeisters verbreitete sich rasch. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Die Nachricht schockierte mich. Die Nachricht schockierte die Öffentlichkeit. Die Neuigkeit verbreitete sich schnell im ganzen Dorf. Die Nachricht verbreitete sich über ganz Japan. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Nachricht überraschte sowohl ihn wie mich. Uns erreichte die Nachricht, dass er noch am Leben sei. Die Nachricht, dass sie sich scheiden ließ, war eine große Überraschung. Die Nachricht, dass der Präsident getötet worden war, überraschte sie. Ich war von der Nachricht bestürzt. Die Zeitung begann Leser zu verlieren, als sie auf einen ihrer populärsten Autoren verzichtete. In der Zeitung waren sehr gute Bilder. Die Zeitung hat unseren Artikel noch nicht veröffentlicht. Die Zeitung hat euren Artikel noch nicht gebracht. Die Zeitung liegt neben dir. Die Zeitung veröffentlicht die wichtigsten Tatsachen. In der Zeitung steht, dass er selbst Mord begangen hat. Die Zeitungen haben nichts veröffentlicht. Das nächste Bus fährt um 2 Uhr und 30 Minuten. Die nächste Unterrichtsstunde beginnt in 5 Minuten. Das nächste Konzert wird im Juni stattfinden. Der nächste Tag schlicht dahin. Am folgenden Tag war Weihnachten. Die nächsten Jahre werden für uns kein Zuckerschlecken sein. Die nächsten Jahre werden für uns kein Zuckerschlecken sein. Der nächste Flieger geht um 14 Uhr und 30 Minuten. Der nächste Feiertag fällt auf einen Sonntag. Die nächste Sitzung findet in einigen Tagen statt. Am nächsten Morgen war Tom tot. Am nächsten Morgen war er fort. Am nächsten Morgen war der Schneemann vollständig geschmolzen. An der nächsten Station müssen sie aussteigen. Das nächste Mal, wenn sie das tun, sind sie entlassen. Wenn du das nächste Mal einkaufen fährst, bring Toilettenpapier mit. Im folgenden Jahr brach der Erste Weltkrieg aus. Das Schöne an Bussen ist, dass man nicht selbst fahren muss. Die Nacht hat gerade begonnen. Die Nacht ist dunkel. Die Nacht ist noch jung. Die Nacht war kühl. Die Nacht war tiefschwarz. Die Nacht ist noch jung. Der Albtraum ist endlich vorbei. Die Nächte werden kürzer. Der Lärm stört mich. Der Lärm ließ über Stunden nicht nach. Der Lärm lenkte ihn vom Lernen ab. Der Lärm störte seinen Schlaf. Der Lärm störte meinen Schlaf. Der Lärm stört uns nicht. Den ganzen Tag über hörte der Lärm nicht auf. Der Lärm ist ohrenbetäugend. Der Lärm macht mich verrückt. Der Getöse wird zunehmend lauter. Der Lärm wird das Baby aufwecken. Der Lärm hielt mich die ganze Nacht lang wach. Der Lärm hielt mich letzte Nacht vom Schlafen ab. Der Lärm ließ den Hund bellen. Der Krach des heftigen Verkehrs hielt mich die ganze Nacht wach. Der Lärm brachte den Hund zum Bellen. Das Pferd scheute wegen des Geräuschs. Der Lärm war so laut, dass er die Nachbarn störte. Der Lärm wird das Baby aufwecken. Der Lärm weckte sie. Der Lärm weckte sie. Auf dem Schild im Park hieß es, Grünflächen nicht betreten. Auf dem Schild im Park stand, Rasen betreten verboten. Die Nachricht war unleserlich gedruckt. Der Roman endet mit dem Tod der Heldin. Der Roman hat sich fast 20.000 Mal verkauft. Der Roman ist sehr bewegend. Dieser Roman wurde nach seinem Tod veröffentlicht. Die Zahl 4 gilt in Japan als Unglückszahl. Die Anzahl der in der Stadt fahrenden Autos hat sich erhöht. Die Zahl der Fische, die man in diesem Fluss gefangen hat, war sehr gering. Die Anzahl der Menschen, die an Herzkrankheiten leiden, hat sich erhöht. Die Zahl der Sterne am Himmel ist unendlich. Die Anzahl Studenten, die zum Studieren ins Ausland gehen, nimmt jedes Jahr zu. Die Zahl der Schüler in dieser Klasse ist auf 15 beschränkt. Die Zahl der Studenten nimmt ab. Die Zahl der Schüler, die zu spät in die Schule kommen, hat in der letzten Zeit zugenommen. Die Zahl der Schüler, die zu spät zur Schule kamen, war viel geringer, als ich erwartet hatte. Die Anzahl der Karten begrenzt. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Zahl der berufstätigen Frauen nimmt zu. Die Zahlen ergeben keinen Sinn. Die Nonnen singen. Die Krankenschwester maßtams Blutdruck. Die Krankenschwester reinigte die Wunde und verbannt sie dann. Die Krankenschwester nahm mir Blut ab. Die Krankenschwester verliebte sich in einen ihrer Patienten. Die Krankenschwester gab mir eine Spritze. Die Krankenschwester gab dir ein Sedativum. Die Krankenschwester hat meinen Blutdruck gemessen. Die Krankenschwester traf ein Blutgefäß. Der Krankenpfleger entfernte Thams verbannt. Die Krankenschwester maßtams Temperatur. Die Krankenschwester maßt meinen Blutdruck. Die Schwester wird ihnen sagen, wie es zu machen ist. Die Krankenschwestern sind sehr nett. Die Pflegerinnen waren sehr nett zu mir. Was unserem Fortkommen im Wege stand, ist endlich beseitigt. Die Bewohner beklagen sich. Die Ozeane umfassen ca. 97% allen Wassers auf der Erde. Der Ozean ist wahrlich groß. Der Ozean war ruhig. Die Weltmeere sind voller Leben. Die Chancen stehen schlecht für mich. Deswegen denke ich, dass ich jetzt aufhören werde. Die Chancen stehen schlecht für uns. Die Chancen stehen günstig für ihn. Die Gewinnchance dieser Mannschaft ist praktisch null. Die Gewinnchance dieser Mannschaft ist praktisch null. Das Angebot ist zu gut, um es abzulehnen. Das Angebot gilt 30 Tage. Das Büro ist in den fünften Stock verlegt worden. Das Büro hielt ihm zu Ehren eine Gedenkfeier ab. Im Büro scheint heute viel los zu sein. Der Polizist verlangte, Thams Führerschein zu sehen. Der Polizist leuchtete mit der Taschenlampe ins Auto. Das Büro wird jeden Tag gereinigt. Der Beamte konnte die Beschwerde nicht selbst bearbeiten. Der offizielle Start ist Montag. Die Ölkatastrophe verunreinigte die Bucht. Die Alten sind nicht immer klüger als die Jungen. Die alte Scheune ist abgebrannt. Die alte Scheune ist eingestürzt. Das alte Buch war schimmlich. Die alte Brücke droht einzustürzen. Die alte Burg ist in einem traurigen Zustand. Die alte Kirche am See ist sehr schön. Die alte Kirche auf dem Hügel stammt aus dem 12. Jahrhundert. Die alte Uhr wird immer noch benutzt. Das alte Ehepaar hatte keine Kinder. Das alte Ehepaar gegenüber hasst Jugendliche. Das alte Ehepaar saß nebeneinander. Der alte Arzt ging auf jeden Patienten individuell ein. Der alte Arzt ist stolz auf seine Arbeit. Der alte Bauer zahlte ihm nicht viel. Der alte Bauer führte die Gäste in den Weinkeller, der sich unter der kleinen Gaststätte befand. Das alte Haus wurde abgerissen. Das alte Haus wurde abgerissen. Die alten Häuser wurden abgerissen, um Platz für einen Supermarkt zu schaffen. Das alte Eisenrohr war voller Rost. Die alte Dame betätigte sich in ihrem Gemüsegarten. Die betagte Dame schleppte sich mühsam die Treppe hinauf. Die alte Dame war seit ihrer Erkrankung ziemlich gebrechlich. Die alte Dame zählt noch immer ihr Wechselgeld. Die alte Frau lebte alleine in einer Dreizimmerwohnung. Die alte Dame lächelte ihrer Enkelin zu. Die alte Dame bedankte sich bei mir dafür, dass ich ihr über die Straße geholfen hatte. Die alte Dame ging langsam den Hügel hinauf. Die alte Dame hing an ihrem Hund. Die alte Dame war so freundlich, mir den Weg zum Bahnhof zu zeigen. Der alte Mann bat mich um einen Gefallen. Der alte Mann fragte mich nach der Uhrzeit. Der alte Mann bettelte mich um Geld an. Der alte Mann spendete einen großen Geldbetrag für die Armenhilfe. Der alte Mann starb hungers. Der alte Mann starb letzte Woche. Der alte Mann starb an Krebs. Der alte Mann fiel auf den Boden. Der alte Mann befreite den kleinen Fuchs aus der Falle. Der alte Mann gab ihr eine kleine Puppe. Der alte Mann stellte sich eher in den Weg. Der alte Mann stieg aus dem Bus. Der alte Mann hatte einen langen, grauen Bart. Der alte Mann hat genug Geld. Der alte Mann hat sein ganzes Leben hier verbracht. Dem alten Mann fehlen Zähne. Der alte Mann im Rollstuhl sagte mir, dass er meine Mutter als Jugendliche gekannt habe. Der alte Mann ist über 90. Der alte Mann wird immer von seinem Enkel begleitet. Der alte Mann ist auf einem Auge blind. Der alte Mann ist gebrechlich. Der alte Mann ist weise und weiß viel über das Leben. Der alte Mann lebte zurückgezogen. Der alte Mann lehnte sich auf seinen Stock. Der alte Mann lebte allein. Der alte Mann lebt allein. Der alte Mann lebt allein. Der alte lebt von seiner Rente. Der alte Mann belut sein Maultier mit Sandsäcken. Der alte Mann schien wegen der Neuigkeiten überrascht zu sein. Der alte Mann sah weise aus. Der alte sieht traurig aus. Der alte Mann verlor seinen Lebenswillen. Der alte Mann verlor den Lebenswillen. Der alte Mann verfasste sein Testament. Der alte Mann nannte die Holzpuppe Pinocchio. Der alte Mann entging nur knapp dem Überfahrenwerden durch ein Auto. Der alte Mann pflanzte einen Baum. Der alte Mann besitzt ein großes Vermögen. Der alte Mann sagte unseren Erfolg voraus. Der alte Mann sagte etwas. Der alte Mann saß ganz allein. Der alte Mann saß mit geschlossenen Augen im Sessel. Der alte Mann saß mit geschlossenen Augen auf der Bank. Der alte Mann diente dem König viele Jahre lang. Der alte Mann führt manchmal selbst Gespräche. Der alte Mann verbrachte den Großteil seiner Zeit damit, auf seine Jugend zurückzuschauen. Der alte Mann sprach mich auf Französisch an. Der alte Mann verhungerte. Der alte Mann stand auf dem Hügel. Der alte Mann hielt plötzlich an und schaute zurück. Der alte Mann strich sich nachdenklich durch den Bart. Der alte übertreibt gerne. Der alte Mann hat mir eine seltsame Geschichte erzählt. Der alte Mann erzählte den Kindern eine lustige Geschichte. Der alte Mann erzählte uns von jenem amüsanten Vorfall. Der alte Mann stolperte über seine eigenen Füße. Der alte Mann ging vorsichtig über die Straße. Der alte Mann wurde von seinem Enkelkind begleitet. Der alte Mann schlief tief und fest, als der Bär kam. Der alte Mann war schwerhörig. Der alte Mann wurde von einem Auto angefahren und sofort ins Krankenhaus gebracht. Der alte Mann war nicht so bösartig. Wie er aussah. Der alte Mann wurde überfahren und sofort ins Krankenhaus gebracht. Der alte Mann wurde von einem Auto überfahren. Der alte Mann saß mit verschränkten Armen da. Der alte Mann wurde von dem Verkäufer hereingelegt. Der alte Mann schrieb seinem Sohn einen Brief. Der alte Plattenspieler steht noch oben auf dem Dachboden. Die alte Hütte scheint den Sturm sehr gut überstanden zu haben. Der alte Lehrer begann über die guten alten Zeiten zu sprechen. Die alte Dame hatte Schwierigkeiten, die Treppe zu steigen. Die alte Frau stürzte und konnte nicht mehr aufstehen. Die alte Frau gab mir zwei interessante Bücher. Die alte Frau wäre um Haaresbreite von einem Auto überfahren worden. Die alte Frau hat keine Kraft um aufzustehen. Die alte Frau hat keine Kraft um aufzustehen. Die alte Frau hat keine Kraft umzusorgen. Die alte Frau hat die Menschen in der Tatboden. Vielen Dank.